Pfff Jaaar Begin Honey vermisst den Peanuts schon Oh Bist du öfter hier? Oh mein Gott, was mit deiner Fratze passiert? Oh Was hast du gemacht? Ja, geh dich hier abschminken Da rennst du mit dem Turmbeutel, Alter Peanut kommt auch, keine Sorge Wer ist denn das da hinten? Vielleicht kommt Peanut sogar heute, ich weiß nicht, was abgeht Werden wir gleich sehen Ach, Kinder schminken wir so wieder Hallo Foley Hi Was ist mit dir in Ordnung? Was ist los? Wie Wie war es mit mir in Ordnung? Wo ist denn dein Sweater her? Was? Wo du das Sweatshirt her hast Hat mir meine Oma gemacht Da habe ich kein Scheiß, Junge, sag Der hat mir ja gegeben Ich bin angenommen bei Harry Potter Schule Ich kündige die bald alle Wieso? Weil ich die bald alle kündige Ey, das passt zu mir Guck Guck Du solltest gucken Ohne Dings ist viel cooler Ich mach jetzt Ärger Hi Was geht der ab? Grüße, Grüße, Grüße Ist das dein Sweatshirt, was der Dings trägt? Wer? Der Max? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ist meins Ist ausgeliebt Okay, alles klar Ähm Was machst du am Hafen? Ich bin grad am Hafen Ich geh mit VL die Kataloge durch Und benennen die Fotos Äh Für die Sortierung Wir haben Jetzt ist die Frage Willst du mit oder nicht? Die Webseite ist soweit fertig Hat er gesagt, er gibt jetzt eine Einführung In 10 Minuten Willst du das mit anhören oder nicht? Ja klar, warum nicht? Das wird sehr technisch Und nur Ja, egal Ob ich jetzt hier im Kreis stehe oder da auf dem Kausch sitze Ist mir egal, Alter Ja, 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 okay, okay Perfekt Dann Dann rufe ich den jetzt gleich an Sag dem um halb Ja Können wir ja eigentlich in der Box alle hinten machen, ne? Ach, kommt der her? Wer ist denn das überhaupt? ULive, ne? Ja, einer von ULive Ich hab mich gestern bei Cody's mit dem getroffen In der schönen Ecke Dann hab ich dem Cody gesagt, der soll mein Menü vorbeibringen So, ich hab das vorher bezahlt So richtig businessmäßig War gut Okay Also Denk an die Klamotten mit Verleihen und Geben Ja, 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 ja Der Gyfi rennt nämlich auch rum wie ein Kleiderschrank von uns Das stimmt Der Gyfi hat getauscht Warte, wo, mit wem hat der getauscht? Er hat ein schwarzes T-Shirt Ja Und das T-Shirt hab ich jetzt getauscht Der hat mir das zurückgegeben Ich hab's wieder ins Lager gelegt und hat ein anderes bekommen Ja Aha Heute Abend war heute Abend Und wo sind meine Klamotten, die ich dem Gif gegeben hab? Die der dann aus dem Auto geholt hat? Die Jordans und so? Merkst du jetzt selber, ne? Ja, die liegen auch wieder Nein, die von Gyfi, die Jords liegen auch wieder im Lager Okay Der Gyfi hat nix selber gelagert Alles was der, wenn er sich was Neues holt Leg ich das ins Lager und gib dem mal was Neues Alles klar Ja, willkommen, Rona Der wollte heute fresh für die Party aussehen Alles klar Willkommen, Rona Bis gleich Was hast du, warst du beim Kinderschminken oder was? Mila? Hallo? Ja? Hi Warum antwortest du nicht? Warum bist du so schnell weggerannt? Ich? Wecker? Ich bin doch gar nichts rausgekommen Was hattest du in deinem Gesicht? Was? Ich hatte nichts im Gesicht Oh, ah Oh, klar Oh, du meinst bestimmt meine Zwillingsschwester, die äh Deine Zwillingsschwester, die aus unserer Wohnung Mola Ja, ja, Mola Ja Mola gestern war das Mola Mola? Mola gestern, ja, ja So weit ist es schon, dass du mich belügst Das ist meine Zwillingsschwester Ja Okay, ich war gestern spielen Mit wem? Mh, mh, mit Ronny Bonny Ronny Wer ist denn Ronny? Ähm, du weißt doch der komische Enttäuschung? Ja Ja Also Ich war spielen Wir haben Wir haben Ähm Wir haben Wir waren mit FIB Die haben uns kontrolliert, weil Ähm, wir haben uns das Schiff von meinem Papa angeguckt Dann Steht er immer nur oben? Ja Ja Aber mein Papa ist immer noch nicht da Glaube ich Wir waren nicht am Schiff, haben uns das nur angeguckt Weil dann Max, 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 Max Freundin hat angerufen genau und wollte wissen wer so ein Typ ist Wie die 16 War das nicht deine Freundin? Ja, das ist deine Freundin Ja, die hat angerufen Max ist, Max ist, äh, die Affäre Von der Eigentlich ist sie verheiratet Den Zwinger Club Das darf man nicht machen Was machst du denn, Max? Oh nein Max Das war auszusehen Der geht auf maximalen Profit Max Das geht nicht Okay Hast du gehört, Max? Das geht nicht, was du da tust Aber du bist da auch mit anderen Typen spielen Ja, aber nur spielen Da hast du aber eigentlich gar nicht so unrecht, ne? Aber das ist ganz anderes Ich förte nicht Ich hab meinen Pfoten immer bei mir Max nicht Was ist das, Zeißen? Ja, ich weiß das Wie beobachtet dich, Junge Ja Aber was, wenn der Ronny seinen Pfoten nicht bei sich hat? Ja, dann habe ich den Nacken im Kopf und dann verscheißt seine Leiche irgendwo in der Wüste Hi, wie geht's? Wie steht's? Ja, cool, danke dir auch Ja? Du warst jetzt so lange in der Sonne, du bist irgendwie anders Anders? Warum anders? Weiß nicht, du bist aufgedreht Ich bin gut auf Ich auch Ja? Ja Du hast da noch ein bisschen Schminke im Gesicht Ja, okay Wir müssen zum Hafen, irgendwas macht der Jak da Ja, okay Auf zum Hafen Ich komme auch mit, ja? Damit was? Was fahren wir? Mit Komoda Mit den Atmen Mit den Atmen Und du fährst, du hast den Zwitschert für den Butler an Nicht? Ne, ne, ne Ich, oh Oh, meine Rücken Das wird nix Beschlüsse nur außerdem nach Kohle, ne, denk dran Hä? Welches? Ja Weißt du genau, wovon wir dich reden Haben die 1,2 Mio nicht schon gereicht? Doch Ne Doch Ne Brauchst dir gar keinen Hackmack machen, Junge Gar keinen Hackmack machen Hat gedacht, da wünsche ich mich jetzt gut schafft ihr auch Bruder Und ja, ich bin mit der Ducky zufrieden Beste Tastatur dich bisher hatte Hast du dem Gefühl nicht gestern was abgenommen? Ja Ja Und dann hat er geweint und dann hat er gesagt Ja Ja Ich kann nix bezahlen Wenn keiner da ist, kann ich nix bezahlen Weil 200.000 nicht reichen, hab ich dir das Geld wieder zurückgegeben Alles? Ja Minus deine Kodis reicht noch Irgendwie glaube ich dir nicht Also 740 hab ich dir gegeben Aber ich hab Kodis 60 Ich vertraue keinen von euch hier trinken, Junkie Parkler Ich auch Ja, wenigstens überlege ich mich Eigentlich bin ich euch los Wenigstens überlege ich mir nicht jeden Tag, welches Auto ich mir hole Oder guck mir welche an Ja, das stimmt allerdings Der wollte ihm die Motorräder wieder kaufen Ja, hat er schon Und getunt Ja Hat er? Hat er schon Aber wenn das seine eigene Kohle ist, ist das okay Ja, ja Ähm, so ein, so ein Chopper-Bike Ja, das steht, äh Ist ja nicht so, erzählten wir nicht 16 Motorräder Aber nicht so eins, hey Das ist genau die gleiche mit Jiffke damals, Alter Ich will mir eine Akutsu kaufen Oder wir haben drei Stück Ja, wir haben vier Stück Wir haben drei Stück Ja, ne, ich will meine eigene haben Ich will auch ein Auto Du hast ein Auto Ach ja Lass mal den Aspo von dir fit machen Ja, stimmt, oder? Lass mal da ein richtiges Weep-Mobil raus Los, los, los Ein Weep-Mobil? Ja, ein Weep-Mobil Ich dachte, der Güphi ist auch hier Ja, ein Weep-Mobil Wart geht ab, Juri Hallo, ihr wunderschönen Menschen Und, äh, Mechatroniker, danke schön Ich habe einen Frogger, Juri, ich kann dir meinen geben. Hast du nicht gesagt, der Gyfi ist auch hier? Ist schon... Boah, ne, sag bitte nicht, Alter. Doch, woher? Jack? Ey, Junge. Ah, cool. Halb acht. Halb zwei. Oder ob ich da einfach sag... Ja, genau. Moin, moin. Cool Schuhe hast du an, wo sind die geklaut? Boah, kriege ich auch Schachschuhe? Nein, schwarz. Ob ich da einfach sage, das sind Dings, Rüchenbikinis und dann das war's, ohne Nummer, ohne Farbe. Wie, warte mal, ist das Produktionsfehler, die Schuhe, oder wat? Welche? Die du gerade anhattest? Nein. Cool, Schachschuhe hattest du aber. Ja, ja. Warst du schon mal im Klamottenladen? Das sind so die Schuhe, um da rumzulaufen, damit du den Teppich nicht dreckig machst. Ne, ich war da noch nie dran. Werd da auch nicht reingelassen. Also halb, halb kommt der, oder wat? Ne, viertel vortreffen wir uns am Boxstudio mit dem. Mhm. Studio sogar. Ah. Junge, was ist mit dir, Alter? Was? Möchtest du kacken, oder wat? Ne, ich hab Rückenschmerzen. Ja, und deshalb hockst du dich hin. Ja. Okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt alle Frauensachen nochmal durch und du sagst, wir legen Preise fest, ne? Ja, okay. Okay, fang an bei den Sonnenbrillen. Jawohl. Warte eins, warte zwei. Drei Millionen. Drei Millionen. Äh, das sind, warte. Katir. Kat, Katir. Ey, ich hab keine Ahnung, Sonnenbrillen. Weiß ich nicht. Oha, Maschallah, zeig mal her jetzt hier. Keine Ahnung, 50.000. All dein Geld. Ja, Faye und Mila können ja auch mal was sagen. Beides Leben. Beide, also. Also, die und die anderen. Ja, beide gleicher Preis. Ja, ja, das stimmt. Okay, dann nächsten. Was haben wir dann? Brille sind wir völlig. Hosen. Ja, dann gehen wir wieder zu Hosen. Die Hose, die jeder haben will. Ja, die will echt jeder. Was nehmen wir für die Sega Jeans? Das ist die Hotpins. 150 für unsere. Dann würde ich für die 100 nehmen. Mehr. Mehr? Jede Frau will die haben. Ja, 150. Wir können die Frauen komplett nackig machen. Ja, dann mach. Ja, beruhig dich. Also, 150. Hm? Ja, auch 150. Habt ihr schon Kameras? Das ist die andere? Das ist eigentlich das für eine Hose. Das check ich nicht. Wollen wir die bestellt? Weiß es auch nicht. Die ist nicht mal wirklich hübsch. Das ist eigentlich so eine Stange. Ja, genau das ist es nämlich. Ich glaube nämlich, das ist doch eine Stangenhose. Okay, was haben wir da? Ich glaube nicht. 25? 30? 25. Was nehmen wir für die Cody-Shirts? 25, ne? 10. 10? Ja. Dann würde ich die auf 10 machen. Mhm. Stangenhose. Stangenhose. Dann nächste. Frau Mila, bist Killer? Ich dachte, du magst das Teil nicht. Dafür haben wir ja schon einen Preis. Komm mit. Spend dinner. Stopp. Ja? Gar nicht. Du kannst nicht mitkommen. Du hast gesagt, komm mit. Ja, aber du kannst nicht. Es ist keine Zeit dafür. Kann. Warum sagst du das? Okay. So, die hier. Keine Ahnung. Wenn ich die jetzt so sehe, im ersten Augenblick, denke ich mir so, 75 ist fein. Ja. Gut. Okay. Weiter. Kann man drunter ellern? Kann man. Was sind diese... Ja, diese Oma-Dinger, was Mila sagt. Ich bin aber voll fresh, Alter. Cardigan sind das, ne? Ja, richtig. Könnte ich auch 75 machen. Nee, dir wird keiner kaufen. Wie? Glaubst du? Also, ich finde es nicht so hübsch. Ja, dann sagt ihr. Also, ich würde 30, 40 sagen. Okay, 30. Ja, würde ich auch so. 30 oder 40? 35. Okay, wir mal 30. Okay. Weiter. Treffen wir uns in der Mitte. Handschack. Ey, was haust du mich? Was war das? Äh, Crop-Trop. Maschallah. Ja, das kannst du halt auch nicht so teuer machen, ne? Das ist aber auch so ein... Also, das würde bestimmt... Für Hausmädchen. Das kann man schon teurer machen. Als hier... Als die Cardigan, ne? Ja. Aber nicht so teuer wie ein Hoodie. Äh, ein Bauchlein-Hoodie. Nee, nee, das hält nicht. Also, sagen wir mal... 60. 55. 60. Das sieht cool aus. Alle im Unicorn werden das tragen. Gut, weiter. Ja, stimmt, stimmt. Hast du recht, Unicorn. Äh, 160. Daunenjacke. Daunenjacke. Das ist ein Nordrace-Jacke, Mann. Teuer. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall teuer. Gut. Daunen... Weißt du, wie ich dir eben schreiben wollte? Daunenjacke? Sehr, sehr kurz, ne? Ja, weißt du, wie ich eben dauerkomme. Ja, weißt du, wie ich dauerkomme? Ja, weißt du, wie ich dauerkomme? Ach so. Also, 150? Ja. Also, warte, nein, 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 nein. Ich hab noch drei oder vier. Bandanatop kostet schon 100. Und die Hose 150. Wir brauchen auch mal... Die sind die teuren Frauen. Äh, wenn du immer Dings sagst. Ich komm gleich hoch. Ja, genau, 200. Wie Dings. Wie unsere Jerseys dann. Der Jersey sind 250. Ich komm gleich wieder hoch. Ich kann mir jetzt gerade nicht... Jerseys sind 200 bis 250. Hicke jetzt auf. Nein, 250. Wenn uns jetzt so einer fragt. Ein paar Jungs sind wieder stressig. Ich würd schon wieder mit dem Pen gehen. Weiter. Wär ich mal dick und lustig. Ist noch ein bisschen was. Äh, Hochzeitskleid. Ja, boah, das musst du teuer machen. Halbe Million. Auf jeden Fall. Ja. Weil das kauft man einmalig und das behält man für immer und ewig. Ne, ich glaub, die werden das noch verliehen. Ich wollte gerade aussagen. Ich glaub, das kauft sich einer und der verleiht das immer. Ja, keine Salser machen. Ja, dann fick ich den. Halt es mal, Junge, Alter. Dann sind wir nicht in der Jungie-Park. Da sind wir in der Fashion Week mit dem Sticky-Igd. Ja. 500. Ja. Hier, Jeansjacke offen mit Schopf. Okay, alles klar. Hier, die da. Oh, krieg die Straße nicht aus mir raus. Was war das nochmal? Die Rüschchen-Bikini. Warum ist das noch ein Rüschchen-Bikini, Alter? Ich weiß gar nicht, dass du nicht fragst. Doch, da sehe ich dich aber drin. Wie viel? Wie viel? Boah, ich weiß nicht. 75. Nee, 50. 540. 30. 35. 50. 50? 50. Ich würde 40 machen. 50 haben wir noch nicht. Aber das ist ein Mittelding zwischen Karyen und dieser Crop-Trop-Dinger. Also Mitteldinger. So wenig Stoff. Staub dein Bauchkabel. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Äh, Schnur. Was für eine Schnur? Stur. Stur. Weiter. Ja, Jordans. Habt ihr schon, oder? Jordans. Äh, 400. Okay. Ach, Mann. 400 bei Jordans. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ich bin eine geile Sache. Kurt. Was? 400 für Jordans. Kommt, glaub ich, schon mal drauf an, auf welche, oder? Die, oder was? Ja, allgemein. Egal, welches Ding, welches Ding die haben. Ja, vier. Ja, doch, vier. 400. Okay. Und LED haben wir, wie wir Männer gesagt, 25.000. 25.000. Boah, weißt du, was ich ein Gefühl habe? Ich glaube, ich kriege bald wenig Anrufe. Wie viel kostet das? Ja, aber das würde ich nicht sagen. Waff mal auf. Äh, so. Taschen. Was kostet unsere Lauftasche? Lauftasche. Da haben wir noch keinen Preis festgelegt, weil wir die ja noch polstern lassen. Ja, ja. Weil die ist jetzt sehr groß ohne Polster. Dann ist aber egal, ich würde trotzdem sagen. Was kriegt man für die Unmenge Taschen von dem Event? Boah, die. Achte. Mann, die gehen teilweise für 800.000 weg. 250? Ja, ja, ja. Ich würde die Taschen 150 oder so machen. Nee. Dann läuft jeder, 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 jeder. Ja, dann 300. 300. Aber dann rennt keiner damit rum. Doch, jeder. Okay, 350. Die hole ich alle wieder zurück. Schatz. Ich tritt dich gleich zurück nach dem Dab-Wing. Weiter. Ja, die anderen Taschen auch. Mein Ticket ist abgelaufen. Ja, das sind die gleichen Bauchtaschen. Ja, ist denn die? Sportbeudel meine ich. Sportbeudel. Sportbeudel. Die auch so teuer? Ja, klar. Okay. Jünger, wer schön sein will, der noch Geld. Ich glaube, die meisten Frauen würden auch eher die kaufen als die anderen. Ja, ja, ja. Weil die wollen ihre Bubis raushängen lassen. Hat letztens der Coco schon gesagt. Außerdem können wir immer noch, wir führen ja Buch, was gekauft wird und so. Und wenn wir sehen, ein Antikel geht nicht so gut weg, dann ist der wahrscheinlich zu teuer. Und dann machen wir den mal reduzieren und vielleicht wird der dann gekauft. Und das war aber schon. Oder wir machen einfach Saale oder so. Ja, oder wir machen einfach halt den Schnauze, du Affe. Hä? Laberst du schon wieder Saale? Ja, Saale. Sale, Junge. Ja. Die Blixi-Hoodies haben wir gesagt, für Männer 100.000. Das passt. Hast du Preise schon für die Typensacken? Ja, ja. Ich geh die gerade mal durch. Da hat der Frank die Jacke dauer gekauft für 200, ne? Ja, warte, Los Santos Jersey, die von Cody kosten 10.000. Dann Bomberjacke Long Tee, haben wir gesagt 200.000. Das sind ja die von Frank, ne? Die Designer-T-Shirts. Nee, Bomberjacke Long Sleeve, ist das, was du... Äh, ist das, äh... Ja, ja, ich weiß es nicht. Das Badouan hast, hat der Frank gekauft. Okay, warte. Designer-T-Shirt 100.000. Die Jerseys. Ich würde die T-Shirts nicht 100 machen. Das ist viel. Würde ich so... 60, 70. Aber davon haben wir echt viele Dinge. Ja, 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 ja. Und dafür haben wir heute auch Stangenbacher nur mal bestellt. Ja, ja, ja. Andere Designer-T-Shirts aber... Die Kapuzenjacke, die du trägst, steht drin für 100. So teuer. Obwohl, ja, doch kannst du lassen. Es ist ja viele und so. Die NFL-Jerseys. Ich würde dir unterteilen. Ich würde die NFL-Jerseys sagen, 200. Und die normalen Jerseys, die wir vorher hatten, 250. Weil da ist ja noch Hoodie drunter. Weißt du? Du meinst die NBA-Jerseys? Ja. Die Basketball-Trikots? Ja. Ja? Die ein bisschen billiger als die Football. Bei 100. Weil dann Hoodie drunter ist. Genau. Football 52. NBA 200. Ja. Okay. Dann haben wir die Kapuzenjacke. Das war... Das war... Äh... Hallo, MDK-O-Magnetio. Danke schön für die Prime-10. Monat. Achso, das war hier die... Die Dings hier. Moncler. Äh... Moncler. Ja. Ja, sag was. Oh, 250. Locker. 250. 250. 250. Okay, dann haben wir die Pulli plus Jacke, das ich trage. 200 hat Frank schon gekauft. Der ist nur der Einzige, der interessant ist, dass der gerade damit rumrott. Also gekauft. Ja, und Obryon. Ja, und Obryon. So, dann haben wir LED-Schuhe, haben wir schon. Dann haben wir die Sega-Jeans, 150. Normale Jeans, also Skinny-Jeans, 150. Äh... Und dann die Vamonos-Schuhe, ne? Äh, Hose. Jordans. Ja, warte. Die will ich wieder ein bisschen billiger machen. Wer, die Jordans? Nein, die Vamonos-Hose. Äh, Vamonos ist, ähm... Hose. Mit den Socken. Ja, 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 ja. Natürlich. High Socks, ja, ja. Baby Jacks Green. Äh, wie teuer? Watt, die Hose. 75? Ja, passt. So, haben wir dann alles. Ne, wir haben noch, warte. Wir haben noch Sweatshirt, was Dings trägt, Max trägt. Das da haben wir noch, und wir haben noch die hier. Ja, Sportjacken sind Dings, Alter. Stangenware. Aber sowas von auf jeden. Warum wir die bestellt haben, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Also ein Stimma-Fan. Der Knallkopf. Ja, ja, natürlich. 25? Ach, die würde ich sogar... Naja, wenn von Cody der Jersey 10 kostet, würde ich dann auch 10, 15. 15. So, und dann haben wir noch die, äh, hier, Harry Potter. Was heißt denn Harry Potter? Die sind mega fett, Alter. Wird schon voll geil. Steht auf dem Schild. Findet ihr auch geil. Was sagen wir da? Ja, Juri. Boah. Die tragen eh nur Leute mit Geld. Aber das ist auch... Ja, ja, das ist ja, ja. Also 30. Was? Die Potter-Dinger? Ja? Bist du bescheuert? 30? Ja, das Hemd da drunter. Ui, ui, ui. Ja, sag was. Also das, was der Max jetzt trägt. Ja. Ja, auf jeden Fall teuer, Alter. Eins davon. Allein das Hemd kostet schon Millionen. Lockert, man. Jeder beim Department of Justice und so. Also 100. Ja, 80. 85 so. 90. 90. Wir können ja immer noch 100 gehen, wenn wir sehen, das geht nicht weg. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles. Warte, wir haben noch... Masken haben wir schon, die Foodmask, genau. Brauchst du gar nicht rausgeben, die gehen sowieso nur in Unternehmen. Die Foodmask, Mixi-Hoodies haben wir. Bombayacken haben wir, die haben wir. Was sagen wir? Äh, 50 Dollar würde ich machen dafür. Ja, okay. Echt? Ich nehme gleich drei. Weil die stinken auch. Die haben wir. Ja, 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 ja. Die haben wir, die haben wir. Nein, ich habe mir noch ein Klinkepäckchen. Ich trinke heute Paulana Spezi. Dann haben wir NFL-Jurzes, die haben wir. Warum heißen die NFL-Jursey, Alter? Weil er hat da die Etiketten gemacht, Alter. Ja. Junge, direkt. To do. Direkt to do. Ja. Warte. To do. Regen, Jörg. Wie heißen die? NFL-Jursey. Und wie heißen die richtigen NFL-Jurseys? Äh, die heißen Jersey. Okay. Du, du? Ach, Stress. Ja, Mann, Spezi schmeckt echt gut. Das ist ein Juseri. Weiß nicht, was Juseri sein soll. Fehldruck, Junge. Du? Ich? Ach so. Okay, dann lass die Halle fahren. Wir hatten gestern ganz wilde Verfolgungsjagd. Wer? Wir? Ähm, der Juri, Giffi und ich. Und ich glaub, BT auch. Ja, ja, und BT auch. Wir sind gestern gefahren, dann hat uns einer gepittet. Ich versteh nicht. Guck mal, der BT kommt und redet irgendwas von Security bei Cody und bla 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 und dann geht ihr Scheiße bauen. Wundert euch nicht, ne? Ja, das war ja nicht, das lag ja nicht in uns. Da selbst die Juri saß dran. Wir waren da, sind rumgefahren. Juri ist eh alles scheißegal, Junge, der kauft ganz interessant aus, wenn der will. Und wir sind dann gefahren und dann kam einer von hinten und hat es einfach komplett von der Straße gehauen. Und dann haben wir gesagt, ja, Meister, was ist los? Alles okay? Und der hat einfach auch nicht geredet. Ja. Und, ja. Dann klatscht dem einen, wenn er nicht redet. Ja, aber der ist weggefahren. Wir wollten hinterher. Ja, warum? Und jetzt sag mir nicht, ihr wollt ihn überfallen, Alter. Nein, aber wir wollten fragen, was das sollte. Jungen, mit Multimilliardär im Auto. Jemanden überfallen, 5.000 Sonnerklauen. Der Typ hat 200 Milliarden auf dem Konto. Nein, wir wollten den noch nicht überfallen. Nein, wir wollten den so zum Spaß anhalten, ne? Ja, wir wollten fragen, was das sollte. Was, was, was sollte? Ja, der ist hinten in uns komplett reingefahren. Jetzt so, wie du gefahren bist. Der ist ins hinten komplett rein und hat uns von der Straße geschoben. Glaub ich auch nur, wenn ich das sehe. Frag Juri. Jetzt nicht zanken. Frag Juri. Nicht zanken, du Arsch. Sag mal, frag Juri und sag dem, der soll dir erzählen, was gestern passiert ist. Ja, ich frag den nicht. So, jetzt pass mal auf. Du pass mal auf. Ich hab mit dem Typen gesprochen. Der kommt jetzt. Ich hab gesagt, alle personenbezogenen und geheimen Daten schickt er mir. Ja. Bluetooth. Ich schick's dir. Ihr alle, also alle von mir aus können mithören, aber Curtis und ich müssen das verstehen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt er später. Aber da wird, glaub ich, genug Aufwand dazu zu hören. Könntest du nicht, müssen das verstehen. Wir müssen das am meisten bedienen. Na, du musst das verstehen und erklärst mir das dann später. Oder so, okay. Dann seid ihr einfach alle ruhig, hör zu und sitzt im Kreis. Ich bin dafür, dass wir Mila da Businessgespräch führen lassen. Ja, ich kann das machen. Mila kann das voll gut, Trust. Ja. Nein, Mila? Ja, aber du musst das auch verstehen, das Technische. Wenn der sagt jetzt 350.000, will er dafür haben, was sagst du? Ja. Nein. Nein. Ich geb dir 500. Sag ich nein. Wenn ein Van an der Straßenseite anhält und zu dir ruft, hey, ich hab Süßigkeiten dabei, was sagst du dann? Ja. Nein. Zwei für meinen Freunden. Nein, gewinn. Nein, das ist doch Auber. Okay, pass auf, ich geh kurz pinkeln. Ich geh kurz pinkeln, der sollte gleich noch hier kommen. Ja, holt schon mal, geht mal mit dem rein und geh mit dem Lounge, ne? Ja, kann einer einen Stock holen und Kreis hier drum machen? Ähm, was? Aber wofür gibt der mir so viel Geld? Nein, du, wir müssen den bezahlen. Wir müssen den bezahlen. Wofür? Weil der uns eine Seite gebaut hat für unseren Job. Ich geb den 10 Dollar. Das ist wenig. 20. Nee, das ist schon so halbe Milline. Nicht weniger. Äh, ich geb, ähm, Bar auf der Kralle, geb ich 500 Dollar. Sag ein. Nein. 500.000. 500, okay. Also drei Koffer. Sag ein. Get up, Cody. Moin. Na, alles fresh? Ich muss einschalten. Was ist hier? Och ja, gerade ist der Buddy gekommen. Jetzt mal im Auffüllen, den Laden und so. Wo hast denn du die Hose her? Die Hose? Ja. Die hab ich gekauft, als wir die Shirts gekauft haben für den Laden. Echt? Mhm. Ich verlier langsam den Überblick. Aber das Shirt hab ich neu. Wie gefällt dir das? Ja, ich kenn dat. Dat hatte ich vorher an. Grüße. Was hattest du vorher an? Klar, riechst du doch. Dat riecht nach eurer Küche. Oh nein, jetzt hab ich ein... Hatt ich doch eins der anderen genommen. Scheiße. Mila, willst du hier ein Special Shirt? Guck mal, das ist mit Curtis Duft. Das ist was ganz Besonderes. Ui. Du hast genug Klamotten von mir. Ja. Die nimmt abends mal meine dreckigen Socken mit ins Bett. Ja. Die lutscht am Fuß. Die lutscht am Daumen. Und du ziehst immer meine Sachen an. Ja und? Aber nur wenn du nicht da bist. Ich hab das auch schon gesehen. Die Hotpants, die du an hast, hatte ich gestern an, stand vor dem Spiegel. Nein. Doch. Ich hab gesagt, leg wenigstens in Wäsche. Geh dich schminken. Ach komm. Ach komm. Ich glaub, der steht da hinten. Ich hab mich gestern mit einem Mitarbeiter von euch geprügelt. Mit wem? Was? Mit Muffin. Und? Hast du ihn weggeschaut? Mhm. Na klar. Ich hab ihm, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwie sind wir darauf gekommen, dass er mir ein Shirt geben soll. Und dann hat er mir einen Preis gemacht. Und dann hab ich gesagt, komm, du kriegst das Doppelte. Oder ich krieg die drei umsonst. Äh, und wir boxen uns drum. Und dann hat er gesagt, er ist richtig gut im Boxen. Er hatte Bock. Und dann hab ich ihn umgeklatscht. Beste Leben. Und dann hast du ein Shirt umsonst bekommen? Ähm, natürlich nicht. Und ich hab dafür bezahlt. Drei Stück. So, wir sind da. Das hat sich nach einem Lüge angeraucht. Ich feuer den, ne? Hat der den rausgegeben wieder? Ne, der hat das LS-Jersey hier verkauft. Ja, sag rausgegeben. Ja, komm, wir gehen rein. Ich muss meinen Rucksack ausziehen. Jetzt verprügelt ihn nicht. Dann weiß er ganz genau, dass er mir liegt. Das ist ein Business-Gespräch, Mann. Komm, Mila. Achso, ich dachte, die verprügelt den Muffin. Den verprügelt ich so oder so. Okay, bis später. Du musst jetzt aufpassen, ne? Aufpassen. Nicht über den Tisch ziehen. Nicht über den Tisch ziehen. Ja. Ich bin die Giraffe. Aber Giraffen knurren nicht. Ja, stimmt. So. So. Tagsam. Dann fangen wir mal an. Hallihallo. Also wie gesagt, alle personenbezogenen Daten oder Passwörter, ne? Ja, ja, klar. Nein, also. Natürlich. So, jetzt muss ich erst mal selber kurz einmal das alles soweit aufmachen. Ja, bitte. Mila, du verhandelst. Okay. Gezittert schon. Ja, ich weiß. Gar nicht wahr. Ich bin voll cool. Ich bin hier die Giraffe. Und was essen, Giraffen? Ähm. Äh. Leute, die einen über den Tisch ziehen. Da hauen die erst mit Hals zu. Bamm. Und dann essen die die. So, alle, als erste Frage, ist das Bluetooth denn an? Ja, 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 immer. Ja, klar. Wie ist denn die ID? Wir haben Hunger, 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 haben Hunger. Ah, nee, nee, da drunter. 07, äh, 0D. 0D7, okay. 0D7C10A6E. Ich kenn deinen Bluetooth sogar aus, ja nicht. Oha. Ja. Es geht ab, ja, ja. Ich kenn, können das Bluetooth auch rausfinden. Ich dachte, nein. So. Das ist schon mal das richtige Bluetooth? Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich brauch nämlich zuerst einmal das hier. Das haben wir nicht. Nee, das ist auch verkauft. Irgendwas, was man sich merken kann. Passwort generiere ich dann und darf dann natürlich gerne geändert werden. Jack123. Hallo. Ich hab gesagt, bei so einem Besuch gibt es da Schnauze halten. Aber. Ja. Ja. Du machst das schon, Jack. Ja, ja, ja. Mister, wie heißen Sie? Was, ich? Ja. Nee, ich... Äh, Kurt Horn. Hallo, Kurt. Ich bin die Mila. Hallo, Mila. Hallo. Wie geht's? Ja, gut. Und selber? Willst du einen schönen Tag gehauen? Ja. Wunderbar. Ja, das ist schön. Das freut mich wirklich. Schauen Sie mal hier meinen Fuß. Sieht das komisch aus? Was? Sieht das da komisch aus? Mein, mein große Zeh da vorne? Äh, nein. Müsst du auch heute da komisch aussehen? Weil der schwarz ist. So, die Ecke da vorne sieht irgendwie ungesund aus. Sieht ein bisschen aus wie Brokkoli. Aber vielleicht krieg ich auch nur eins. Hä? Das ist das Passwort? Achso. Ja. Okay. Boah, das ist ja nicht so fast. Ja, aber es gibt's. Ja, danach gerne ändern. Ich brauche nur irgendwas, mit dem ich starten kann und dann... Ich jag das durch den Generator, dann haben wir da... Wollen Sie den Zehennagel von Curtis sehen? Ähm, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oh nein, dann möchte ich nicht. Den trägt zum Hals an der Kette. Der ist super scharf. Wenn mir da aufgefallen, dann hatte ich eine dicke Eiterblase. Ja, mitten auf deinem Hals. Bei dem Account handelt es sich jetzt um einen Super-User. Ja. Stammstädter. Das heißt, ähm, die Account-Generation ist dann auch möglich. Das ist dann später bei den normalen Accounts nicht möglich. Ah, okay. So. Achso, E-Mail. Ach, das ist ein Ding. Dann machen wir das auch so. So. Erstmal erstellen. Dann auf das Backend kommt man mit dieser URL. Slash admin.php Passt. Ha, ich bin Hacker, man. Boah, voll krug. Warte mal, du hattest gerade die Schuhe ausgezogen, ne? Ja. Um dem Mann deinen Fuß zu zeigen. Dein Zehen. Ja. Aber du kennst den doch gar nicht. Aber doch, der heißt Kurt. Kurt? Ja. Ja, ich bin drin. Wunderbar. Hab den doch gerade kennengelernt. Hör ich auch öfter. So. Wir haben auch mal so einen User gemacht, damit wir das Gleiche sehen. Wunderbar. Außerdem ist die Objektive. Also. Ist wichtig. Dann geht's jetzt los. Abfahrt. Genau. Im Backend haben wir einmal das Dashboard. Ja. Über das Dashboard kommen wir zum einen direkt auf der rechten Seite auf Customize Theme. Ja. Das ist der eine Weg, wie man dort hinkommt. Es gibt aber auch noch einen zweiten Weg. Und hier sind die Einstellungen der Seite. Oha. Sprich. Seitenname. Dann das Thumbnail, welches oben drin ist. Also dieser Hintergrund. Die Leitstellennummer. Dann die In- und, also die In-Aktiv- und Aktiv-Schaltung der Leitstelle kann hier drüber gesteuert werden. Und. Header-Image, Logo, Marker-Icon, Map-Image. Das sind alles die Bilder, die auch auf der Frontseite sichtbar sind. Ja. Ähm. 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 Ich muss mich erst mal aus der Leitstelle abmelden. Das hört ja nicht auf, sonst. Was zum... Was war das? Was war das? Sorry, sorry, sorry. Sorry. Oh. Okay. Ich komme sofort wieder. Oh, nee. Ist mit dir, Junge. Ich habe die weggeschickt. Die war ein bisschen laut, ne? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Was ist mit dir? Ich bin fertig. Womit? Mit deinem Leben, Junge. Abdi. Ich muss die jetzt abholen. Die ist weggelaufen. Oh, ich hasse die so sehr. Ohne Witz. Das war Fynn, der hat sich Hentai angeguckt. Oh. Ah, ist ja nichts Neues. Ja. Und ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend. Also klar, Währung ist klar. Das sind Dollar. Typ ist Produkt. Brand kann man dann eben unter Brands einstellen, wenn es verschiedene Brands gibt. Kann man dann einstellen, dass dann statt Dollar LS-Dollar steht? Weil sonst nicht, dass er zur Verwirrung kommt im Ausland. Ja, natürlich. Hey, passt schon. Moment mal, nee. LS-Dollar ist doof. Die Abkürzung wollen wir nicht nehmen, glaube ich. Das macht richtig Verwirrung, glaube ich. Ja, wir lassen Dollar passen. Eben. Genau. Brands können nochmal separat angelegt werden. Dann die Kategorien ja genauso. Die Kategorien haben immer eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, man kann ja vorne auch nur eine Kategorie auswählen. Also ein Kleidungsstück kann euch mehrere Kategorien haben. Wird dann aber auch in jeder Kategorie gefiltert. Also ein Kleidungsstück, was zum Beispiel für Frauen und für Männer tragbar ist, kann dann auch in beiden Kategorien auftauchen. Und so könnt ihr dann auch mehrere Labels beziehungsweise Kategorien unterlegen. Also Hashtag-mäßig, ne? Ja, im Endeffekt, ja. Okay. Quantity, also die Menge, ist so eingestellt, wenn auf 0, dann out of stock. Perfekt. Wenn mehr als 0 verfügbar. Und wenn gar nichts drin ist, also auch keine 0, dann taucht automatisch, also wenn du mal die 0 rauslöscht, dann siehst du, dann kommt so ein Unendlichkeitszeichen. Ja. Ja. Das bedeutet, unendlich verfügbar. Stangenware. Ah, okay, Stangenware. Ja, ja, perfekt. Perfekt. Sie denken schon drei Schritte an Sachen, da denke ich erst morgen dran. Ja. Gut, das ist jetzt auf jeden Fall halt mit diesem Plugin mit drin gewesen. Ihr musstet da nur ein paar Sachen anpassen, weil das war tatsächlich noch nicht so hundertprozentig funktional, was da angeboten wurde. So, dann haben wir Galerie unten. Kann man ein oder mehrere Bilder natürlich hochladen. Ja. Reihenfolge ist von links nach rechts. Das heißt, das Bild, was ganz links ist, ist immer das, was auch in der Vorschau angezeigt wird. Wenn man mehrere mal nehmen möchte. Ansonsten, wenn nur eins drin ist, wird das für die Vorschau gefittet automatisch. Und natürlich dann im Detail auch angezeigt. Ja, logisch. Attachments kann man verwenden, wenn man zum Beispiel, doofes Beispiel, noch AGBs mit ans Produkt hängen möchte. Oder, keine Ahnung. Also, wenn man Dokumente. AGB und Euler, ja. Ja, wenn man noch Dokumente an irgendwas dranhängen möchte, an ein Produkt. Oder vielleicht eine Größentabelle, keine Ahnung, ein PDF, dann könnte man da auch noch was hinzufügen. Ja. Die Tabs oben, ähm, hab ich soweit nicht mehr, ähm, denke ich, brauchen wir so nicht. Weil Varianten, glaube ich, benötigen wir hier nicht so wirklich. Also Größenvarianten. Weil wir haben ja schon abgefangen mit Kategorie Männlein, Weiblein. Ja, ich hatte nur überlegt, Varianten, wenn ich sage, man hat so Bandana-Top. Und dann sagt man, eine Variante könnte sein Rot, Blau, Gelb. Aber da die eh alle gleich teuer sind, packen wir die alle eine in die Galerie und fertig. Ja. Dann können die ja draufklicken und dann Bandana-Top seid in Rot. Richtig, entscheidend tut sich der Kunde ja sowieso dann vor Ort, welches Ende. Meitlin! Ja. Sehr gut. Äh, was noch, was es noch gibt, was ich auch im Beispiel drin habe, Description. Da kann man dann diese lange Description noch, wenn man noch einen Text dazu schreiben möchte, der wird dann auch im Detail angezeigt. Der wird nicht in der Vorschau angezeigt. Also wenn man über das Produkt was schreiben möchte, kann man das hier tun. Und Package ist komplett uninteressant, weil wir haben hier keinen Versanddienst. Ähm, so, das zu den Items. Ja. Einfach mal austoben. Ähm, vielleicht, dass wir noch mal ganz kurz, äh, ganz vorne auf Details gehen, beziehungsweise was wir rechts sehen, ist noch wichtig. Beziehungsweise wir müssten eigentlich oben anfangen. Äh, wir haben oben noch zwei Sachen, nämlich Name und Base Unit Price. Ah, ja. Ähm, genau, die zwei Sachen müssen natürlich ausgefüllt sein. Name ist der Produktname. Und beim Unit Price, ähm, da kommt halt der eigentliche Verkaufspreis rein. Und auf der rechten Seite kann man dann sagen, entweder, ja, man zeigt noch nicht das Produkt oder unten, ähm, an Offer. Das heißt, wir können hier eine Rabattierung aktivieren. Und wenn man das aktiviert, kannst du gerne mal machen, sieht man oben die Möglichkeit, einen, ähm, Ursprungspreis einzugeben. Und, ähm, dann wird das auch vorne im Shop so angezeigt, dass das herunter-, also reduziert ist. Oh, geil. Ja, cool. Das ist cool. So. Irgendwelche Fragen zu den Items, beziehungsweise zu den Kategorien? Ich glaube nicht, oder? Wäre alles simpel, ja. Also ich auch nicht. Ja. Bist du sicher, dass du keine Frage hast, Mila? Nicht, ja, keine Frage. Bist du ganz sicher? Das kommt noch mit der Zeit dann. Ja, alles verstanden. Okay, Mila, kannst du mir nochmal sagen, wie das war, äh, bei den Items, ne? Ich muss mal eben kurz auf die Netze. Sehr schön. Hör gut zu, solange ich weg bin. Okay. Oh Gott, sehr gut. Schön. Ja, die muss groß, hat man schon gerochen. Oh Gott. Ähm. Wird mich das Gespräch noch länger verfolgen heute, glaube ich. Ähm. So, dann zurück. Ähm. Naja, auf jeden Fall ein guter Lacher. Ähm. Da habe ich nachher noch was zum Schmunzeln. Geh. Ähm. Was zum Riechen? Ähm. Nix. Halt die Klappe, Max. Ähm. Genau. Shops immer durch. Das zum Produkte einstellen. Passt. Dann haben wir oben noch weitere Sachen. Und zwar Partners. Ja. Das ist das, was wir derzeitlich noch aktiv haben. Da könnt ihr Bilder hochladen, eine URL angeben, die Dinger sortieren und könnt halt eure Partner einpflegen. Ähm. Beispiel habt ihr... Dürfen wir die Partner drin lassen? Also... Den ist noch ein Partner. Die beiden, die jetzt quasi drin sind. Ja, das ist U-Live und Live Invader. Sollen wir das so... Ja, gut. Dann würden wir halt einen rauskillen. Weil U-Live ist Live Invader. Ja, ja. Sollen wir... Ja, dann lass U-Live drin. Wollen Sie... Sollen wir das machen mit Partner oder... Weiß nicht mal, was das bringt, aber... Das ist einfach nur gegenseitige Promotion. Ja. Ja. Ja, klar. Können wir das gerne machen. Ja, okay. Sollen wir dann Live Invader oder U-Live drin lassen? U-Live ist bekannter. Ich glaube, U-Live ist bekannter, ja. Okay, dann lösche ich. Genau. Einfach mal. Kann ich dir auch einfach sagen... Kann ich dir auch drin lassen und sagen... Ah, nee. Ich kann sagen... Inactive. Top. Machen wir das doch einfach so. Danke. Wer weiß. Vielleicht kommt bald Live Invader und U-Live nicht mehr. Vielleicht. Ja, ja. Genau. Ja, ich glaube auch nicht, aber mein Gott. Ich bin immer einer, der alles historisiert. Jawohl. Nee, passt. Perfekt. Dann schauen wir noch mal auf das Wort. Ja, aber wir können die Mila jetzt trotzdem nochmal fragen. Ja, also Mila. Bei den Items, ne? Ja. Kategorien. Mhm, Kategorien. Moment. Ja. Ja. Wie war das nochmal mit dem Zuordnen? Wie viele Kategorien darf ich per Item dazu machen? Alle. Alle? Ja. Ja. Okay, dann... Danke. Das war mein... Ja, jetzt hat sich die Lücke gefüllt. Ja, super. Hast du es jetzt verstanden? Ja, danke. Sorry, sorry, sorry. Hilfe. Sorry, ich wollte dich aufhalten. Boah, hat man sich nicht durften fragen. Ja, ja, ja. Dann können wir ja jetzt auch weitermachen, oder? Können wir machen, ja. Dann fahren Sie bitte fort. Ich bin ganz... Sehr gut. Partner haben wir eigentlich... Ja, Partner ist klar. Bild hochladen, URL eingeben, sortieren, wird angezeigt. Fertig. Ja, logisch. Employees, also Mitarbeiter... Das Team, ja. Ist im Endeffekt genauso aufgebaut wie Partner. Wir können ja mal in den John reingehen. Ja. Boah, hä? Wie gehen wir jetzt in den rein? John Doe. Ja. Wie der Nickelodeon hört. Ja. Ich bin vergeben. Hier ist... Aber kann man nicht... Dass wir die Bilder im gleichen Format nutzen. Also, wenn Bilder von Mitarbeitern gemacht werden, dann sollten die bestenfalls in der gleichen Auflösung sein. Also, am besten, ich empfehle 1024 mal 1024. Das ist eine Auflösung, die reicht für einen Mitarbeiter völlig aus. Für einen Mitarbeiterbild. Aber dass die halt auch einfach, damit es auch gescheit aussieht, dass man alle gleich hat. Und nicht bei einem Hochkant und bei der anderen... Ja, der John ist eh nicht so oft da. Der macht immer nur, wie er Bock hat. Da können wir zwei Pixeln machen beim John. Da reicht das. Ja. Schwarz für das Gesicht und weiß für den Zahn. Machen wir so ein Mr. X-Bild mit dem Fragezeichen drin. Ja. Okay. Ja, das ist easy. Kriegen wir... Das... Ja. Kriegen wir hin. Die Frage bei IDs... Also, die ist nicht veränderbar. Das ist automatisch. Ist einfach eine Datensatz-ID. Ja, ja, ja. Und bei Name trägt man dann einfach den Namen ein und die zusätzlichen Felder unten ignorieren, weil ihr wollt ja nur den Namen. Wenn wir dann später noch was dazu haben wollen, können wir die Felder nutzen und einbauen. Das ist gar kein Problem. Okay. Da aber die Employees haben nichts zu tun mit den Accounts. Richtig. Das ist wirklich nur für die Ansicht auf der Seite. Zu den Accounts kommen wir dann am Schluss. Ja. Gut. Kleine Info. Mit dem Account gibt es natürlich noch ein bisschen Zugriff auf mehrere Sachen. Ja. Ich habe zwar ein Backup, aber am besten nichts drücken oder machen, was wir nicht besprochen haben. Keine Updates machen. Und vor allem im Bereich CMS, da sind die ganzen Dateien hinterlegt, die dafür zuständig sind, dass das Ding funktioniert, da auch nichts selber drin verändern, weil sonst nachher vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Ach, sogar der JavaScript. Ah, schön. Hm? Der JavaScript ist auch dabei. Der Herr JavaScript ist auch dabei, ja. Da können wir dem ja, da können wir das doch der Nickelodeon geben. Nee, habe ich verstanden. Ich verstehe, also kenne ich. Weil ich muss einen zum Super Admin machen, damit die Person dann auch weitere Mitarbeiter erstellen kann, Logins dafür. Aber das heißt auch gleichzeitig, dass man natürlich Zugriff auf die Templates bekommt. Ja. Okay. So, dann haben wir eigentlich das, was man vorne auf der Frontseite sieht, haben wir eigentlich durch. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zum Bereich Settings. Über die Settings kommen wir nämlich auch nochmal in den Bereich Frontend Theme. Das war das. Ja, hat ich gesehen, ja. Genau, da haben wir dann oben nochmal das Template und dort könnten wir jetzt auch nochmal auf Customize drücken. Und dann haben wir wieder die Einstellungen. Aber am einfachsten geht es eigentlich über das Dashboard, und dann über das Dashboard auf Customize Theme. Ja, ich denke mal, das soll bloß bleiben. Kann man das dort ändern mit der Leitstelle. Genau. Settings. Da ist noch eins wichtig. Und zwar... Wo ist's? Administratoren. Also Administrators. In den Settings. Ja, ja, ja. Habe ich. Genau, so, hier sind die ganzen Nutzer. Mich gibt's zweimal, weil ich hab jetzt einmal einen Test-Account und einmal natürlich einen Entwicklungs-Account. Und hier können die ganzen Leute angelegt werden, die Zugriff aufs System bekommen sollen. Ja. Bei E-Mail ist eigentlich im Endeffekt egal. Man kann durchaus eine E-Mail eintragen. Wenn man mal das Passwort vergessen hat, kann man sich das zusenden. Muss aber nicht. Man kann auch irgendwas reinschreiben. Okay. Ja, aber kann man schon nutzen. Ansonsten gibt's mich oder jemanden von euch, der die Passwörter im Notfall zurücksetzen kann, falls jemand mal sein Passwort vergisst. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir zum guter Letzt. Machen wir am besten noch zusammen einen Account, würde ich sagen. Ja. Ja. Danke schön für Wister im neunten Monat. Und Huken. Schon einfach. Können wir schon gleich die coolen Bilder machen? Nee. Lauder. Wie, wir haben schon Fotoshooting gemacht? Genau. Ich meine Mitarbeiterbilder. Ja, da kommst du nicht drauf. Ha, ha. Ha, ha. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Nutzer anlege, gebe ich dem erstmal ein Standardpasswort. Genau. Ja, oder er gibt seinen E-Mail-Preis und macht das dann selber. Richtig. Ja, so habe ich das auch verstanden. Also, man kann es über E-Mail machen, aber es gibt... Leute, die keine E-Mails wollen. Ich lasse oben das Super-User raus. Genau. Ich nehme Publisher und Developer, lasse ich auch weg, weil sonst machen die da zu viel kaputt. Nee, Publisher brauchen. Also eins muss angeklickt werden. Ja. Und das wäre in dem Fall der Publisher. Okay. Dann könntest du, schick mir mal ein Passwort. Nimm einfach... Drei. Nein. Muss ich das jetzt machen? Ja. Ja, Junge. Oha. Hat der Passwort-Generator gekickt. Denn schon, denn schon. Nicht, dass die Mila sich da einloggt. Ja, ja. Ich kenne dein Passwort. Ja, wie ist das denn? Eins, zwei, Passwort, eins, zwei, also für Zeichen. Bad Gott-Code 550. With Message 555. Replying denied. Oh, oh. Ähm, ah, Moment. Hacker, wir haben Hacker. Nee, äh, war da zufällig noch, ähm, Send Invitation by E-Mail. War das vielleicht noch angehakt? Ah, ja, okay. Ja. Dann nochmal create. Mann, Jack, passt doch auf. Administrator created. Top. Könnte, schreib dir das auch. Ja, ja, ja. Sonst kommst du morgen wieder und ich muss der Passwort zurücksetzen. Was? Was? Genau, also hier ist es immer wichtig, das E-Mail raussenden, deaktivieren. Ja. Ähm, so, dann haben wir den Login und irgendeine E-Mail. Ähm, ja, ja, ja. Kann man auch irgendwas reinschreiben, was es so nicht gibt. Oder man kann auch natürlich die Stadt-E-Mail nehmen hier. Ähm. Und ansonsten, ja, wichtig, klar, Passwort und dann auf Publisher unten. Ja. Kein Super-User geben. Ja, genau. Dann passt das. Kann ich wieder mitmachen? So können dann die Leute, dann können die Leute auch sich einloggen. Können wir auch gleich mal testen. Vielleicht einmal noch kurz den Backend-Link rübergeben, dann kann man ja gleich mal gucken, ob das alles so passt. Nein, du darfst nicht. Okay. Boah, ich werde hier irgendwie müde. Ja, könntest du, du musst das mal testen, ne? Ob du dich einloggen kannst. Ja, kann ich. Ich bin drin. Wird top. Super. Super. Das ist ja schon echt ziemlich professionell. Ja, 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 ja. Das ist gut. Oha, mit Dashboard. Oh mein Gott, das Dashboard, Bruder. Ja, ist noch nicht zu. Kann ich sehen, wie viele Zugriffe wir hatten in den letzten zwei, drei Tagen? Äh, nee, tatsächlich haben wir das nicht. Kann ich aber einrichten, dass wir sowas sehen können. Okay. Was wäre denn? Nee, wenn nicht, dann nicht. Sieht schon echt gut aus. Bin ich auch. Dann würde ich sagen, einfach mal starten. Nein! Produkte hochladen, die, ähm, natürlich die von mir alle einfach mal rauslöschen. Ja, ja, klar. Ähm, ja, wenn, wenn das dann alles so passt, einfach mal abrufieren. Und wenn irgendwelche Fragen sind, gerne durchrufen. Ja. Ähm, ich ziehe heute Abend auch nochmal ein Backup von der Datenbank. Falls dann irgendwas schief geht, hab ich dann auf jeden Fall auch ein Backup. Ähm, ansonsten ist das Ding live. Ähm, Frage in die Runde, wer will sich drum kümmern, dass das, äh, bei der Stadtverwaltung noch, äh, freigegeben wird? Äh, ich. Äh, ist schon, ist schon. Ist schon, ist schon freigegeben. Ist freigegeben, ja, ja. Ach so, okay, passt. Perfekt. Dann, dann, hab ich nichts gesagt. Ich hab mich jetzt beruhigt. Ja, warten Sie kurz. Okay, dann setz dich wieder. Schön, dass du auch hier bist. Ja. Ja, ja, doch, doch, doch. Ah, nee. Wurde aber zugesprochen. Ja, okay. Aber muss dann nur noch wohl äh, ganz, ganz richtig gemacht werden. Können Sie das nachvollziehen? Äh, ja. Ja. Das dauert bestimmt, bis das ein bisschen freigeschaltet wird. Also. Ja, ja, natürlich. Ich werd müde hier in der Halle, ne? Bei dem gedämpften Licht und so. Mach die Augen zu. Ja, dann penne ich ein. Oder auf. Meine Augen sind auf. Hinten dann noch irgendwelche Fragen, erst mal. Nö. Ich soweit keine. Wir sind soweit. Dann machen wir Pause. Haben wir dann mit dem Preis schon geklärt? Ja, ja, ja. Wurde schon bezahlt? Äh, kommt jetzt sofort. Äh, Bar oder mit Karte? Äh, ich muss tatsächlich noch Bar annehmen. Deswegen müssten wir da wahrscheinlich an den Automaten gehen. Kein Problem. Ähm. Ja. Ist an der Steuer vorbei. Ne, das ist ja echt voll cozy in der Halle. Nee, nee, nee. Huch. Ich, ich stelle recht, also, ich, ich kann keine Karten annehmen, aber Rechnungen stelle ich aus. Ach, wir können das doch schwarz machen. Nö, nö. Das passt schon. Ist Jacke wie Hose. Nee, 10%. Hast du das mit dem Muffin geklärt, Jörg? Was? Ja. Der kriegt doch, der kriegt doch schon wieder nichts mit, Alter. Ja, egal, bezahlt. Ist vom Filmkonto. Ja, 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 klar. Super. Nee, also, wenn dann sonst nichts mehr ist, gerne durchrufen, wenn noch Fragen sind. Können wir da in der Seite ein Bitcoin-Main einbauen? Wie bitte? Oh, ja. Nein. Können wir da einbauen? Ein Bitcoin-Mainer über Java. Können wir sowas machen, dass die direkt was runterladen und dann haben die so ganz viele Toolbars oben? Wir brauchen noch Werbung. Okay, also, Dings, wir müssen Lorem Ipsum raus und dann das freigeben. Wir können zur Bank. Okay, super. Links kommt immer so, dass irgendwie 20 Kilometer und mich sucht jemand. Mila, wir fahren jetzt noch zur Bank. Sehr gerne. Staatsbank aber, ne? Warum? Wie, warum? RTM Geld. Ach so, wir müssen am Automaten so viel Geld erfüllen. Okay, alles klar. Ja, ja. Ja. Dann frage ich mich, warum die immer den Kassierer überfallen und nicht den ATL entspringen. Lass es doch machen, komm. Tschüss, Schlange. Ich hab schon, Junge, unser Fliege, Alter. Oh, hier draußen ist deutlich besser. Ja, scheiß Architekt. Nee, Mann, da drin, ey. Das ist echt chillig da drunter. Musst du mal... Das haben wir doch echt gute Regeln, oder? Stimmt, was eigentlich mit der Shisha war? Haben wir gecancelt. Auch das Geld schon? Das Geld habt ihr... Was sagst du? Nehmen sie mich mit. Wie, das Geld haben wir? Das Geld habt ihr gestern bekommen. Mann, hä? Wo? Ja, du hast... Ja, du hast... Ja, du hast... Ja, du hast... Die eine Million? Ja. Achso. Nee, nee, das hat Max. Nein, ich hab's nicht. Haben wir jetzt echt zum Geldautomaten? Lüge nicht. Ich lüge nicht. Fahr auch zur Bank zurück. Gülf hat gestern geweint, weil der meinte, mit 200.000 kann er sich nicht das holen, dann muss er mal warten, wenn wir wieder da sind. Dann soll er arbeiten gehen. Als ob der arbeiten geht. Er schien sehr verwirrt. Also über Settings atmen, da können wir Mitarbeiter den Zugriff geben, ja? Habe ich das so richtig verstanden? Nee, wir müssen den Benutzerkunden anlegen. Ja, ja, meine ich ja. Ja. Ja, super, okay. Dann habe ich das... Habe ich gut verstanden, ja. Und E-Mail raussenden, immer der... Ja, okay. Alles klar. Raus, genau. Genau, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, richtig, richtig. Ich krieg dem jetzt eine halbe Million, ne? Ja, kostet das so viel? Ja, fast. Denk hält und das ist der Schnellmachen-Bonus. Ich erzähl dir gleich ein Geheimnis über Jack, okay? Was? Trink dir mir nur 500 Dollar in der Hand. Ja, sag erst tränke jetzt. Mach mal. Warte, Emilia, was für ein Geheimnis? Ein Geheimnis von... ...de ich dir gleich. Okay. Pass auf, ja. Ja, ich passe auf. Der Jack... Ja. Der Jack hat das Gefühl... Nee. Stimmt, das war ich. Jack glaubt, dass der mein Vater ist. Der hat so Gefühle für mich. Wer? Na, unser Jack. Wer ist dein Vater? Na, Jack sagt, der können mein Vater sein. So Gefühle hat der. Hat er mir gesagt? Oh, die da drüben wollen glaub ich was brettern. Pass auf, pass auf, pass auf. Wer? Der hinter uns. Hä? Ja, 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 die sind alle stehen geblieben. Gerade drei Autos. Die knacken ready. Sehen nichts hinter uns. Bist du... Was? Bist du auf Crack? Leider nicht. Möchtest du auf Keck sein? Ja, ich möchte auf Keck sein. Weil da überhaupt einer mit uns zusammenarbeitet. Hä, warum? Wir sind auf Seuss. Was Geld nicht alles macht. Ich bin froh sein, dass heute hier keine Geiselnahme ist. Sie haben jetzt kein Geld davon können. Gerade gleich hinter uns, pass auf. Wie geht's euch denn so? Also ich bin ganz ehrlich, nach dem Gespräch schon in der Halle sitzen, die so abgedunkelt ist, bin ich absolut müde auf einmal. Absolut müde. Ich kann mir sowas auch nicht anhören, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ein wildes Abenteuer. Ich hab schon nach dem ersten Satz abgeschaltet. Ich hab voll zugehört. Du willst ein wildes Abenteuer erleben? Ja. Warte, dann willst du auf den Berg. Was ist eigentlich mit unserer Hochzeit, Mila? Hast du B-Ock? B-Ock? Ja, hast du Bock? Achso. Was geht ab, Max? Ja. Boah, wann denn, ne? Ich hab noch relativ vollen Termin verwendet. Ähm, jetzt. Ähm, jetzt. Äh, boah. Ich schließe das Auto schon mal ab. Kommt hier nicht raus. Ich hab gar keinen Kai. Ja, dann gehen wir immer zum Hafen, dann packen wir das aus. Dann stangen gleich für eine halbe Million. Ich hab gar nicht meine Freunde Bescheid gesagt. Welche Freunde denn? Ich sitz doch hier. Nein, ich hab einen bestesten Freund jetzt schon. Ja? Wen? Ja, die Enttäuschung. Ruf den mal an, frag den mal, was der davon hält. Oh, oh. Ähm, okay. Sag mal, könntest du es nicht, ob er mit dir duschen geht? Guck mal, was er sagt. Äh, äh, iiih. Nein, das sag ich nicht. Die geht eh nie duschen, deshalb sagt er auch iiih. Oh, hallo. Sag mal, was hältst du davon, mein bestester Freund zu sein? Fertig? Ja. Ich hab jetzt absolut gar keinen Bock, in den Park zu fahren, Alter. Aber ich sollte dich anrufen und fragen, was du davon hältst. Dass wir beste Freunde sind. Du sollst fragen, was der davon hält, wenn du mich heiratest. Ach so. Äh, ich soll dich fragen, was ich davon, was du davon hältst, wenn ich den Curtis heirate. Ja, du sollst es sagen. Weil, wenn, dann musst du natürlich für mich da sein. Wenn du weißt, wer ist dann meine Braut, Brautjungfrau. Ja, und du musst neben, neben, keine Ahnung. Was weiß ich, wo steht man denn, wenn man heiratet? Du musst neben mir sein, auf jeden Fall. Neben Unicorn musst du bei mir stehen. Äh, Dings, Max fehlt. Max fehlt. Wie? Der hat rumgeschrien. Oika, Oika. Wann? Das ist eine gute Frage. Pff. Keine Ahnung. Äh, weiß ich noch nicht. Also die haben gesagt, jetzt. Aber jetzt wäre ja ein bisschen hurtig, ne? Wo denn? Ja, warte einfach hier. Jetzt? Nein, nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Aber hier ist, hier ist gut zum heiraten. Nein, du weißt gar nicht, wo ich bin. Hier, hier heiratet ihr. Ja, ja, ja. Nee, das ist nicht wahr. Das wird gut. Ja, ich habe gerade einen krassen Deal gemacht. Die Frage ist, sollen wir jetzt noch mal kurz Erinnern rufen und obreien? Wegen Fotos kurz für Mitarbeiter? Weißt du, noch ein bisschen hell, dann haben wir Fotos. Kleiderkampagne. Ja, wer kommt denn da alles drauf? Kleiderladen. Und der Maffeln fehlt, ne? Unser Kleiderladen. Du, ich. Ja, ist ja egal, wer nicht fehlt. Da habe ich einen Deal gemacht, nur hat nur drei Dollar gekostet. Da muss ich ja mal ein T-Shirt holen gehen. Ja, und V.A. auch, ne? Ja, und die sieht super teilt aus. Ich glaube, der macht sehr viel Administrativist für die Webseite. Und über die Settings und Administrativist kann ich Mitarbeiterprofile machen. Ich rufe mal V.A. Die E-Mail ist egal, die ich dann angebe. Ich muss nur... Du redest mit dem mehr als mit mir, ne? Das ist nicht wahr. Ich erkläre den gerade, was ich zugehört. Also jetzt auf jeden Fall nicht, okay? Ich werde deinen besten Freund töten, ich sag's dir. Ja, du, ich lade dich dann ein, aber jetzt... Frag mal, ob der meine Dingsfigur schon besorgt hat, die Actionfigur. Ich soll dich... Lumia, natürlich. Ich soll dich fragen, ob du die Action... 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 ...wovon Kürtisch schon hast. Tschüss. Äh, lass das morgen machen, dann sind alle da. Okay, supi. Die hat er schon. Ich hör's. Ja, top, sagt der. Er hat heute nur mal... England hat heute Geburtstag, als er... Cody. Wann, heute? Cody hat heute Geburtstag. Oh, Cody hat heute Geburtstag, weißt du das? Also gibt's Vicky Event bei Cody, so was. Nee, nee, der feiert in der... Ja, dein 20 Uhr, feiert der rein. ...einen Straße, Rogue Avenue, da wo die Pipeline war. Da feiert der. Wie ne Pipeline, Alter? Rogue Avenue, da feiert der irgendwie hoch. Halfpipe. Ich hab dem... Der Gyfi hat mit dem letztens gesprochen, ne? Als der Gyfi das T-Shirt anhatte. Und der hat gesagt... Ich auch. ...das T-Shirt hätte der Cody gerne. Mit dem Kokodal drauf. Ja. Die Frage ist, ob wir dem das schenken, auf ne Partnerschaft. Ich hab nicht zugehört, ich hab gepuppelt, was? Das Gute ist halt, in seinem Leben kann man nur Kicker-Werbung machen, ne? Ja, ja, ja. Die haben ja eh schon bei den Juli seine Werbung. Nein, heute kein Hochzeit. Kein Hochzeit heute. Und die haben ja sogar schon auf ihrem Box-Ding... Okay. ...stehen wir ja schon auch drauf, ne? Gut. Aber ich ruf an, wenn Hochzeit kommt. Ja, vielleicht erreicht mal Muffin bis dahin noch. Ja, wenn überhaupt kommt. Du kennst mich ja. So viel zu tun. Boah, redet die viel, Alter. Boah, die hätten die mehr als mit mir in einer Woche, Alter. Ich muss jetzt auflegen. Die meckern schon. Ich werd den so kaputt schlagen, wenn ich den seh, den Typ. Welchen? Ja, den Täuschung, wie der heißt. Mach ich. Du auch. Ich werd dem einfach direkt ne Faust drücken. Bis dann bist du davon. Wobei, der hat gestern, hat der Cody's umgehauen, ne? Cody hat gesagt, dass der den weggeschäppert hat. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, der Cody hat den Muffin weggehauen, hat der gesagt. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Wo die Pipeline? Wo war denn da ne Pipeline? Ne Halfpipe, meinst du? Ja, der broke. Oh, jetzt ruft mich der Typ von der Website an. Yep. Der hat deine Action-Visur. Ja. Oh, ein Penny. Ja. Oh, hat man oben noch so nen Stift. Und Chat? Wie geht's euch so? Ja. Das ist mein Penny. Äh, äh, ich hab den gefunden. Ich hab den verloren. Kranker Scheiß. Ach ja, und wann? Hm. Hm? Gestern, als ich gestern unterwegs war. Gestern, als du gestern unterwegs warst. Ja, ja. Und zufällig war ich gestern unterwegs und ich hab dich nicht gesehen. Du hast dich auch bei mir nicht gemeldet. Ja. Weil du ja auch meine Klamotten angezogen hast. Aha, und deshalb bist du mit deinem komischen Typ unterwegs gewesen. Ja, okay. Wir haben gespielt. Perfekt. Das ist cool. Ja. Das ist echt krank. Bist du eifers? Nee, nee, nee. Das ist cool. Ich danke. Äh, äh. Äh, äh. Ja, so. Äh, äh. Das ist einfach Webseiten-Genie. Ja, oder? Das ist echt krass. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Kenny, danke schön für Luisa mit Neupen. Da bin ich hin. Hast du halt schon wieder Süßigkeiten gegessen? Boah, ich glaub bei Dings. Olga, hast du gesehen? Als wir vorbeigefallen sind bei Olga Lange Schlange. Tschüss, tschüss, tschüss. Der schiebt mich auf die List. Hast du gehört? Boah, ich hör nur klatschen und singen, ey. Lila! Guck, wer zweifelt der jetzt? Komm gleich aus! Komm gleich aus! Komm gleich aus! Junge, da kannst du Geh-Nix-Rie machen. Heute Tag ist der Mann explodierte ein Baby rausmarschierte. Ja. Bäckerei, komm, mach aufgekackt. Ja. Mach aufgekackt. Mach die Scheibe runter, Junge, ich dreh durch. Wahnsinn zur Bäckerei. Nein, mach erst die Scheibe runter. Boah, mein Kopf ist gefickt, Alter. Warum? 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 Lack! Wohin mit dem? Hä? Wo? Missgestalt. Das Auto. Hast du das gesehen? Was für ein Auto? Dann war mit auf die Straße gefahren. Da ist er da vorne. Willkommen. Mohoi. Willkommen. Mohoi. Willkommen. Ja. Wenn ich mir das aussuchen könnte. Was ist hier los, Junge? Das ist ein neues hier. Hast du dich schon wieder umgezogen? Hast du ihn messen? Die wurden noch von Bomben weggeschickt aus der Westside. Echt? Schon lange. Schon ewig her. Ja. Einfach, geh zu den Downtown. Ich hab vergessen. Ich wollte irgendwo hin. Ich hab vergessen. Keine Ahnung, Alter. Auf Berg oder nicht? Jürgen nachkamen. Hier. Eine hier. Ermellow, weg, weg. Wovon ist das Lied? Ähm, von, ähm, Robot-Unicon-Attack. Da spielst du ein, ähm, Roboter-Einhorn, das fliegen kann sogar auch. Und du musst so Punkte einsammeln und durch Sterne und Sternmänner musst du durchfreschen. Bifis Scheiße kann man am Tag reden. Ufer. Bist du verrückt? Ja. Ich dreh durch. Hm, ich hättest gesagt, dass du mein Vater bist von Gefühl her, ne? Ja, ja. Ja. War cool hier. Ja, wir müssen irgendein Ding hiervon noch anbieten, ne, für ein Lager. Ja, Vespucci Blooms, hab ich schon angefragt. Blooms, wo Blooms? Ach, hier. Wo Blooms? Geht der Automat? Ja, klar geht der. Klar geht der Automat. Ah, nee. Geht es dir gut, mein Vollen? Die haben gesagt, Vespucci Blooms hat gesagt, äh, fickt euch. Aber komm mal mit. Komm mit. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ich hab sogar schon ein paar Kartons dann hier reingestellt. Das reicht vom Platz. Wir hatten ja nur drei LKWs, die kriegen wir hier unter. Das reicht niemals. Doch. Das reicht. Das kommt einem größer vor, als man denkt. Und hier sind noch Kartons, wo Stangenware drin ist, ne? Auch. Ja, das wird nicht reichen. Oh, nee, hier. Alles gut. Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber genau da. Nein. Genau. Da brauchen wir noch eine Kamera drin. Ja, das wird, okay, das wird schon reichen. Ja, 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 ja. Und Mila hinter der Kasse, oder was? Mila, hast du schon mal, hast du schon mal hinter der Kasse gearbeitet? Ich hab schon mal Geld da rausgenommen. Hast du schon mal kassiert? Ähm, nee, nur mit Bechstange. Rausgenommen. Also, du hast noch nie kassiert? Ähm, ich hab noch nie kassiert, nein. Ja. Meinst du jetzt Betta? Nee. Nee. Mit der Kasse gearbeitet? Nee, 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 das, ich, ähm, durfte nicht. Wie? Zu klein? Ich hab ja viel Sör gemacht, aber ich durfte nicht, ähm, die Kasse stehen, weil ich kann keinen Kopf rechnen. Und ich versteh' die, die Kringelchen auf den, auf den Dingeln hier nicht. Warum rechnest du nicht mit deinem Herz? Was bedeutet das nur? Die sehen lustig aus, aber ich versteh' nicht. Aber wenn ihr wollt, ich kann einfach preisraten. Kannst du mir was beantworten? Wo hast du die kennengelernt? Kindergarten. Ich muss nicht in die Schule, weil Mama und Papa waren nicht da. Und wenn die Briefe geschickt haben, dann hab ich die bekommen, nicht Mama und Papa. Hier fahr' das Käpt'n auf hoher See. Und wir gehen bei Penny einkaufen. Ist das Käpt'n Iglo? Ja, weißt du, was ist mit dem T-Shirt, Alter? Der Muffin ist nicht da, dann entscheiden wir das einfach machen, boah. Scheiß drauf. Ja, richtig. Ja, sehe ich auch so. Der Muffin ist doch minderjährig, statt gar nicht zu entscheiden. Hey, hey, hey. Mach dich weg. Ich bin okay. Enten sitzen die Kassenleute. Ja, die Kassierer sitzen enten. Nein. Was? Bleh. Bleh. Mh. Ist auch nix los, ne? Ja, heute ist auch Freitag. Ich spür' mein Gott, ich fühl mich so, als hätt' ich irgendwas vergessen, ne? Oh, ich weiß das. Und der Cody hat Geburtstag. Ne, der feiert rein. Feiert rein. Gehen wir da hin, ja? Ja. Ja, wo feiert der? In der Dings, ja. Da, wo wir damals die Barbecue-Party gemacht haben? Ja. Da wohnt der da? Ja. Ich glaub, ja, ja, ja. Ruf den jetzt, ähm, an. Ich ruf den nicht an, weil er ist besetzt. Oh, ne, Hilfe. Ich muss nicht bedeckt halten hier. Nein. Doch? Nein, die tun uns nix. Ah, okay. Die tun uns nix. Irgendwie tun denen nix. Ja, die sind doch nicht nachgebracht. Alles gut. Ah, okay. Ich schon. Was, wenn ich den Bademeister da noch finde? Auch nicht. Ja, hier. Und wer wohnt jetzt hier? Ja, Cody. Cody und Jiggy. Wollt's denn da für Autos? Wollt's mal kurz. Weiß ich nicht. Das hab ich gestern gelernt. Wo macht die da, Alter? Irgendwas stimmt mit dir heute nicht. Seitdem die mit dem Typen abhängt, Alter. Ja. Fehlt nur, dass sie Schminke in der Fresse hat. Fehlt nur, dass sie so komische Weep-Klamotten trägt. Der hat auch richtig geparkt. Die trägt ein Outfit, weil mehr wert ist, als alle Autos, die hier rumstehen. Kau. Ja, toll. Die parken alle richtig schön. Wie kann man falsch parken? Ja, wenn du zu weit auf Stast parkst. Und dann? Dann parkst du falsch. Und dann? Dann musst du zurück falsch parken. Ja, die sind von Grad Cambo. Ja, echt? Wo? Ja, ja, weiß ich nicht. Wo? Mit wem? In die Mauer? Ja, ja, ja. Gegen? Ja, die haben Auftrag, haben die gesagt. Stimmt. Auftrag? Die haben heute Web-Film bekommen. Was haben die? Web-Film bekommen. Wo weißt du das? Weil ich da war. Ach ja. Warst du das? Ja. Und bumm. Der hat mir das erzählt. Die müssen irgendwie... Haben wir jetzt heute schon alles geklärt dafür? Die müssen irgendwen einpacken. Oh. Kann wir dann jetzt spielen? Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Lass jemanden einpacken. War das denn mit dem... War das denn... Was haltet ihr davon, wenn wir den Scheiß hier mal aufrollen? Ja, was? Oh, jetzt? Nicht jetzt, nachher oder so noch. Ja, 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 ja. Aufräumen, wie auf... Ja, die ganzen Penner-Zelte umtreten und so. Die ganze Kacke hier weg, auf den Schrottplatz bringen. Boah, ich weiß ja nicht. Das ist ein guter Verstecker. Außerdem, hier vorne, da wohnt Giffy denn. Er kann doch jetzt in seinem neuen Motorrad wohnen. Da steht sie übrigens, da vorne links, ne? Wo? Was ist denn das hier rechts von dem Motorrad? Wer hat das da hingew... Das da? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, von Muffin. Ich hau den weg, ne, Alter. Da hinten ist das von Giffy. Das war das schöne Bike, was er gestern abholen musste. Ah, ja, ja, links. 3 Stunden, meinst du? Hier, hier jetzt links. Das ist das von Giffy. Boah, der ist absolut langweilig. Ich hab gar keinen Bock, hier rumzustehen. Gern, lass doch rumfahren. Kann wir spielen. Das stimmt, der Juri wollte rausfinden, wem der Dings gehört hat. Es gibt einen neuen Laden, es gibt einen neuen Laden, es gibt einen neuen Laden. Wo? Was denn? Ähm, oben im Norden, wo Essen und Tinken... Ah, da ist so ein Ding, das ist ein Rock-Event heute, ne? Da gibt's 7-6 on the Beach und so. Wo ist denn das, Mila? Ähm, das ist im Norden, ganz in Palito, ähm, gegenüber von, gegenüber von, gegenüber von dem Friseur. Ja. Da ist der neue Laden, ich war da gestern schon. Die haben Mozilla-Sticks und Selfen-Sex und die auch. Oh, Mozilla-Sticks? Die haben Selfen-Sex? Ja, Self-Sex on the Beach, das ist Alkohol-Fire-Sex on the Beach. Was kostet der? Ähm, der kostet nicht viel, kostet nicht viel. Mach schon leider, da seh ich so. Max, ich denke an PD16, ne? Egal, die ist nicht da. Du brichst ihr Herz. Max, Max, nicht schneller. Klatsch dir mal eine, Mila, klatsch dir mal eine. Mila, hey, hau, hey, hau. Hey, hau, hör auf, nicht zu sprechen, hör auf, ihr meint. Hör auf, auf mein Kinderarschzauern. Willst du gucken, wie alt ich bin? Hier, guck. Das Ding ist schon wieder los, Alter. Ja, ich gucke. Boah, 1995. Ja, von 22,6. Oh, oh, du hast ja auch bald Geburtstag. Ja. Hast du das gemerkt, Kürtis? Soll ich dir meine Ausweiszeit gucken? Nein. Alter, ich fall gleich mit dem Kopf auf die Dings drauf. 98, die Mila ist älter als du, Max. Äh, äh. Ja, und? Du bist ein Fruchtzwerg. Du bist ein Fruchtzwerg. Nein, nein. Nein, nein, Mann. Jetzt hat man zwei Kinder dabei. Äh, äh. Wann sind wir da? Max ist angefangen. Du musst kurz halten, ich muss für Bier. Warte, bleib stehen. Nein. Oh, okay. Was ist mit dir? Der ist falsch, Parker. Du bist Multimillionär, was? Der ist falsch, Parker, Alter. Ich hab gestern ein Laserschwert bekommen. Ja? Ja. Von wem? Von Enttäuschung. Boah, da steckt dir jetzt sogar was. Ja, es ist echt. Ich hab den Arm nicht gesehen, ne? Boah, ich stecke dicke Sticheln. Was beschenkt er dich, als er sucht? Wusste, wusste, wusste. Ey, das ist mein einziger, bestester Freundin zu mir. Wusste, wusste. Ja, wir machen zwei draus, nicht schlimm. Äh, äh. Er verbringst du den Arm mit dem, dann beschenkt er dich. Was kommt als nächstes? Ähm, ja, aber... Dann zeigt er den Computer? Aber, jetzt, ähm... Nicht bull, nicht bull. Hold up, okay? Hands down. Ich hab... Wir sind nur Freunde. Wieso sind die Hände dann unten? Ähm, weil... Sagt man nicht so? Ich will mal, dass das ein krimineller Finger ist. Er ist so schleimig. Ich verspäche, da ist nix gewesen. Mit die Fingerspur. Mit Spucke sogar. Kannst du mir verraten, wo das hier ist? Recht zum Teufel geht nie, Alter. Ähm, weiter, weiter. Was ist denn hier los? Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Hier geht irgendeiner was klären. Die zeigen nur Präsenz. Boah, die Zeiten, Alter. Erinnert ihr euch schon? Das sind, glaube ich, die Dings, ne? Die decken Scheißyadis. Noch ein Stück. Ja? Orange-gelbe Karre. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein bisschen weiter. Noch ein Stück. Weiter. Da vorne rechts. Hier. Ja. Nein. Nein, hier ist eine Tankstelle. Hier, die Straße rechts. Dann. Nein. Hey, was machst du denn? Fick die Adis! Okay, dann jetzt die nächste rechts. Die haben einen Auftrag? Ja, super, Mila. Wow. Ich sag, die nächste Straße, verdammt noch. Das war eine Straße. Noch mal rechts. Und jetzt links. Können wir am Arsch lecken. Dreck hingegen. Ist so, Alter. Ich piss auf den Fack. Ich piss auf den Fack. Gerade aus. Piss auf den Fack. Oh mein Gott. Aua. Nein. Ja, warte auf. Also klar, Alter. Ich liebe Rage MP so sehr. Mann, was würden wir alles... Oh mein Gott. Ich würde die Mod echt vermissen, wenn die nicht mehr wäre. Freimt sich sogar. Crisscross, Dankeschön für den Prime. Zehnten Monat. Morgen wieder Peanut. bis zum nächsten Klamotten-Ding, äh... Moonshow-Ding. Wollen wir so grumpy mit kürzen? Bin ich wirklich, ne? Mehr Bolze. Ich merke das tatsächlich gar nicht. Aber ich will... Weiß ich auch nicht, weil ich mir leid. Ich wollte das klären wegen den Klamotten und so. Und wenn du was Neues hast oder was zu tun hast, macht das voll viel Spaß. Ja, mit dem Sellen dann und bla bla bla, aber trotzdem. Aber jetzt weiß ich ja wieder, okay, auf Curtis geht nichts, jetzt können wir wieder auf Peanut gehen. Da kann ich wirklich das Abenteuer erleben. Weil leider mit Curtis nicht möglich ist, weil der nicht so der Charakter ist. Oh mein Gott, der Server ist voll. Chat heute ist verflucht. Chat heute ist verflucht. Jetzt muss ich Juri's Charakter spielen. Der Rocker ist nur ein Event-Charakter für die Event-Truppe. Es gibt eine Gruppierung, die hat teilgemacht, die die Rocker bespielen. Die sind nur für Events zuständig. Ne, ne, da kommt regelmäßig nix. Das ist echt krass heftig, random Dings. Waffendealer kommt aber... Kommt auch nicht, niemals. Mit dem hab ich immer so... Eine halbe Stunde RP halt wart. Ich vermisse mein Dickerchen. Ich will Pina. Operator, hallo. Bambi! Das ist ja auch fresh, ne? Aber mach hier nicht schon mal, wie wir uns sehen. Hier ist was gemappt. Ah, oh. Ah, ja. Ah, ja. Ja, ja. Mit sechs Leuten dürfen die zusammen zocken, aber ist halt Event-Gruppe. Da sind, glaub ich, nie sechste Tonnen. Aber ich kann versprechen, dass ich bei jedem Event, was die machen, dabei bin. Und Two-Face, dankeschön für die Primes ab im siebten Monat. Ich dachte, heute gibt Rust, seit wann bestimmt Pinsel mein, äh, Stream-Ablauf, was ich spiele. Ich hab nie irgendwo kommuniziert, dass heute Rust gespielt wird. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, was fehlt, wenn es genau da stattfinden werden. Ich mach das auch nicht und ich kümmere mich da auch nicht drum. Das ist... Tai hat da irgendwas geplant. Das wird der schon uns mitteilen dann, wenn das soweit ist. Ich weiß nur, dass es spezielle Items und so ein Zeug geben wird. Aber welche Items werde ich nicht verraten. Ich möchte nicht spoilern. Ist man wieder Phasmophobia geplant? Haben wir doch letztes Mal gezockt. Ach nee, haben wir nicht. Haben wir? Doch bei Pinsel im Stream haben wir gespielt, ne? Ohne CPU-Kühler. Hallo, Luch. Und Popeye, dankeschön für den Prime-12. Du kleine, geile Biene. Dankeschön. Wir machen einfach... Komm, wir einigen uns einfach da drauf. Curtis mit dem Fashion-Shit. Vielleicht ein bisschen Ging, Ging, Ging. Und ansonsten Peanut. Jetzt klappt es die Master. Ja, Stradi, das stimmt. Bei den Rockern, mit den Events ist das geil, weil wir mit allen zusammenspielen, ne? So mit Tai, Walle, Janna Kahn und alle anderen alten Dexos. Ace. Vor den Hustlern und so. Ich sag ja nur ein bisschen Ging, Ging mit Kölis. Was passiert eigentlich, wenn ich hier sterbe? Ich bin drei Sekunden im Chat und dann disst mich einmal direkt. Hä, bist du nicht hier im MP, Junge? Mila hat doch gerade mit dir telefoniert. Sterben, gleich game restarten. Okay, dann machen wir lieber keine Tricks. Warte all die, mach gefälligst, worauf du Bock hast. Ja, darauf hab ich Bock. Fashion mit Curtis-Shit und Peanut. Trink mal R im Sprung, es gibt dir keine Ragdoll-Funktion. Da hat Rage MP irgendwann mal bei irgendeiner Version verkackt. Seitdem gebe ich die nicht mehr. Oder die ist nicht mehr gesinkt. Ach, du Stream-Snaps. Ja, dann geh ich nachher in der Suppenküche, lass ich es mal weg wollen. Was geht, Justin? Welcher Schaf von Curtis wärst du gerne? Peanut-Schmutz. Peanut ist am Füllen. Sektor ist tatsächlich auch Rage MP. Aber Sektor ist auf der allerneuesten Version davon. Auf der 1.1er-Version. Und da haben die extrem viel gesinkt. Also Rage MP selber. Und wir sind auf einer Version davor. Also Unity. Und falls die Frage kommt, Unity kann nicht einfach so updaten. Also auch auf 1.1er spielen. Da ist der Code nicht kompatibel mit. Ich weiß heute noch ganz genau, ob man auf GTA Live hier LKWs kaufen konnte. Genau hier. Dann halt alt wie. Ja, das wäre eine Alternative. Die 1.1er-Version von Rage MP ist fast so gut wie alt wie, aber alt wie ist nochmal ein Ticken besser. Hilft nur noch Serverwechsel. Schade. Auf welchem Server soll ich denn gehen? 5M, Yalla. Junge, 5M wäre richtig lustig. Geh auf Zimbaui ein bisschen von rechts. Ja, die Jungs sind ja auf Zimbaui, ne? Ich würde da hingehen, um Hallo zu sagen, aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Ding. Dies von rechts pushen Ding da ist. Da sind die Jungs Feuer und Flamme für ich nicht mehr so. Zeiten sind vorbei. Geh von P bis in Gambo. Zum Teufel ist Terminus, Alter. Family Life. Aber ich werde den Server nicht wechseln, weil ich mich auf Unity wohlfühle. Geht ja live schon online. Ne, die sind immer noch in der Mache. Eigentlich wollten die zu Anfang dieses Jahres releasen. Im Januar oder Februar schon. Aber die machen ganz oft chillig. 5M ist voll Kinder drin, Willa. Ich habe gestern noch reingeschnippelt. Ich habe fast echt nur aus dem Fenster geworfen. Oder du kannst 5M in eine Tonne kloppen. Weißt du, was da abgeht in der Community von der Mod, Junge? Da kannst du auf dem Discord 25 Dollar per 35 Dollar PaySafe-Cut sein. Dann kriegst du dann ein Custom-Auto und solche Gedöns. Ab auf Dirty. Dirty ist doch Ding. Das haben wir doch alles verloren. Habe ich gelesen. Werkleitung. Ja, Justin, das haben wir ja eh voll. Das haben wir ja schon im AP gesagt, ne? Oben mit dem Zentrum, was wir haben. Ich weiß nur noch nicht, wann wir das anfangen. Dass die Polizei uns irgendwelche Straftäter schickt und die bei uns Sozialschuld machen müssen und so eine Anti-Aggressions-Trainings-Kacke. Als streamen wir direkt am Inrechnung mit Haftbomben rummeln. Ja, das macht bestimmt super viel Spaß. Mein Factory-Rehab-Zone. Ich glaube, das... Apropos, warum habe ich immer so ein Präscher? Was für ein Placement, Bruder? Und warum schreibst du Hure? Hallo, Franzi, du Ärgerin. Ich habe einen Crash gehabt. Gibt keinen Charakterwechsel. Achso. Gerade bei der Wand, wo denn? Oh, Lucky's Online. Was geht ab, Timmar? Du hast doch gerade selber nur live verwandert. Ich weiß nicht, was du meinst. Lügezimmer, Lüge. Lüge. Du hast mit deinem Char das S von Schuhe weggemacht. Was? Wie fährt die Rau-Göns-Alles-Werbung auf den Paulein? Hatten wir die? Ich glaube, ich warte jetzt schon seit fünf Minuten. Junge, ich bin absolut los gerade. Lass mich bitte. Was für Schuhe? Ach so, okay. Du bist hier gar nicht auf dem Servertimmer, du Lügner. Du spielst gar keine P. Okay. Okay. Oh, klum, halber Goldfisch. Hallo, Next Game. Chat. Was ist mir an der Stelle hier im RP damals mal passiert? Oh mein Gott, wird den Stern. Genau hier. War sogar super lustig. Fühlt sich an wie Gumma hatte ich damals. Ja, selber Fistbank, selber ist hier in Armen voll. Aber bis so oben hin. Ich habe auch glaube ich noch nie so lange gewartet in meinem Leben auf Unity reinzukommen. Das ist echt schlimm gerade. Ja, ja, die RP-Gürtel war das. Und ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern. Da saßen wir hier alle und haben mit jemandem ein Gespräch geführt, der frech war. Mit wem haben wir hier geredet? Da saß, glaube ich, fast die gesamte Growth hier auf dem Boden. Naja, online, das hilft nix. Naja, nicht sticky. Ja, und Carlos wird ausgelacht wegen seinem Auto. Das war am Anfang, also fast am Anfang von Internet. Ich weiß das noch. Den Typen haben wir hier hinbestellt, weil der was gemacht hat. Und der kam dann hier hin und dann haben wir den gefragt, was das soll und so. Und ob der irgendwelche Probleme hat. Ich weiß das ganz genau noch. Genau, das war der Anwalt. Brainlords, danke schön für den Prime im 13. Monat. Vielen lieben Dank. Das war der Anwalt, der später bei uns zu Hause rumstand und der im RP geweint hat, wirklich geweint hat, weil den seine IC-Perle verlassen hat. Und die mit dem, irgendwem anders cringen gegangen ist. Nee, nee, das war nicht der Fox. Da war der Fox noch nicht unser Anwalt. Der kam später erst. Das war der Typ, der immer diesen grünen Anzug getragen hat. Ich glaube, ernst oder so ist der? Okay, nächste Frage. Auf irgendeinem Server habe ich mit Mila genau hier was abgezogen. Was habe ich mit Mila hier getan? Sprayen ist auch richtig, das war auf Unity. Genau, wir haben den Typen hier von der Party abgestochen. Und Fleisch von ihm gegessen, Alter. Ich habe ja sonst schon so viel erlebt in diesem Kackspiel, Alter. Und der hat sogar mitgespielt. Nee, das war kein Taxifahrer, der Typ war komplett maskiert. Keine Ahnung, wer das war. Der war in so einem Party-Suit. Komm, wir gehen mal nach Hause. Für all diese Momente bin ich zu vergesslich. Ich habe noch voll viel im Kopf. Ja, im Park wurde gebrettert, das war klar. Andere Frage. Wer hat den Junkie-Park erfunden? Also zumindest in unserer Bubble so. Wer hat die Leute da hingeholt? Und auf welchem Server? Wer hat gesagt, komm, wir hängen da mit Gangs ab und so? Alpino hat zuerst gesagt, Davis, ja, Holik. Holik war derjenige, der zu allen Gangs gesagt hat, komm, wir hängen da ein bisschen ab. Und das war auf welchem Server? Home State, richtig. Kann mich an GTA Live ändern, aber nicht so gut an der L. Ich weiß zumindest, dass das angefangen hat auf Alternet, am Anfang wegen diesen Hardcore-Geschichten, dass das da angefangen hat, dass man im Kreis gestanden ist. Und dass das sehr bedrückend war. Weil die gesamte Bubble von Alternet alle immer gesagt haben, ja, diesmal dürfte aber keine P mit dem Bowlers machen. Gang gekuschelt. Ihr kuschelt, ihr seid am Gang kuscheln. Boah, hier ist mein Zuhause für immer und ewig. Stinkt immer nur hier. Richtig, Fisch. Ich weiß das noch immer, ne? Und hier standen wir im Kreis. Boah, im Kreis. Aber das war nur ein richtiges Kreis, der P. Hier ist der Typ hochgelaufen, die Straße. Und dann hat, glaube ich, Therese oder Jamar hat ihn angeschossen, weil ich den Befehl gegeben habe. Dafür habe ich meinen ersten Strike bekommen. Wer weiß, was hier passiert ist noch auf der Mülltonne. An der Garage wurde nicht nur eine Person erschossen, an dem Abend wurden drei Personen dahin gerichtet. Ja, und Therese ist mit dem Roller da vorne gegen die Dings gekneitscht. Der vollidierte Hyäne. Ne, ne, drei waren nicht. Da war dieser Anwalt, da war da der Fisch und die Frau Grün. Die wurde später auch nah geholt und wurde da an die Wand gestellt. Junge, ich habe einfach kein Leben. Ich kenne alles noch. Ich weiß, dass hier Dings mich angefahren haben mit dem Fahrrad. Ich weiß, dass wir hier immer noch nicht, Alter. Hier standen, da hatte ich Übelzinn... Alter, ich weiß alles noch. Wenn ich hier lang laufe, dann erinnere ich mich an Lucky und dann Zolti, die hier standen und diesen Kriegstanz gemacht haben. Mit der Axt. Ja, Next Game, da waren wir ja gerade schon. Grain, danke schön für die Wieser im achten Monat. Und Tukulu. Was war nochmal mit dem Schwein und dem Lench? Das war nicht Lench, das war Kreuzfeld. Der war ja da dieser Metzger mit dem... Mit dem Dr. Pullemann. Ich weiß nicht mehr, wie sein Scheiß hieß. Der hat uns das Schwein noch gebracht. Da habe ich doch gesagt, im Ingame, also im EP, dass das Schwein nur eine Marke geben und das ins PD schicken und so. Und dann sagen alle, good morning, froh Kahn oder irgendwie so. Diefenbach, genau Diefenbach. Und Chat, und wer ist hier so lang gelaufen? War ganz frisch auf dem Server. Hat so nach links geguckt und gesagt, oh, hier hängen ja sogar Crips oder Bloods ab. Ich weiß den ganzen Shit noch, Alter. Vor allem mit der Leuchtpistole rübergeschossen zu den Ballers, so. Die Fights. Ich komme halt einfach nicht auf dem Server, ne? Wir warten schon eine Viertelstunde. Ja, Mann, die Nappas-Kinder. Aber der Begriff, den gibt es ja heute nicht mehr, die benutzen können, aber Koppas. Benutzen noch viele. Was geht ab, Mama? Gibt es von dem Schwein-Ding noch einen Clip? Irgendwo auf YouTube? Ja. Hier im Channel nicht mehr. Ich musste ja alles deliten. Als das PD mit fünf Panzern in den Projects wollten und verjagt wurden. Auf der Kreuzung immer Taser-Tag, stimmt. Oder hier, das Lowrider-Treffen auf der Kreuzung. Da war sogar Lange und Dings dabei, Nils und so. Weiß ich auch noch. Und wir haben nur Scheiße gebaut auf GTA Live, ne? Also wirklich. Wer sich die alten Clips und so anguckt, wir haben nur Scheiße gebaut und niemand hat gemeckert. So fast wie auf Unity. Obwohl du auf Unity nicht so krasse Scheiße bauen darfst. Aber keiner hat gemeckert. Wir haben trotzdem erfehlt. Alles war neu. Alles war cool. Ja, wir haben nur Scheiße gebaut, Alter. Der Carlos da hinten an der Tankstelle, da gibt es auch noch einen Clip. Ging das Schild da hinten. Er drohte. Der Carlos ist mit einem irgendeinem verkackten Helikopter geflogen und einfach rausgesprungen und dann mit dem Fallschirm dagegen geknallt. 500 Slots zum Plicks. Oh, was ist das denn, Alter? Hallo? Oder auf dem Schwarzwasser anwesend, ey. Einfach aus dem Helikopter gesprungen, in den Pool gelandet und so, da er keine Sorge juckt. Die Melanie vom Dings. Vor dem Polizeireviel der Autokurs ist Schande. Boah, noch eine Funfrage, warte. Ich komme eh nicht drauf. Das Tankstellen, das ist jetzt der jetzige Kreis. Chat, Frage. Wen haben wir hier kennengelernt? Nee, nicht Young OG. Nee, nicht Young OG. Also nicht Young Suck OG. Okay, Maximex hat schon mal einen richtig Bienenstich. Ja, aber noch eine Person. Nein, nicht Hollig. Hollig haben wir kennengelernt am Strand. Ferris, Mann. Und ich glaube Young Suck war damals der Bruder von ihm oder so. Ach, hieß der Young OG damals schon? Dann verwechsel ich den immer mit Dings. Ja, okay, dann habt ihr recht. Ja, da hinten brauche ich gar nicht hinlaufen, da war ja die Hochzeit. Ich hatte auf der alten Festplatte so übelst viele gute Clips gespeichert, aber die ist kaputt. Hier haben wir nie viel abgehangen, ne? Hier habe ich nur Erinnerungen daran, dass ich hier Fahrrad, also BMX fahren gelernt habe. An der Mauer. An der. Das war so der Erste, der damals den englischen Slang ins Deutsche AP reingebracht hat. Das stimmt. Doch in dem Haus hier waren wir mal. Ich weiß gar nicht, ob das bespielt wird auf Unity. Oh, das ist Oma Turtle. Ah, stimmt. Statt, wen habe ich hier erschossen? Ist Rakim dein Relief oder? Nein, nein. Genau, hier habe ich es heute erschossen. Durch die Tür. Mit der Shotgun. Boah, der Petersen. Wo habe ich den Petersen eigentlich das letzte Mal getroffen? War das auf Homestead? Ich glaube schon. Ich glaube, das war auf Homestead und der wollte da wieder eine Mafia gründen und wir haben denen Geld gegeben und so, damit er sich aufbauen kann. Haben wir auf GTA Live haben wir Unicor noch abgehangen? Hatte der Laden überhaupt auf? Nein, hatte der nicht. Hundertprozentig nicht. Weil ich weiß noch ganz genau, die Klamotten-MPCs, die haben nicht mal fertig gemacht, die Türen aufzumachen, Alter. Die Klamotten-MPCs standen einfach hier. Vor der Tür. Gar nicht, ne? Nicht mal der Junkie-Puck oder so wurde irgendwie auch nur ansatzweise bespielt. Das ist schon mega lange her. Überleg mal. 2017 hat es angefangen. Und ich habe angefangen zu streamen. Da war der Server, glaube ich, eine Woche live. Ein oder zwei Wochen war der erst live. Und Rakeem hat sogar eher vor mir angefangen zu streamen. Aber sein Computer war noch beschissen als meiner. Und ich habe nur gestreamt, weil ich irgendwie was haben wollte, damit mir einer irgendwie Scheiße baut im RP. Und damals, die sind immer, ja, du musst ein Video machen, du musst ein Video machen. Und den ersten Host habe ich bekommen von Pedersen. Ja, oder mit dir? Das stimmt allerdings, ne? Wie lange wir die Scheißstadt schon sehen, Alter. Ich kenne hier jeden Winkel. Und ich erinnere mich an so viel... was ist denn hier passiert, Chat? Von dem Eingang. Boah, Next Game. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe nie so wirklich geguckt, wer hinter den RP-Charactern oder so steckt. Den war ja mit die Kondom-Story, ne? Ich weiß aber mal, dass ich auf GTA Live mit Horny, mit dem Kumpel von Monte, dass Monte mal bei ihm zugeguckt hat, als er ihm was zu essen gebracht hat oder so. Das sind ja auch richtige Freunde. Und dass Monte mal mitspielen wollte auf GTA Live, der wollte auch jemanden aus dem Ding spielen, aus der Hood, der Fahrräder klaut und so. Und das Revan-Zeit damals mal auf Dings oder wie der auch immer heißen mag. Auf GTA Live unterwegs war und Horny mich dem vorgestellt hat quasi. Aber ich halt in der RP-Rolle geblieben bin und mir war das egal. Und jedes Mal, wenn ich danach bei Twitter so geschrieben habe, ja danke für den Stream heute und so, hat er immer runtergeschrieben eine Zeit lang, ja kein Problem und so. Und das war der allererste Typ, den ich blockiert hat auf Twitter. Weil mich das übel genervt hat. Weil ich hatte gar nichts mit dem zu tun, so überhaupt null. Und ich hab das nicht verstanden. Chat, wo war das hier passiert? Oh, nicht sterben. Ja, hier hab ich den Zap-Button bekommen. Live. Und dann war Ende. Bäh. Mensch, stimmt mit dem Mikrofon nicht, Alter, da knackt. Kein GTA, das war mit Moon Air 7 zusammen in einem Survival-Game. In welchem denn? Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir DASI-Videos hatten. Also ich hab, ich hab mit Daniel DASI gezockt und auch mit Lucky schon. Ich weiß nur nicht, ob es davon Videos gab. Nein, nein, das war hier einfach. Immer, echt, immer. Also DASI haben wir auf jeden Fall gespielt und Arma hab ich, glaub ich, aufgenommen. Also ja klar, wir haben auch Lakeside aufgenommen. Das war, glaub ich, sogar damals auch auf Unity Live. Ich weiß nicht, wie die davor hießen. Lakeside irgendwas. Das war, glaub ich, der Server, wo auch Tai schon war. Da haben wir aufgenommen. Da hat Daniel sogar nur Startgeld bekommen, ein paar Millionen, damit wir dann ein Video drehen können. Ich hör leicht, deine Tasten ist wie Hasselman. Oh, das ist aber schon immer so. Wenn du die hörst, seitdem ich die hab, die Tastatur. Kann das sein, dass er dachte, du bedankst dich für seinen Stream? Keine Ahnung, was der von mir wollte. War mir wohl egal. Chat, was ist hier passiert? Nur Hamadini, die Leute crashen einfach nicht. Ich kann gleich mal restarten. Ich glaub nicht mal, dass es hier so eine Warteschlein gibt, dass ich der Nächste bin. Und Terpentine, Dankeschön für den Weestup im Sechsten mit Prime. Der Edel ist noch manchmal ein bisschen unterwegs. Der war sogar Letzten auf Unity. Ja genau, da waren wir bei den Cops mit Curtis, sogar Sojty und Opa. Und der Opa hat hier einen verhaftet und den runtergeworfen mit Handschellen. Ich will es heute mal eben egal. Ich weiß noch nicht, ob man das machen soll. Ja, dann wurden wir festgenommen wegen Amtsanmaßung, obwohl wir eine Marke hatten. Ja, wir haben viel erlebt, wir haben echt viel erlebt, Mann. Ich hätte so gerne auf Homestead die Sachen noch gezeigt, beziehungsweise das vernünftig ausgespielt, so. Und quasi den Plot aufgehen lassen später, aber das hat nicht funktioniert. Und das hat mich so gefrustert am Ende, dass da dieses LP nicht weitergegangen ist, weil FIB einfach einen Fick draufgegeben hat, so. Außer Kuba von der G-Unit. Ich war ja später mit Curtis auf Homestead auch beim FIB, Undercover und so. Ich hatte ja die PDW. Und das hat mich so gefrustert, Alter, dass ich gesagt habe, Fick, Scheiß auf LP. Erstmal Pause, kein Bock mehr. Weil ich war anderes gewohnt von Alternate, so. Da wurde halt alles ausgespielt, jede Story, so. Also fast jede. Und big shoutout an den Typen, der jeden verkackten Streamer-Füter vorlädt. Das ist einmal Alpha Centauri, der die VioDs hochlädt und einmal Da Vinci. War das nicht nach der Hinrichtung von dem Robocop von den Podinen, der vor dem PD immer den Staatsanwalt auf Befehl von Lensch mit 50 Leuten abgeknallt, Alter. überlegt, der Stadt war und keine Sau hat es gejuckt, Junge. Keiner hat gesagt, ja, der macht das scheiße. Da gab es noch keine Polizei, Alter. Wir haben den einfach abgeknallt mit 50, 60 Leuten. Steht die Möglichkeit, zu stay auf den Server zu gehen? Ich glaube, der Server ist nichts für mich. Also ich kann mich irren, ich hatte davor, aber ich wollte nicht rüberkommen wie einer, der jetzt irgendwie sich bei dem neuesten Gossip irgendwie anschließt und ich gehe jetzt dahin, weil Person X und A, die spielen alle gut. Ich denke aber mal, ohne zu wissen, dass dieses Gefühl, also dieses ganze Hardcore-Dings nichts mehr für mich ist. Ich kann mich auch irren, wer weiß, was in Zukunft passiert, aber ich fühle mich wohl auf Unity, ich komme gut mit den Jungs oben, klar. So, ich mache ja auch mit bei Unity, ich bin der Advisor und auch Modding und Game Design und so ein Shit und warum nicht? da können wir drüber reden, wenn Unity offline geht oder wenn hier irgendwas ganz ganz Schlimmes passiert, dass ich sage, ich möchte hier nicht mehr spielen. Logen von 1.8.0. Keine Ahnung, wo der ist, Alter. Aber das wird mir ja stinken, wenn man nicht um den Server kommt, ne? Ich drehe durch, ey. Du kommst da selber nicht rein. Ja, ich weiß. Ja. Junge, ich versuche schon seit jetzt fast einer halben Stunde, ne? Naja, das ist, ich hasse es, ne? Ich hasse es einfach. Ach, der Muffin, der Kicker, ja, ja. Hast du die Texturen schon hochgehauen? Ja, ja. Boah, dann kann ich mir die nachher angucken. Das ist übrigens der Muffin, aka Seidenbacher Max, der ist schon seit seinem 13. Lebensjahr, glaube ich, wie der Güfi bei uns, beim Timestreamen unterwegs, ne? Ja, ja. Das ist schon richtig lange und mit dem mache ich die Klamotten. Eigentlich macht der die und ich schreit ihr nur an. Ihr kennt mich ja. Der hört sich an wie Johnny mit Stimmenverzerrer. Ach, scheiß drauf, Hast du gesagt scheiß auf den? Ne, scheiß drauf, der. Hab ich gesagt. Ach so. Ich gehe auf dem Server rum und frage die Leute im Stream, was hier und da passiert ist. Ich glaube, was ist denn hier passiert? Okay, das sah ein bisschen Angles aus. Hier in der Ecke. Junge, ich habe das Spiel schon so lange. Ich glaube, ich habe auf dem Steam-Account fast 1000 Stunden, auf dem Anglen von damals, glaube ich, drei oder so und mit Online-Zeit ich komme fast bestimmt auf 10.000 Stunden GTA. Jahr. Machst du hier, du Kicker. Muffin. Hä? Machst du jetzt aufs Server? Spendisch und warum? Bist du schon? Ach. Wir waren so auf No-Meter-Basis schon mit dem U-Life-Typ mal quatschen. Echt? Wir haben jetzt ein Dashboard bekommen für unsere Seite, dass wir uns da einladen können und alles selber machen können. Das ist unfassbar krass gemacht. Hier war die Befreiung von Jeff und hier stand der Albrecht und dann kam Solti von rechts gepusht und meinte, fick dich, Albrecht. Warum wundert mich das nicht mit dem Rechts-Puschen? Wir hatten damals auf Alternet ein ultra-kleines Krankenhaus nur. Wir haben nur so ein kleines Stück hier. Ist das dieses kleine Ding mit dem Teleport-Punkt gewesen? Ne, ne. Da haben wir normale Türen ohne Teleport darin. Aber wir hatten quasi, ich weiß jetzt gar nicht, ob du den streamen auch was. Ja, ich guck dich, ich stream's dann wahrscheinlich Wir hatten nur nur das hier. Mit zwei Behandlungszimmern. Und das reicht teilweise auch. Und das war nicht mehr eine MLO, das wurde einfach gemappt. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Aber nur dieses kleine Stück. Oh, ich komm drauf. Bye, have a good time. Ah ja, ficken sie sich. Bye, bye. Ja, ich hoffe, du kriegst gleich nochmal einen Crash. Oh mein Gott, sag halt nicht, ich crash jetzt hundertprozentig, wenn ich rein, oh mein Gott. Das kann passieren, wenn da jetzt zu viel ist. Oh mein Gott, bitte nicht, lieber Gott. Oh oh. Wee, wee, wee. 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 Ja, ich war kurz in der Apotheke, wo seid ihr? Kurz? Ja? Also ich war mit Max in der Zeit Pizza essen. Äh, Mila haben wir zur Apotheke geschickt. Auf? Wir sind Friseur. Ja, ja, ja. Wir sind Friseur. Welcher hier oben in Paleto? Ja, 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 ja. Wir haben uns nicht bewegt. Ja. Ich hab keinen Schlüssel dafür. Wo ist denn Ihr Friseur? Wo oben? Hinten durch. Okay, ja, ich komm da hin. Ja, wir kommen Dir entgegen. Äh, hättest du das für eine gute Idee? Ich will auch Pizza essen. Ach, da. Dann steig ein. Ähm. Dings. Ähm. Oh, bitte nicht so schnell, Bruder. Ja? Ja, was sagt er? Seine Mutter hat heute Geburtstag. Ach, der soll die Fresse ein. Seine Mutter hat Geburtstag. Der will bestimmt irgendwas haben. Richard braucht unbedingt was. Sonst hat der Zappenstreif draußen. Was braucht der? Können wir hier hin, oder was? Der braucht... Was ist denn das hier? Das ist der neue Laden, der Mila meinte. Ah. Ja, drei Leute drin. Egal, was essen. Ja, was will der haben? Einmal die Hotpan. Für seine Oma. Für seine Mutter. Seine Mutter trägt Hotpans. Ich hab auch gesagt, willst du deine Mutter wirklich schon diese Hotpans sehen? Der soll uns mal ein Bild von seiner Mutter schicken. Ich will mal sehen, ob die überhaupt Hotpans dran kann. Der dreckige Scheißdreckslügner. Ja, also der meinte, wir sollten, wenn wir wieder in der Stadt sind, den mal anrufen, dann fahren wir mit Mila runter und dann will er gucken. Hä, warum sagt der nicht einfach die Wahrheit? Warum lügt der? Wie, die Wahrheit... Ist doch die Wahrheit. Na, was für Hotpans für seine Mutter. Was ist denn Anzeige? Chloe, die heißt Chloe, hat morgen Geburtstag. Das ist eine Frau. Was? Das ist eine Frau und nicht seine Mutter. Die Frau von Fischer, ja. Ach stimmt, der Fischer hat so eine Frau, ne? Ja. Das ist die Frau von David und nicht die Mutter. Junge, die Mutter ist jünger als der. Die Mutter von O'Brien, meinte ich. Ich weiß, ja, jetzt weiß ich wieder, wen du meinst. Aber die klingt, als wäre die 15. Die Spanierin, die Französen. Ich bei Fischer nicht. Ja, ja, ja. Ich habe mich bei Fischer nicht. Habt ihr hier gegessen schon? Nein. Wow. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, ich habe die Hände auch hier. Ich habe Hunger, hallo. Hi. Wow, voll gut. Jagdzeit. Na, ihr Lieben. Was habt ihr denn? Wie los? Zum Beispiel? Sagen sie. Cocktails. Ach so, kann man lieber auch essen? Kannst du auch, ja. Pizza oder so? Sandwiches und Wraps haben wir. Boah, Sandwich. Thunfisch-Sandwich? Oder Fingerfood hätten wir auch noch. Onion Rings. Bacon-Meatballs. Boah, Meatballs klingt gut. Habt ihr auch Kiba? Kiba? Nein, nee. Ihr mischt hier die krassesten Cocktails und könnt nicht mal in Kiba mischen? Nein, es geht darum, dass ich Kiba einfach zu billig finde und die Barbecue-Lodge schon nicht los wird. Okay, ich hätte gerne... Wie heißt ein Cocktail mit Kirschsaft? Kirsche. Haben sie einen Cocktail mit Kirschsaft? Kirschsaft haben wir gar nicht drin, nein. Okay, dann nehme ich gerne ein Wasser. Ein Wasser. Du Lappen, Alter. Ich hätte Meatballs gerne. Ich habe Hunger. Ja, wie viele Meatballs möchtest du denn? Ja, so neun. Neun. Und 40. Ich hätte gerne noch ein Sandwich dabei. Immer mit der Ruhe. Darf ich Cola trinken heute, bitte? Warum springt der die ganze Zeit über die Garnitur? Die ist doch komplett neu, oder nicht? Darf ich heute Cola trinken, bitte? Das ist so wie der Onkel. Das ist wie der Onkel. Okay. Ich nehme eh Cola. Ich nehme zwei Cola. Und... Zwei Sandwiches, bitte, bitte. Zwei Sandwiches. Bicke oder Schrimmchen? Bitte? Bicke Sandwich, Bicke oder Schrimmchen? Ja, ja. Ja, Bicke ist ein Idiot. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich nehme das Erste. Riechst du das Schreibenkäse? Ja. Bicke Sandwich, Junge. Ach, Bicke. Nein, Bicke Sandwich, wie in der Club von 50 Cent. Wahnsinn. Ach so. Ich hätte gern Bacon. Ich hätte gern drei Bacon. Meatballs, bitte. Und Wasser. Und zwei Cola. Ich kriege fünf Cola. Fünf Liter. Wow. Kannst du heute Abend noch schlafen? Ich will dick und lustig werden. Ich habe keinen Bock mehr. Amp. Amp. Das ist mein Life-Goal. Ah, du Bicke. Amp. Aber ich glaube, das dauert locker noch eine Stunde. Ich frage, da habe ich gleich Klamottenladen. Hol mir eine Kutta. Die Kutta. Ja. Also mit acht Colas seid ihr jetzt zufrieden, ja? Ja, Mama. Weil der eine fünfte, andere zwei, der andere eine. Ich will keine Cola. Ich will Wasser. Aber du erinnerst mich voll an eine ganz alte Freundin von mir, die hieß Dakota. Ja. Ja, ne? Wie hieß nochmal der Mann? Ein Wasser. Kalle. Kalle. Bei dem haben wir noch Schulden. Mehrere Millionen. Sehr viele Millionen. Ja, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir sind Unternehmer. So, Meatballs insgesamt zwölf. War das richtig? Ja, zwölf geht auch. Ich wollte neun, aber zwölf geht auch. Ja, der eine wollte neun. Ulla. Keiner wollte Meatballs. Ulla Kepassa. Nur er wollte Meatballs. Ich wollte Meatballs. Und die wollte drei Barbecue-Sandwiches mit Toast und extra Käse, Fischfleisch. 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 Fisch und Fleisch. Wir fordern die, das merkt die hoffentlich. Und ich möchte ein Wasser und Bacon-Sandwich. Wir sagen immer das Gleiche. Ein und ein Bacon-Sandwich. Pussel am Fuß ist los. Bacon-Sandwich. Neun Meatballs. Habt ihr heute das aufgemacht? Nein, wir haben seit 16 Tagen ab. Ja. Was? Schon so lange? Ja. Warum krieg ich davon nix mit? Weiß ich da nicht. Ja, weil du ein kleines Stadtkind bist. Achso. Weil du sonst immer nur dick und lustig bist. Ich komm nicht so oft nach Paleto. Oha. Das ist natürlich krass. Ulla. Was? Ulla? Ulla. Also ein Wasser. Ach, Ulla. Neun Cola. Ulla. Neun Cola. Ja. Guck mal, ich hab schon einen Artikel aufgenommen. Kein Bock jetzt. Meatballs. Und ein Beef-Sandwich. Jetzt so. Noch was? Na? Dann nochmal fünf von den Nachos. Boah, was? Nicht bei uns. Halbe Kino oder was? Nicht bei uns wieder auf die Liste. Junge, das ist doch los, wenn du hinten rumzuknallt. Sonst klatscht die gleich weg. Boah. Was? Ich seh das im Augenwinkel. Ja. Also ihr wolltet fünf Nachos, oder wie? Nein, der Typ hinter uns hat da mit Nachos. Oh, das soll ja leise reden. Ja. Oh, du blöder Pell. Nächste mal Boxen. Boah. Boah. Du trägst ein Hemd. Ja, fährt doch grünen Tempester. Hä? Ich hab grad so klar schon bestellt, aber ich schreie hier nicht rum, Han. Ich rede sehr, aber ich leise. Dann musst du dich weiter wegstellen. Boah, jetzt gibt er wieder still. Warte mal. Dann nehm Platz. Hör mal. Ich bringe mich nach hinten. Ja. Mit der Tage klappt jetzt so hier, oder was? Ich komm dir da gleich rüber. Ja, Fälle im Himmel, Bruder. Ach so. Ich komm dir da gleich rüber. Ah. Okay, wir nehmen Platz, ja. Ich auch so einmal. Perfekt. Ist das hier ne türkische Kaffee? Ja, Salamé. Der hat ja Salamé gesagt. Ja, ja, ja. Wir nehmen mal Platz. Nehmen wir Platz, dann springen wir über die Tische. Warte, die Miele hat auch Hunger. Fuck. Ach so. Wir müssen noch was bestellen. Exkuse moi, wir würden dir was dazu bestellen. Ja, Salamé. Ja, Salamé. Halbiertelstunde. Was isst die denn gerne? Bälle? Weiß nicht. Habt ihr Süßigkeiten? So Flutschfinger oder so? Ne. Boah, ich weiß nicht, was die gerne ist. Habt ihr Süßigkeiten? Keine Süßigkeiten? Ähm, wir haben, äh... Boah, jetzt musst du dazu irgendwie dieses Kinken. Wir haben Buttermilch Pancakes und, äh... Ja, mach mal noch... Double Chuck Brownies. Ja, gib mal so drei Brownies und so drei Dings bitte noch dazu. Ja. Dankeschön. Mach ich euch fertig. Für meine Perle, die will auch dick werden. Wie? Habt ihr auch Twinkies? Habt ihr auch Twinkies? Ne. Okay. Leider nicht. Okay. Nehmen wir jetzt Platz? Ne, wir stehen. Ne, erst stehen bitte. Okay. Ich will mich auch nicht bewegen. Wo bleibt die denn? Was ist eigentlich mit Finn? Wo war der jetzt unterwegs? Der hat irgendwie so eine Perle gesucht vorhin. Wen? Was weiß ich, Alter? Ja, aber Brian geht nicht ganz am Handy. Ja. Und Schwein. Und Schwein. Der soll mal Kennzeichenhalter anfragen für mich. Warum? Wird gerne wissen, wer ein lila Tempester fährt. Das ist gar kein Problem. Das können wir nicht kennen. Oh, Muffin-Chelt. Mit dem Kennzeichen AEP. Was geht ab? Verschenkst du wieder Klamotten? Hallo? Wie, was mache ich? Wo bist du? Äh, ich bin unterwegs. Ja, wo? Äh. Boah. Ich bin beim Benefaktor-Dealer. Das ist doch eine Grinch. Boah, Junge. Ich ruf gleich Nummer an. Dann weißt du wenigstens vielleicht, wo du bist. Ja. Komm rein, Salome. Das macht dann einmal 740 Dollars. Ah, 10.000 Dollar, kein Problem. 740? Ja, 10.000. Werfen sie die Rechnung in die Menge. Ja. Okay. Oh, ich muss kurz weg. Lass mich nicht sein. Aber klar. Bitteschön. Mein Stuhl war offen. Hinkgepäckchen für alle. Das Wasser war für mich. Oh, fuck. Scheiße. Ach, du blöder Wichster. Ey, tut mir voll leid, Mann. Das war nass, das Glas. Aber die ganzen Schuhe sind nass. Sorry, Alter. Ey, ohne Witz. Tut mir voll leid. Tut mir echt voll leid, dass ich nichts trinken kann. Meine ganzen Schuhe sind nass. Ich wollte das nicht trinken, ich wollte duschen. Ich krieg gar nichts. Wer hat ein Beef-Sandwich bestellt? Ich. Ja. Fang. Danke. Okay. Danke. Oha. Neues Wasser. Jetzt kann ich mich heute doch mal waschen. Mmm, das schmeckt aber geil. Das ist das Beste bei Wins. Ja. Mmm. Ist das Kranenberger? Das ist frisch gezapft, Junge. Wir haben alles. Ihr habt echt seit 16 Tagen schon auf? Kann sein. Wie kann sein? Du arbeitest doch hier. Seit drei Tagen. Wie, warum sagt die Frau seit 16? Weil sie die Chefin ist. Ach so. Habt ihr U-Life-Werbung geschaltet oder so? Ja. Na, U-Life hab ich so ein paar auch vertreten. Und der Klub so war's. Ja, ganz oben gleich. Ganz oben? Wir auch noch nicht. Oha. Hallo. Hallo. Okay. Hey, Mr. Happy-Leppy. Bist du happy? Ja. Ja. Woher weißt du das? Weil du hier rumspringst wie so ein Äschchen. Ach so, ich dachte, du hast mein Kennzeichen gelesen, Leute. Lol. Das steht halt drauf. Was denn? Happy-Leppy, aber happy. Da steht nur happy drauf. Aber okay. Das ist drauf, Alter. Kek-W. Nee, nur ich darf in Chatsprache reden, weil ich kenne das komisch. Warum? Nur du darfst in welcher Sprache reden? Chatsprache? Ja. Also. Lol, Kek-W ist doch alles, oder? Wie würdest du sie bezeichnen? Habe ich auf meinem Kennzeichen stehen. Hast du? Kek-W. Kek-W. Ja, voll cool, wenn wir hintereinander herfahren würden. So happy und kek-we. So, würde ich fühlen. Ich nicht. Ja. So, habt ihr jetzt alles? Wir haben alles, Dakota. Dankeschön. Wunderbar, wunderbar. Hast du den Text? War es gut, Dakota. Danke, Dakota. Wir haben ihn wieder ab, ne? Also der Name ist gut, ne? Tschüss, Marco. Tschüss, Marco. Tschüss, Dakota, Marco. Habt ihr gehört nun? Es schmeckt es, Alter! Nur er darf in Chat Sprache reden. Boah, Junge, du irglaffest Dreckschwein. Junge, ist das junges A? Hallo? Hi. Warte, ich glaub, du musst mich nicht abholen. Dachchen, Jungs. Wir haben keinen Platz. Was? Wir haben keinen Platz. Wir sind zu viert. Wir sind zu viert. Wie, ihr seid zu viert? Siehst du nicht die dicke Frau hinter mir? Der sieht aus wie Aiden. Nee, der sieht aus wie TK. TK? Ich bin Levi. Auch. Geht. Ja, TK, hi. Du siehst du aus den Dings, Junge. TK? Ich sehe so aus wie immer. Ja. Von Unfreund zu telefonieren, wenn wir da sind, ne? Von Unfreund nicht von dir, Levi. Ehrlich. Ja. Ja. Könnt ihr mich, nee, könnt ihr mich ehrlich nicht mitnehmen. Wir haben Dings, wir warten auf Mila. Aber du kannst dir Meatballs essen, Jungs. Ich kann dich jetzt trotzdem nicht mitnehmen. Ich bin nicht bestechlich. Behalte deine Brüche. Willst du noch einen haben? Nein, wir haben Mila noch dabei. Achso. Wo ist sie? Apotheker. Ist die Invisible? Läuft die Invisible hier rum, oder? Siehst du, das hörst du es nicht. Junge, du passt am besten zu den Kickern da drinnen, der in Chatsprache redet. Ja. Laut seiner Aussage. Geh mal hin und sag leu. Lass es mal. Da steht er drin mit seinem Gän-Regen-Manzig. Wollt wir hier machen? Ja. Wir warten. Wir warten. Ja, wir essen auch. Ich war hier wegen der Pommes. Das schmeckt voll gut. Ja, ich hab hier miesen Migräneanfall bekommen, tatsächlich. Ja. Jetzt sind alle meine Freunde weg. Ja. Wann ist denn der Laden hier? Ich hab auch nicht so viele. Die Frau sagt seit 16 Tagen, der Typ sagt seit zwei. Ne, der Typ arbeitet seit zwei hier. Ah, okay. Ja, drei. Ich hab wieder nicht zugehört. Ey, Levi. Ja. Du bist mein zweites Opfer. Das war ein Skit von OG Toasty. Ja. Das ist 187 Homey-Hood-Live. Leben die eigentlich noch? Ich bin Frank. Nein, du bist Ihak. Also ihr könnt mich nicht mitnehmen, ja? Ja, nein, deutlich nicht. Du kannst dich gerne mit dem Koffer umsetzen. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, du kannst in der Türklinge ziehen. Hol ich mal bitte den Palito ab. Sag mal, hast du Sport gemacht oder warum atmest du so? Ich? Ich hab Sport gemacht. Ja gut, das Telefonnetz auch wiederum spinnt. Ja, Palito ist schlecht anfangend mit Berge und Bäume. Ja. Na ja. Bäume und Berge. Ich glaub, das Kaffee hier markiert ist in die Funknetz. Die Cola schmeckt aber besonders gut. Boah. Alte Rezepte, Junge. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ich hab nur die ganz alten Dosen. Die schmecken, die Balls. Ich hab gar nichts gekriegt. Ich hab den Mund auf. Ich hab drauf gewartet. Ich hab gar nichts gekriegt. Wie, was hast du denn bestellt? Ja. Meatballs. Drei Wasser und drei mit Toast. Barbecue Toast. Hä, warum gehst du nicht rein und holst dein Zeug? Bist du doof? Ja, ich dachte, der hat euch euch das gegeben. Nein. Ich hab die Brownies und Pancakes und Meatballs. Der war so richtig unkund strukturiert. Und wir geben den 10.000 Dollar und der vergisst die Hälfte der Bestellung. Herzlich willkommen bei McDonalds. Das ist so, als wenn du irgendwo hingehst, dann legst du 100.000 auf den Tisch und der macht Faxen. Oha, wir machten sowas, Alter. Ja. Könntest du mir nicht vorstellen. Wie, ich dachte, Retzmann und so haben den Auftrag. Was macht denn der Levi denn hier? Äh, ja, war sich ein bisschen schwierig erklärt, sag ich mal. Ihr schafft das schon. Hat das nicht geklappt? Der Auftrag war gerade nicht anwesend. Susslan! Aber ihr seid ja Profis. I believe in you. I believe in magic. Ja, ich glaube, Mila macht große Einkäufe in der Apotheke. Ich glaube, das Problem ist, weißt du, was bei Mila das Problem ist? Mila ist klein. Und jeder schummelt sich immer vor Mila. Und die wehrt sich nicht. Hallo, Codys. Hallo, Cody. Ach, tach. Wo ist denn Mila? Apotheke. Jetzt bist du den Kopf weggehabt. Aha. Euer Special bei unserem Box... Ah, nee, andersrum. Nee. Willst du das mitpromoten? Boah. Ah, stimmt. Wir haben gesagt, stimmt. Wir haben... Also warte, das sind vier Turniere, fünf Veranstaltungen oder so, ne? Vier Veranstaltungen. Ja, ich hab... Wir haben überlegt, wir machen lieber einen Geldgutschein. Dann können die Leute sich selber aussuchen, was sie wollen. Dachte, ich wurde kurz gescammt. Und das war... Gürtis. Äh. Für das Codys Box-Event, ne? Ja. Das sind ja vier Events. Ja. Mit 32 Kämpfern. Was sagen wir? Preis, Geld, Gutschein. Ja. Wie viel? 30.000. Wie viel? 30.000. Was? 31. 31 Dollar. Ist das dieses Riesenevent dann? Ja, 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 ja. Ja. Wo 32 Kämpfer über vier Wochen oder vier Events lang... 250. 300. Okay. Wer zahlt das? 300.000. Ja, das ist ja Gutschein. Gutschein für unseren Laden. Ja, ich glaub schon. Jo, okay. Ich kenn den schon. Soll ich den... Warte mal. Soll ich den... Äh. Er hat einfach gesagt, ich hab nix bestellt. Klar. Ja. Junge, die sind einfach schon mit drei Kunden überfordert, alter. Stimme vor der... Oh mein Gott. Bei Coley läuft das aber besser. Warum macht man den Partitum Laden auf? Hier ist da irgendjemand. Außer Sheriff's. Ja, und Medics und so, ne? The Hand House. Das ist sogar ein Nightclub. Ja, ist ja schon Nacht. Oh, Jungs. Oh, die waren in Stress. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab Angst, bitte nicht. Ach, Knarren dabei. Bitte nicht, Jungs. Zum Glück. Und ich bin in der FRB-Hose. Hä? Wir haben acht Stück im Lager. Hm. Nicht gefunden. Ja. Wir hatten, glaub ich, nur eine. Dann hat der BT die. Chat, seid ihr müde? Ich auch. Ich bin auch müde. Oh, schmeckt das gut? Ja, Polizei-Hose. Ja, aber Fabulous ist noch was anderes. Denker, Wodka eh. Und Penny. Mila, komm heim. Ich guck mal, ob ich die finde. Hallo, Topsen. Und Tamadini, danke schön für die Primes ab im sechsten Monat. Prime ist kostenlos, Leute. Jetzt hast du arabische Prime-Große-Mille. Äh, merci, danke schön. Boah, ich bin so los, ne? Warum laufe ich da hin? Junge, die hatten einen Crash, Alter. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange wir auf die... Boah, was ist hier los, Alter? Ich glaub, ich muss mein Mikrofon halt mal untersuchen. Ja, doch, ich wollte jetzt wirklich zur Apotheke laufen. Ich bin so lost, Leute. Mein Board kaputt. Ja, das glaub ich auch. Ja, das ist nicht gut, ne? Ne. Was denn? Bilder von den Klamotten-Schutern oder was? Ja, ja, ja. Warte, ist kaputt. Der upload ist einfach ultra langsam. Ja, normal. Ja. Läuft ja auch alles über Machi. Wilde Zeiten. Boah, das war echt wilde Zeiten. Ja, Mann. Immer, glaub ich, noch mit fünf Leuten oder so. Nein, ich hab nicht auf Speichern gedrückt. Oh, nein. Du bist so dumm, ne, Alter? Du bist einfach nur der dümmste Mensch. Oh, dieses Ding ist komplett scheiße. Key von der Matrix, Key von der Matrix. Hacker, wir haben Hacker. Ey, wie lang sollen wir hier rumchillen, wenn die in der Apotheke pennt, Junge? Ja, das ist, das musst du entscheiden. Wir haben ja auch ewig auf dich gewartet. Ja. Boah. Hm. Keine Ahnung, lasst einfach in die Stadt ballern und wenn die aus der Apotheke da rauskommen, wenn die im Einkauf dingen, dann ruft die schon an. Dann ballern wir wieder hoch. Jo, müssen wir dann. Okay. Okay. Dann können wir die Vio mitnehmen. Oder wir rufen Luca. Oder wir rufen Luca, ja. Ich kann nicht fahren, ich hab kein Schlüssel. Hab er nicht, Junge. Ich hab kein Schlüssel dafür. Hallo Levi, wir sind hier. Sorry, meine Behinderung hat gekeckt. Hallo. Oh nein. Was? Ja, ist gut. Hof, ich darf überall parken jetzt. Warum? Nee, warum? Vorsichtig. Vorsichtig. Wohin überhaupt? In der Stadt. Erstmal Levi nach Hause bringen. Lampen sind schon angekommen. Das ist ja Bobo. Apropos, nach zu Hause. Dann kannst du direkt... Äh, Arne bringt ja nichts. Doch, 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 doch. Äh. Nee, die Richtung muss auch nach Hund. Ist besetzt. Nee, nach Katze. Nee, nach Hund. Was für ein aufregender Abend schon wieder. Aber wir standen nicht im Kreis. Oh, mein Gott. Das wurde ja nicht in Kontrollgefahren. Ja, aber er nicht. Ja. Aber ich war hier hinaus. 23.30 Uhr, 23.30 Uhr geht Cody Party los. Ich bin professioneller Deutscher. Okay. Auch. Ja, wir haben die Woche, was? Vollzeit Deutscher, Junge. Auch, erfolgreich seit zwei Jahren. Seit vier, minus ein. Und Muffin ist unterwegs, der weiß nur nicht, wo der war. Ja. Ja. Der ist doch wieder gefangen in der Grinch. Mit wem. Ich schlag den kaputt, Junge, wenn ich den sehe. Und die. Mit wem denn? Also ich hab die heute gesehen. Und da bin ich angekommen. Da sind die ganz schnell weggefahren. Mit wem kennst du denn? Kennst du nicht? Ja, sag den Namen. Mehl. Oh mein Gott. Irgendetwas ist hier passiert. Irgendetwas ist hier passiert. Weil da hab ich nicht hingelenkt. Da hab ich nicht hingelenkt. Irgendetwas ganz komisches. Oder wo ist das Auto hin, Alter? Man merkt, du fährst nicht oft Auto. Du bist so dumm, das weiß nicht jeder, dass das festbetoniert ist. Junge. Steig jetzt sofort in die Scheiße. Erstens. Oh mein Gott, da kommt Gehirn. Steig aus. Ein. Oh mein Gott, Gehirn. Hallo. Bruder, was ist passiert los da rein, Alter? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum ich hier stehe. Kannst du noch laufen? Warte mal. Du wundest dich, warum du da stehst? Wo ist unsere Windschutzscheibe? Hä? Wo kommt die? Ja. Bruder. Ja. Ja. Also ich glaube, ich hatte kurz einen Nervenzusammenbruch. Ich hab da auf deiner Scheibe. Ich hab da ein Auto gelenkt. Wer glaubt auf deiner Scheibe? Ich hab da ein Auto gelenkt. Und dann war Kai irgendwie, war das Lenkrad so? Ja. Ging, ging nix? Lenkrad so? Ich Auto so? Lenkrad so? Komm dann die nächsten hier. Nochmal Mitte in der Mitte. Los. Ciao. Der Max ruft mich an von der Klamotten. Bruder, wie soll ich das ausspielen, Alter? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ja, ich mein den anderen Muffin. Kann den jemand zurückrufen? Ich bin dann befahren. Ne. Muss ich den Bug jetzt ausspielen, Alter? Das hat sich ja noch nie. Das Auto hat sich teleportiert. Wie soll man das erklären? In der Mitte, Alter? Gut, süß. Ich glaub, wir wieder einkaufen, gehen halbe Stunde an der Apotheke. Gar kein Bock. Ja, Muffin ruft dann. Jo. Jo. Frage, Nevi hat mich eben angerufen vom Security-Unternehmen. Haben wir noch so eine roten Tops? Rote Tops? Was für rote Tops? Äh, na, diese Mandana-Tops. Eins bräuchte er davon. Haben wir wen, der ihm eins besorgen kann? Oder haben wir wen da? Äh, Mila ist grad in der Apotheke. Äh, pff, pff, pff. Ja, können wir später, wenn wir die auf Lager haben, ne? Weil, so wie ich das grad verstanden hab, wollte O'Brien für seine Mutter auch, glaub ich, einen Top haben. Ja, gut. Also, rote weiß ich, müssten wir noch welche haben. Die gingen nicht so oft weg. Schwarze haben wir gar keine mehr, soweit ich weiß. Ich sag gleich Bescheid. Ja, ja, wär gut. Danke, Nevi. Äh, Nevi vom Security-Unternehmen will ein rotes Top kaufen. Ich bin deiner Top. Ja, ja. Okay. Bruder, was soll ich dir sagen, Alter? Die... Das beschäftigt mich immer noch. Ich hab nix gesehen. Das war ne echt duide Situation. Geht's dir denn gut? Oder sollen wir mal an der Apotheke anhalten? Der Beste ist der. Ich hab da eh so'n Zuckern in der Schulter. Der MDK eigentlich wollen wir momentan nix verkaufen, weil wir noch ein paar Sachen anpassen müssen. Äh, hast du denn noch mal von der Fahre? Merkst du, kannst du noch mal anrufen. Wann soll ich die fragen? Ob sie jetzt gleich Zeit hat, dass wir uns mit den O'Brien treffen? Nee, ist nicht, ja. Deshalb limitieren wir das sehr krass momentan. Weil die Texturen von den meisten Obertele viel zu groß sind. Und die Engine von GTA. Was zum Teufel war das, Alter? Junge. Hast du den Finger im Hals gesteckt, Alter? Und siehst du dann nur aus, was ich ihn runtergeschluckt? Nee, da kam die schwarze Hand. Hallo, ich hab meine beiden Hände am Lenkrat, hallo? Ja, hatte ich gerade auch nur. Hast du gesehen, was passiert ist? Auf einmal stand ich da und das Auto war irgendwie weg. Hat über die Augen gezogen, ich kann doch blendfaden. Was ist das heute für'n Tag, Junge? Ich glaube, ich hol mir mal schnell ne Tablette, damit das vorüber geht. Bitte. Ja, Alter, ich spiele halt nicht aus der Bank. Hol dir lieber zwei. Wenn die Dinge überhaupt nur wirken, sonst muss ich krank aus. Junge, was war das? Wir sind immer voll freundlich an der Tür, wenn die Tabletten verkaufen. Ja. Die ist auch nicht so ne lang Schlange. Olgas billige Schwester. Hier ist doch gar keiner mehr, Levi. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Sind die alle unterwegs? Nee, die haben gesagt, wir haben irgendjemanden abbrochen. Klemmt Tür? Was haben die? Weiß ich nicht. Ja, gut, ich danke euch, ne? Ja, 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 ja. Wir können das mal 70 später. Was sehen wir uns, Junge? Also, ich seh dich. Warte. Junge, schöne Hose einfach. Aber ich darf sowas nicht. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Sagt er erst, er blindet, Junge vom Lachdorf. Oh Gott. Hör auf dir am Arsch rumzufungen, Junge. Hör auf dir am Arsch rumzufungen, Junge vom Lachdorf, Junge vom Lachdorf, Junge vom Lachdorf. Komm, da ist denn die Fei? Ey, ich hab Fei gefunden. Komm, steig sofort ein. Steig sofort ein. Was gibt es denn? Steig ein. Los, steig ein, wir brauchen was. Der her geht es nicht, Dude. Steig ein. Der Teacum kommt aus dem Haus. Was raucht ihr denn? Wir müssen eine Klamotten kurz holen, Mat. Wir müssen es mit auch. Aber wir müssen es ganz schnell machen. Ja, los. Nee, 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 da bringt es nix. Dann steig wieder aus. Ja, okay. Wir haben gerade Beef an. Oh, wo? Mit wem? Mit wem? Wir haben, wir haben einen Lostler abgestochen. Ah, Waikiki. Und ich hab die Old Lady geboxt. Ja, lass die Bretter. Lass die Bretter, geh, hab hier noch einen Platz frei. Hör auf den Maul, Junge. Oh, ich hab auch Schmerzen. Oh, soll ich den Kamillentee machen? Hör auf den Tee. Rauch doch einfach einer. Hör auf den Butter kriegst du, ne? Oh, kannst du mal nicht rauchen? Ja. Ja, dann machen wir das später. Ja, geh kurz an, wenn ich weiter wuckele. Ja. Mila. Hi. Oh, du. Ja, hallo Schatzischmatz, hier haben die Pupsi Maul. Ja. Nein, ich fahr nicht. Warte, ich fahr. Oh, nein. Oh, du fährst? Ja, bei Friseur. Wacht, da hinten links, da fährt die Tür wenigstens. Was? Okay, wir kommen nicht holen. Wir sind aber gerade bei uns zu Hause. Wir kommen aber, mit Mops-Geschwindigkeit. Ja, hol dich. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Levi. Schaut mal, ob der mich sehen kann. Ich hab den, ich hab Telefon. Ach so. Hör mir, das ist schon wieder ein Tag, ne? Ich grüße meine Oma. Braucht ihr auch Hotpants? Ja. Wie heißt die? Ich bin Sandra. Meine Oma heißt Sandra? Ja. War nicht süß, ne? Ja, das ist echt geile Sau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nix Guts. Oh mein Gott, Junge. Irgendwas stimmt mit meinem Linkrad nicht. Wie, du fährst nicht mit dem Controller? Da hast du Krümel drin. Irgendwas ist nur in meinem Linkrad, Junge. Er zieht voll nach links. Aber haben wir nicht das Gleichstellen, grad, wenn ich war? Ja, aber meine Hände hängen jetzt schon mit meinen Händen. Lappi, Lappi. Betreib mich, Junge. Oh mein Gott. Keiner liegt dieses Mal auf der Brücke. Schade. Oh, oh. Oh, oh. Na, Kollege, einfach rechts ranhalten, sonst knallt. Sofort rechts ranfallen. Anhalten, sofort. Ich schwör mal Gott, das knallt. Rechts ran. Oh, das knallt. Ich zähl jetzt. Hallo, du bist auf die Norm. Junge, halt sofort die Karre an, Junge. Ich hol die Knarre raus. Oh mein Gott. Was war der denn da? Ich schließ den Platten. Nein, Bruder, war nur Spaß. Wir fahren weiter, bitte nicht ran. Er rammt uns. Er will uns ran, Junge. Was fickt denn jetzt? Er will uns ran mit 40-Tonner, Junge. Ja, warum noch nicht? Er hat schon Angst um seine Erdpferde, Alter. Diesmal nicht, ihr Trankschweine. Diesmal nicht. Ich glaub mir, das wird halt nur besser, Alter. Die war nämlich ne Kugel. Du lachst, das hatten wir auch schon. Nee, also mir darfst du nicht in den Rucksack gucken. Die fressen jetzt wieder. Ich bin Medic. Ja, ja. Ich hab ein bisschen Angst, hier über die Wolke zu fahren. Oh, sie ist dick. Oh Gott. Da unten macht er eine Pilze. Er redet auch nicht, ne? Er sagt einfach gar nichts in dem Eck, Junge. Das ist genau wie der Typ gestern im Tempester, Mann. Ich schwör's dir. Wir haben den angesprochen. Der hat schon Kopf angehabt. Der hatte schon Kopf auf Kurzwein. Nein, wir haben auch gedacht, irgendwie der baitet uns oder sowas, in dem seine 50 Leute kommen jetzt gleich und brettern uns. Aber da kam keiner. Wir haben uns einmal gedreht, der hat sogar gewartet auf uns. Also ich hab... Der hat nicht geredet. Dann standen wir da beim Kleiner auf dem Parkplatz, standen neben dem, haben geguckt, haben gesagt, Meister, was wird denn das jetzt hier? Ja, er sagt einfach gar nichts und fährt weiter. Ja, vielleicht hat der auch einfach keinen Bock, mit euch zu reden. Ja, aber Pilze muss man ja... Du kannst den Menschen doch nicht dazu zwingen, dass er mit euch kommuniziert. Ja, dann musst du eine Bombe kriegen. Ach so. Ja, der hat ein Zeug gebetet. Also willst du, wenn jemand kommt und der nicht mit dir reden will, ne, vielleicht kann der auch nicht reden oder so. Und dann willst du den schlagen dafür? Dann soll er Pantomime machen, klar. Ach so. Wenn wir raus aus meinem Auto. Wie, der kann nicht reden. Hä, bist du dumm? Noch nie gehört. Ja, weil er nicht reden kann. Ja, weil er nicht reden kann. Der ist so dumm, Alter. Was ist das für ein Tag, Alter? Also sag ich dir, Brian, jetzt Bescheid, dass wir Miele eingesammelt haben. Und wir uns unten treffen können. Oh, ein Bike. Weißt du, da kümmert sich keiner, Alter. Wenn hier so ein Motorrad auf der Straße steht. Das ist doch nicht schlimm. Wir haben das Paket eingesammelt. Wir können uns gleich treffen am Hafen. Oh, Pantomime, all right, oder what? Hallo. Ich bin auch hier. Was ist Apothekisch? Ach, wir kriegen heute genug. Ja, was machen wir? Bis gleich. Wir fahren jetzt... Kurtis, vorsichtig. Fischer kommen mit in den Hafen. Oh mein Gott, nein. Ja, jetzt geht's ab. Egal. Ich hab gesagt, wir kriegen heute schon genug. Als er gesagt hat, ich bringe den alten Sack mit. Wir fahren jetzt zum Hafen, Milos. Ja. Und da müssen wir ein paar Kartons aufreißen, weil wir was verkaufen möchten. Aber ich sag, wir gehen zu Cody. Ja, und danach gehen wir zu Cody. Okay. Ich hab dir was mitgebracht. Gib ich dir gleich. Bostel? Ja. 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 Habst du gerne Bälle im Mund? Ich muss übertreiben mit einfach. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach nein. Du blöder Wichser. Ich sitz hier und bin angeschnallt. Ich hab keine Angst. Wobrein, wir verspäht uns um eine halbe Stunde. Nimm die Geld mit. Sit rein. Ihr habt eure Alten-Mila also einfach allein gelassen? Ja. Wir haben so viel erlebt ohne dich, ne? Echt jetzt? Mila, weißt du, was das Problem ist? Wenn du an der Apotheke stehst, ne? Ja. Dann lass nicht jeden blöden Wichser vor dich. Ich verstehe, hallo, wir sind im Tunnel. Hallo? Was hast du? Hallo? Hallo? Ah, jetzt bin ich vorfuschen lassen. Aber die fragen immer so, die sagen, so, Entschuldigung, darf ich vor dir? Und ich so, ja, Ka. Und dann kommt der Nächste, Entschuldigung, darf ich vor dir? Und ich so, ja, Ka. Ja, Ka. Und dann kommt der Nächste und fragt, Entschuldigung, darf ich vor dir? Und ich so, ja, Ka. Und dann kommt der Nächste und sagt, Entschuldigung, darf ich mal? Und ich so, oh, Entschuldigung. Das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man Leute an der Kasse vorlässt, die nur einen Teil haben. Ja. Und dann muss so, Mila muss immer sagen, kassieren Sie. Ja. Oder machen Sie mal eine zweite Kasse auf, bitte. Obwohl du alleine an der Kasse stehst. Okay, ich wollte auch mal lustig sein. Wir bräuchten Securities an der Kasse. Jack, ich habe mal eine Frage an dich. Oh Gott. Wurde du schon mal überfahren? Was? Was? Nein. Ja, wurde du schon mal überfahren, noch nicht. Nein. Okay, und der Rest? Ich wurde noch nie überfahren. Dann wäre ich tot. Ja, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich wurde überfahren. Los drüber da. Oh. Warte. Oh nee, doch nicht. Scheiß Verkehrsgraudi. Scheiß Verbrecherschweiner. Blöde Schwein. Warum beleidigt ihr die, Alter? Äh. Das sind unsere Freunde, die helfen uns. Die haben angefangen. Ich bin Mitläufer. Achso. Wenn mal ein Einbrecher kommt oder so, muss der Polizei rufen. Die kommen und helfen. Nein, wie das Mitläufer. Wenn ein Einbrecher kommt, wie das Mitläufer, dann sind es Zweibrecher. Ja. Warum nicht Dreibrecher? Der war so lustig. Nicht mal später, Alter. Den halte ich mir für später auf. Ja, okay. Mach das. Boah, ey. Dann lacht er wieder mitten in der Nacht los. Gar kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eh, nee. Verarscher. Was? Verarscher. Verarscher. Oh, bleib stehen. Der war sogar an. Also wir fahren jetzt zum Hafen, richtig? Ja. Hey, da waren wir heute noch gar nicht. Ja. Ich war da wirklich schon heute. Ich war schon da. Ich hab richtig Bock, in die Stadt zu fahren. Ja. Oh mein Gott, können wir bitte über Westen? Wir fahren bitte 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 bitte. Ja, links, links, links. Vielleicht, vielleicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Ampli vorbei, bitte nicht. Oh mein Gott. Ich hab voll Lust auf die Stadt. Oh. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, das war's mit Soho. Hey, du bist ein ekelhafter Mensch, ne? Spuck das Ding nochmal aus und schluck das nicht immer wieder runter, Alter. Spuck das jeden Morgen aus. Das kommt immer wieder. Das ist wie so ein Frosch im Hals. Hi, ich bin's Frosch. Und dir muss ich eine Frau finden. Jeden Morgen machst du dich? Was machst du mir, Mila? Ich such doch, ich hab ja jetzt einen Papa und einen Opa, aber ich brauch noch einen Mama und eine Oma. Wer ist denn dein Papa? Und der Jack, von Gefühl her. Nein, der ist nicht dein Vater. Aber der hat das gesagt. Mila, wo ist der Daddy? Ja, Jack. Nein. Nein. Aber ich war letztens bei Mila, da musste ich zum Friseur fahren. Da muss ich sagen, Mila, du bist mein Friseur. Zieh die Kappe ab. Mila, wir sind im Klamottenladen. Tast und Brass. Zieh die Schuhe aus. Hier ist Teppich. Putz deine Nase. Mila, ess dein Fleisch auf. Du hast Sabber an der Nase. Mach mal den Tisch sauber. Mach mal den Tisch sauber. Ich muss immer schnuseln, wenn der Jack das sagt, wenn ich was an der Nase hab. Schnuseln, wenn ich was an der Nase hab, in dein Tuch rein. Schnuseln. Schnufen, meinst du? Schnuseln. Ja, schnufen, sag ich doch. Ja, schnuseln. Ja, schnufen. Mein Gott, wo sind die denn? Hä, warum hab ich genau draußen noch so? Kein Schwein da. Ich hatte Angst, dass der Typ rettet. Na, echt ziemlich willkommen. Kann ich mein Oberteil auch tauschen? Nö. Okay, schade. Ach, Herr Cody, Aziz. Und Tristan, danke schön für den Wieser im 5. Monat. Ja. Und Aziz, danke schön für den Prime. Ach, den Kedjan. Und FSA-Schwein, danke schön für den Wieser im 13. Monat. Mach dein Blaulicht an und komm hier runter. Richtig. Ich höre kein Blaulicht hier. Oh, keine Laune. Okay. Bin noch im Weg. So, wir brauchen ein Rotes. Du was? Oh, Beatty, ruf mich an. Hä, hab ich doch gesagt? Muffin, lass doch mal rufen. Ach so, Muffin, ja. Wir sind unten am Hafen. Ja, 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 ja. Bis gleich. Ja, ein Rotes kannst du schon mal auspacken. Da lagen wir allein. Ein Rotes, ne? Ein Rotes. Ein Rotes, ja. Okay, ja, okay. Haben wir? Ja, ja, haben wir. Soll ich ihm Bescheid geben, oder was? Ja, wir wundern das jetzt, dann sagst du uns, dann sagst du dem, dass der nach Koldis oder so kommen soll. Oder Rosa, weil das passt. Alles klar, sag ich ihm. Aber Rosa ist nicht in den Tag, mach nicht gut. Eine Viertelstunde. Aber ich könnte auch noch Lila tragen. Lila macht mich nicht so dick wie Rosa. Du siehst halt original aus, als würdest du gleich auf ein Festival gehen. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ich gehe zu einem Festival bei Kuti. Bei Kuti? Kuti. Bei Kuti. Ja. Wer ist nochmal der echte Spider-Man? Wie heißt der? Peter Bacca. Peter Bacca. Da ist sein Name. Peter Bacca. Peter Bacca. Ich hab Peter Bacca wirklich mal getroffen. Wo? Äh, in, 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 ähm, in, da vorne. Wo? Da war der, mal da hinten. Das ist eine Lüge. Nee. Wer ist deine Familie, Biti? Das Biti, der ist auch cool geworden. Ja. Der ist Elite geworden. Elite. Alle cool geworden. Ich hasse das. Gar nichts gemacht. Gar nichts. Wo hast du dein T-Shirt her? Von Muffin? Ja. Aus seinem Bobo. Ist vom Muffin das T-Shirt, ne? Wir treten schon seit vier Tagen rum jetzt. Ich würde sagen, wir hauen den Muffin mal zu, zurück. Zusammen. Zusammen. Und den. Der lässt das Social-Live ablenken. Lass das bitte. Ja, deswegen ja. Ich kann nicht immer den Vögeln hinterher gucken. Biegen. Biegen. Und was braucht der O'Brien jetzt? Ein Oberteil und Hotpants für seine Mutter. Ja. Schlag ins Gesicht. Schlag ins Gesicht. Wir müssen den Muffin noch fragen, wem Cody geschenkt, ne? Warum? Wie, warum? Ich muss den Dauer absinken, sonst ist der sauerhaft. Der segne geht nix ab. Der soll einfach sich in seinen Kämmerchen setzen und schneidern. Ja. Unter der Holz. Schneiden Sie, der Herr, schneiden Sie. Aber wie denn bis gleich? Hä? Ja, der hat doch gleich Geburtstag. Der Cody. What up, yo? Flick sind am Hafen. Verkauf mir jetzt gleich was. Am Hafen? Hey, hey, hey. Komm auf runter. Hast du meine Kette noch? Ja, ja, na klar. Okay. Dann komm hier hin oder bleib da. Ja, ich komm zum Hafen runter. Alles klar. Gleich. Und ein Koppers. Göttis, die Jeansjacke offen mit dem Top. Die verkaufen wir nicht. Nein, nein, nein. Der alte Mann kommt auch gleich. Das ist auf den Weg. Ich hab gesagt, du kommst zu zweit. Der Dieter Kicker, oder was? Ja, das ist Huber. Moin. Und du willst jetzt für deine Mutter Hotpants kaufen? Das ist schon ein bisschen weird, ne? Nein, er will für sie. Wer ist Huber? Ich bin Huber. Wie, du bist doch kein Huber, Junge. Ich bin Huber. Wo ist deine Farbe? Wo ist dein Fleck? Wo ist deine Familie? Mehr, Anna. Wo ist dein Fleck? Äh, da. Ja. Dann zieh das mal aus. Das ist der hessische Fleck. Da. Sollen wir tauschen? Ying, Ying. Nee. Meine Fleck. Mila, warum versteckst du dich? Ich bin Schächter. Nein, du kannst herkommen. Machst du da Kacke in das Auto, oder was? Äh, äh. Die versteckt sich. Oh, du hast nur schon wieder das Off-White-T-Shirt hier. Oh, das Auto kommt immer näher. Bruch. Hallo. Oh, die ist stark, die Frau. Bin ich überhaupt nicht. Also Hotpants für deine Mutter. Ja. Keine Ahnung, was der haben will. Zeigt ihnen einfach, was ihr habt, und dann ist gut. Ich hoffe, der hat Kohle. Der Kieker. Aha. Cooles Auto. Ja, ist der Giffy. Guck mal, seine Kette. Meine Kette hat er an. Aber gibt überall damit an. Der gibt eh mit allem was an, und bleibt es einfach nur bei euch. Ja. Der war bei der Bomber und hat gesagt, meine Kette hat 1,5 Millionen gekostet. Ah, cooles T-Shirt. Schon wieder ein neues T-Shirt? Ach, das ist für heute Abend. Das Ding ist weg. Da kommt jetzt irgendwas Blödes. Was macht ihr denn das schon wieder? Da kommt irgendwas Blödes. Ach so. Ja, 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 ja. Schmutz bleibt Schmutz. Tagsam. Tagsam. Stuhl. Hallo. Hi. Ja, ich bin der Tita. Erste Wüste. Hi. Sag mal rein. Ich suche ein Kleid für meine Frau. Wie ich dachte, Fortschritten. Ja, zeig denen einfach, was ihr habt. Okay. Wir brauchen dich. Ich hänge eins auf. Wie meine Frau. Mila, komm, du musst eine Mondshow machen. Genau. Mila. Ich habe Musik abgespielt. You take my Brazil away. Ja, Laugen. Komm halt die Fresse. Was willst du, du Fotze? Fotze, du. Oh, Frank. Gute Morgen. Was willst du, Uhrensohn? Uhrensohn. Uhrensohn, pack die Kamera weg. Pack die Kamera weg, du Uhrensohn. Fischer, siehst du da drin auch was? Ähm, okay, was mache ich? Du machst Mo... Oberteile. Fleck weg. Nein. Wer ist das denn? Mach Moontroll. Der Dieter Kicker will was für seine Frau. Und jetzt geht es um die Oberteile. Oberteile. Der will keinen Nundenbanden hat. Nee, mein Alter hat heute Nacht Geburtstagbrauch irgendwas Gutes. Keine Ahnung. Wie der Cody oder was? Lieblingsfraben. Das sieht auch dumm aus, ne? Also das sieht auch richtig dumm aus. Die coolen Sachen haben wir noch nicht. Aber Fischi, du wolltest da eh nochmal die Hochzeit nachholen. Ich bin 40, das ist ein bisschen gefährlicher. Wir müssen weiter runter, die hat es schon hänge. Wie alt ist dein Faust? Wie alt ist dein Faust? Zeig mal das gleich. 40. 40, dann rechts oben halb ist super. Es geht auf die 40 los. Also dann wird das, 40 wird das hier super vielleicht. Ja. Ist zwar Bauch, aber vielleicht hat sie da noch keinen Falten. Nee, nee, also die riecht schon so. Wie lange? Da kickt der Flash wieder dir. Da kriegt die Kanzure rum. Was, was, was? Da steht jemand auf Polygone. Da gibt's noch keine Kette. Ja, da gibt's noch keine Nonne. Das ist kaputt. Ach du heiß. Gibt's auch was in Halal? Kriegst du die in der Maffe raus? Ach, wir hätten das geschnallt. Das ist Bomben. Ja. Das haben wir. Nein. Nein. Das ist auch kaputt. Das haben wir. Aber das tickt meine Oma drunter. Ja, dann haben wir nix mehr. Zeig ihr mal das Kleid. Ja, ja. Das ist doch kaputt, haben wir gesagt. Nein, das ist das große. Junge, was will der mit dem Hochzeitskleid, Alter? Ja, weil er schon, weil er, die haben geheiratet, aber die Frau war nicht da, weil sie ganze Zeit in der Apotheke war. Die haben geheiratet und die war nicht da. Ja. Was ist das denn, Alter? Seine Mone. Seine Mone. Seine Mone. Ja, das war's. Fischer, was wäre geileres, wenn du dir nicht das Hochzeitskleid schenkst und dir sagst, wir können auch mal unsere Hochzeit ja jetzt nochmal richtig nachholen. Boah, da musst du uns aber einladen, Junge, da wäre nicht so gut. Ja, Elikonzeiten, wir gucken zu. Im Endeffekt will der Eno die Hochzeitsnacht nachfeuern. Ja, wir gucken zu. Da musst du uns aber einladen, Alter. Die lauschen mit Glas. Warte mal, ist die besetzt? Für die jemanden? Ja. Oh, okay. Was hätte ich gerade mal untergeguckt? Manneke, pass ja auf, sonst hau ich dir den Pulver in den Ohren. Hallo? Nur weil die klingt wie 14, ist die noch lang schrei. Ich bin schon groß. Ich bin schon zwei und fünf. Ähm, wohin? Was noch? Zeig ihm mal vielleicht noch die Hosen. Die genau, richtig. Junge, wir haben eine Dings und... Dann zieh ich das hier wieder an und Hosen. Wer haben die, die ich tage jetzt? Die Pampers Box, ja? Und die hier. Jetzt sagt er gleich, ich kann's mal kurz den Rucksack abnehmen. Red ich mal? Mhm. Oh, Mann. Ja, du bist doch... Man, nimm noch Hotpants, Alter, um diese Schickjacke, Junge. Von der Vibes, was gefällt denn so Weibern? Ich weiß ich noch nicht. Ja, aber deine Frau ist... Ja, aber deine Frau ist... Ich hab ihr neister Deissner geschenkt, damit die mir auch nicht schneidet. Mag deine... Mag... Mag deine Frau... Mag deine... Mag deine Frau lockere Sachen? Jetzt werde ich nicht mit dem zusammen... Hier ist schon keine Ruhe, aber... Die hatten halt einen Mann als Frau... Wofür schenkst du ihr das? Als Mann als Frau? Zum Geburtstag? Ja, zum Geburtstag. Kann die später Geburtstag haben? Nee, nicht später. Ich sag Hotpants und dieses Dingsteil. Also noch ist die auch gar nicht rausgekommen aus ihrem Bunker, aber... Ich nehm jetzt Hotpants und dieses Strick-Oberteil. Aber morgen haben wir nicht mehr. Und Stick-Oberteil. Okay, aber ihr müsst sagen... Wie, das sind denn normale Oberteil mit der... Gibt's da auch ohnehin diese Kids drauf? Das sieht so Oma-haft aus. Ja, oder? Aber deine Frau muss doch auch alt sein. Ja, nee. Ich bin der Alte. Ja, ab das nicht. Ich schärf die Jungen. Ja, da gibt's noch ohne Kids, der Hoodie. Wo ich 18 war, war sie sieben. Äh, der Hoodie? Der Hoodie? Äh, die Hoodie hier. Der hier? Ach, da steht Supreme drauf. Was steht da drauf? Dann haben wir das noch. Daddy. Daddy. Dann haben wir das noch. Oh, nee. Dann haben wir das hier noch. Das wär vielleicht was für sie. Ja, cool. Und dann dazu die Hotpants. Wollen wir gleich durchgehen oder sagen wir... Den haben wir leider schon vorrätig. Den. Doch, haben wir wohl. Dann haben wir den hier noch. Der ist fresh. Der ist fresh. Ja, der würde auch klar gehen. Dann haben wir den hier noch. NS, das gefällt sie. Bruder, übertreib nicht, Junge. Dann haben wir das hier noch. Geh doch da drauf, was denn? Cute. Dann haben wir das hier noch. Pilla. Dann haben wir das hier noch. Was ist das? Schmetterlinge sind. Das ist Schmetterlinge. Nee, passt nicht. Das hier haben wir noch. Das passt. Ja. 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 Dann haben wir das hier noch. White. Genauso überflüssig wie das Rot und das Blau auf der französischen Flagge. Das ist es. Das ist es. Okay, ich geh die letzten drei aber noch durch. Die zeig ich mir. Das hier. Versace. Von Versace. Das hier. Und das hier. Steht da. Oh. Oh. Aber du willst das, ja? Nein. 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 Das letzte bestimmt. Das letzte. Ja. Das kriegt die Erin aber schon, ne? Was? Erin hat das. Ja. Aber egal. Das bleibt in der Familie. Okay. Dann kauf ich die. Hab ich wenigste Ausrede, wenn ich sag, ich dachte du wärst das. Ja. Ich nehm das jetzt, ja? Ja. Ey, warte, was kostet das Bein überhaupt mit zusammen? Ja, was kostet das? Warte. Warte mal, der Fischer ist doch noch gar nicht fertig. Der will bestimmt noch so einen Turnbeutel kaufen für seine Frau. Willst du auch einen Turnbeutel kaufen für deinen Pfau? Ja, ey. Pass auf, Fischer. Dann mach du Oberteil und Hose und ich kauf ihr einen Turnbeutel. Okay. Dann hab ich mit Erin auch was. Weißt du, was der Turnbeutel kostet? Was ist denn mit der Sonnenbrille? 6 Millionen. Eine Sonnenbrille, stimmt. Guck dir mal die Sonnenbrille an. Okay. Dann achte gut, ja? Dann läuft sie rum wie jede. Ja. Das hier haben wir als Turnbeutel? Ja, sieht man nicht. Achso. Dreh dich mal um. Stell euch hinter mir. Dann, das hier haben wir als Turnbeutel? Oh Gott. Dann, das weiß nicht. Boah, richter Burger! Nein. Sollen wir mal sagen, wir sind auch so geil? Das hier haben wir noch. Das hier haben wir noch. Irgendwas dezentes. Nee, die dezenten Rucksack. Ja, mach du. Wir haben schwarz-weißen. Wir haben schwarz-weißen. Ja, wir haben schwarz-weißen. Ja, wir haben schwarz-weißen. Kostet Quante? Dreh 50. 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 Halt den Maul. Ich bin da mit dem Geschäft drin, Junge. Dreh 50. Dreh 50. Und das hier haben wir auch noch. Das ist mir egal. Und wir haben den hier. Außerdem haben wir den hier. Unter anderem auch den. Natürlich haben wir auch den dabei. Und nicht zu vergessen den. Ende. Ich war fast gekotzt. Der Korn wieder. Mein Gott. Schon wieder fast ohnmächtig. Schon wieder fast kurzzeitig 90% aus dem Ausweis gehabt. Okay. Lass dir sagen, wie viel kostet. Ja. Du sagst lieber, dass du deiner Mutter eine Hotpan kaufen willst. Nee, ich nehm lieber den Rucksack und die Brille. So, wir haben zwei Sonnenmann. Ist das sein Vater? Einmal die hier. Mann, Aaron, ich kann hier nicht durcheinander quatschen. Warte einfach kurz am Telefon. Ja. Einmal die hier und einmal die hier. Die hat eh keinen Durchblick. Die Schwarze geht. Die hier? Ja, nee, die dunkel. Ah, okay. Richtig dunkel. Die hier. Ja, okay. Oder? Die andere? Ich weiß es nicht. Die, ne? Verkosten um die dann? Ja, Zeit und das Geld. Hatt ich schon als Baby an. Zeit und Geld? Ja. Das wird teuer, ne Kicker? Boah, das wird richtig teuer, Mr. Kicker. Sobald das halt genauso teuer für andere ist, ist mir das egal. Ja. Damit ihr auch noch ein paar Strafen einholt habt. Eine von euch. Staatskonto. Was? Apatarsani. Aber der Kicker kennt, der Kicker kennt anscheinend, aber der kennt Apatarsani noch nicht. Er hat zu viel Kusch geraucht, Alter, deswegen kenn ich das. Zeig dir mal Apatarsani. Ja, ja. Moment. Los, was kann er. Wie teuer? Apatarsani. 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 So, aus einem richtigen Winters. Ist so. Gleich mal ein paar Flame-Posts machen auf Twitter. Warum geht der Jag weg mit dem Preis, Alter? Der Brian kennt das doch. Ich weiß nicht. Vielleicht will er einen Spezialpreis. Ja, warum seid ihr da hinten? Sagt du dem Preis mal hier! Komm doch jetzt mal her, du Fotze! Ja, du Fotze! Boah, das erinnert mich an eine Krankheitssituation, Fischer. Du Schwanz, Fischer! Essen ist fertig, Fischer! Wie spät ist es denn? Ah ja, Zeit für... Zeit für Fleisch! Zeit für Fleisch! Zeit für Fleisch! Zeit für Fleisch! Jungs, wuh, wuh, wuh! Jungs, 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 wuh, wuh, wuh! Den Opa-Pulli, den fühle ich auch, ne? Hä, was für ein Opa-Pulli, Junge? Das ist der Potter, Alter! Der Potter! Der kommt sofort aus dem Zauberunterricht, Mann! Der Potter ist da! Junge, Alter! Wir sollen einen Fußballverein gründen! Ja, das gehört auch immer gut, der Transfermarkt, ey! Also ich kann dir ein paar starbide Kupfs besauchen! Ja, Hock! Ich werde einfach von meinen eigenen Leuten abgezogen! Ja? Ja? Ja, was laberst du? Ja, kann ich preisen, aber noch unterwinken! Ich merke mich gleich nochmal, ja? Als ob du dafür was zahlst, Junge! Ich nicht! Als ob du dafür was zahlst, Junge! Und das, was ist das für ein Oberteil? Ein schwarzes! Auch frei Hoodie! Okay! Dann schenkt dein Sohn auf jeden Fall mehr als du! Ist mir egal! So, hier sind wir mit Bittchen! Inzwischen kannst du noch ein paar LED-Schuhe mit einpacken! Willst du noch LED-Schuhe dazu? Was für Spiel gibt's denn für Weibzeug alles? Außer die... Äh... Erden... Dings... Erdenalter, Junge! Da passen sie mal gut auf, Mister! Also... Wir haben die hier... Wir haben... Nein, 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 nein! Achso, die... 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 Komm, was drauf, dass ich Essen hab! Die ersten vier... Also nur diese Leuchten hin oder was? Nein, nein, nein! Die hier... Die hier... Die hier... Die hier... Die hier... Und die hier... Passt davon irgendwas an Clue, Alter? Na klar, mit dem Weißen! Mit Weißen, genau! Oder mit Schwarz geht aber auch! Ja, was passt denn zu dem Oberteil? Dann nehm ich die dazu! Ja, die Schwarz-Weißen... Die blauen-Weißen! Die würd ich eher nie! Ja, ich würd auch lieber mit Schwarz! Ein brauner Gürtel, das passt, ne? Ja, und die Schuhe sind auch braun! Mein Gürtel wär auch mal schwarz, aber der ist ja nie... Bei den Ketten reingefallen, da war er braun, ey! Gürtel kackt! Also welche jetzt? Schwarz-Weißen! Schwarz-Weißen! Äh... 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 Die sind teuer, ne? Die sind richtig teuer! Boah, der Mann hat Geld sehr ruhig! Wer soll dich sonst mit dem Geld machen? Er hat ein Haus, das nicht kommt... Und dann kommt er... Äh... 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 Naja, ich hab damit nichts zu tun, ist mir egal! Was findest du denn so billig? Okay, was würdest du sagen? Ja, pass auf, du darfst nicht vergessen, manche Sachen sind exklusiv, davon haben wir eine begrenzte Anzahl, und manche sind Standardware, ne? Genau! Die Schuhe sind zum Beispiel exklusiv, die kosten 400.000! Ja! Die Bauchtasche... Äh... Also die... Der Rucksack, den sie hat, kostet 350.000! Verkauft ihr auf Masse ein bisschen? Ne... Ja, ja... Was? Bei solchen billigen Sachen? Ja, ja... Stangenware! Ja, genau! Diese billigen Sachen... Also umso billiger es ist, umso mehr haben wir davon auch! Ja, aber dieses 75k Ding, das verkauft ihr dann schon in Masse, oder? Ja, ja! Ja! Also wir haben noch... Stinkt das nach Schwanz! Wir haben noch... Wir haben noch dieses... Das riecht an Schweineschips, da haben wir ja! Ja, ja, ist es okay, dann... Und da fehlen auch noch ein paar Bestellungen! Glaub mir, der exklusive Stuff, der richtig teure Stuff kommt noch für Frauen! Ja, ja! Zeig ihm mal, dass äh... Die Daunenjacke zum Beispiel... Die ist halt... Teurer, weil das Marke und ne? Du sollst schneiden, warte! Daunenjacke! Nein! Nein! Hier, dann einmal bezahlen! Da kriegst du aber... Hier, aber dein Sektempel da unten, der ist aber noch frei, ne? Was? Ja, der Bauchname! Dein Bellybutton! Hi! Ja, der geht rein! Ja, der geht rein! Wo? Ich sag dir, der Sektempel! Der Bauchnabel! Mein Bauchnabel? Der? Ist mein Bauchnabel frei? Mein der! Achso, ja! Ja, der! Ja! Ja! Sieg mal! Ist ja auch im Winter, ist sehr gut! Ja! Ja! Okay, da hast du die ganzen Sachen gekauft oder rausgenommen? Ja, hab ich! Okay! Ähm... Dann gibst du jetzt dem Herrn rechts von dir die Tasche und die Sonnenbrille... Gepärfischer! Meine Geburtstagsgeschenke mit Eren zusammen! Warte! Bittchen der Jungemann! Nein! Nein! Nein, sie hat mir nichts gegeben! Sie hat ihm schon gegeben! Warte! Bittchen der Jungemann! Mann, das ist... Was ist das? Ja! Wir wollten mich doch jetzt nicht wirklich hochnehmen, Jungs! Und Bittchen der Jungemann! Wer will dich hochnehmen? Wer will dich hochnehmen, Muffin? Und Bittchen der Jungemann! EAST TIEWAY! Lass los! EAST TIEWAY! Muffin wird hochgenommen! Los! Ost TIEWAY! Ost TIEWAY! Ost TIEWAY! Wo bist du ungefähr? Sag einfach irgendwas! Ich bin ne Brücke hier, wa? An ner Brücke! An ner Brücke! Ost TIEWAY! Fahr! Ich hab! Komm! Ost TIEWAY! Brücke! Nein, du steigst nicht ein! Okay, danke! Ich halte gerne die Fresse! Muffin, sagst du Sachen so, warum fährt der jetzt nach Palete, warum fährt der jetzt dahin und so? Ja, alles gut! Äh, die fahren jetzt weiter, die hauen gerade ab, die hauen jetzt Richtung EAST TIEWAY! Ganz komische Typen, zwei Jugolas, zwei Schatz! EAST TIEWAY? Ja! Von wo denn? Ich wollte grad schon welche beim Erdbeerfeld durchnehmen. Fahr mir hier kurz am Rand dran! Was für Jugolas? Äh, zwei schwarze Nullerkennzeichen, das typische. Was haben die angehabt? Äh, schwarze Kleidung, dunkle Kleidung, waren aber, der eine hatte keine Maske über, oder hat so ne Halbmaske, aber der war hellhäutig. Achso, danke der Nachfrage! Ja, alles gut! Danke! Bruder, ich hab keine Magazine, Alter! Hast du gar nichts? Doch, ich hab 42 Schuss! Ja, alles gut, das reicht! In welche Richtung sind die gefahren, Richtung Stadt oder nach oben, Paleto? Äh, nach Paleto. Wir sind Richtung nach Paleto gefahren. Waren die Jugolas voll beide? Äh, ne, das waren drei und einmal zwei, glaub ich. Drei und einmal zwei, so fünf Leute. Ja, die können Baum machen, das ist gut. Schau dir vor! Nein, hör zu! Bleib kurz stehen, die haben den nicht mehr. Die sind zwei Jugolas, fünf Leute insgesamt, im einen waren drei, der andere zwei. Habt ihr noch ne Knarre? Ja, ich hab 43 Schuss noch. Ja, ich brauch noch ne Knarre. Richtung Paleto sind die gefahren. Ja, links hat keiner, Kürtis hat keiner extra. Ja, ja, die sind wieder hochgefahren. Die wollten gerade auch schon welche vom, ähm... Ja, wart mal, wart mal, wart mal. Äh, ja. Die Jugola, schwarze. Ja? Ja, also, ging das jetzt wieder an den Regionen? Ja, links ist einer. Da waren noch zwei, einer war vorher, oder nicht? Ja, aber die sind Richtung Paleto gefahren, hat der Muffin gemeint. Du bist jetzt auf dem Weg in die Stadt, ne? Nee, ich fahr, äh, ich bin jetzt... Seid ihr mit den Jugola unterwegs, mit dem Orangen? Oder wir sind mit fünf Autos und die Bullen kommen auch noch. Wir haben den Fischer grad mit verkauft, Junge, der hat direkt durchgefunkt. Junge, äh, die sind Safecore noch, äh, beim Erdbeerfeld da überall. Erdbeerfeld halten. Die sind da schon die ganze Zeit... Ja, safe sind die da. Die haben die ganze Zeit... Fahr mal ein bisschen langsamer. Oder, warte... Ja, voran, voran, voran! Gülfi, sag mal Erdbeerfeld! Erdbeerfeld, Erdbeerfeld! 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 Ich hab mal ein ganz komisches Gefühl, dass... ...dass sie gleich von der Rechtsbosche, ne? Ich sag das, sag so wie's ist. Jaja, dat werden wir jetzt jetzt gesehen, Junge. Oh, Juhu, ich hab dich auch mal nie... Junge, die Cops sind mit uns hinter uns, Alter. Hast du Lola kennt? Ja, deswegen ist halt... Jaja... Ähm, aber ich... Ich kann dir safe sagen, wenn ich die seh, dann weiß ich wer das ist. Weil der... Ja... Das waren ganz komische Gestalten. Du musst dir die Kennzeichen merken. Ja, Nuller-Kennzeichen. Ja, du musst dir merken, wie viele Nullen und so. Ja, gut. Also mich würde es nicht wundern, wenn die hier noch beim Erdbeferd... Die sind hier nämlich die ganze Zeit schon rumgefahren. Dann sind wir auf dem Highway wieder raufgefahren. Und dann sind die hinter uns hinterhergehauen. Ja, stehenbleiben, stehenbleiben. Und dann bin ich halt so weit wie möglich noch Richtung Stadt. Und dann, ja. Haben wir noch Cops an der Leitung? Ich bin weggefahren in der Hauptstunde. Wo bist du denn jetzt? Wir fahren jetzt... Wer ist denn dir? Aber du bist schon wieder unterwegs, du Hässling. Ja, mit Mel bin ich noch unterwegs. Ja, mit Mel bin ich noch unterwegs. Ja, im Endeffekt... Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich bin hier bei diesem komischen, orangenen Ball. Ja, da sind wir gerade vorbeigefahren. Wir fahren gerade zum Erdbeferd. Pisser, ich bin schon weggefahren und hab halt so rumgeschrieben. So, ja, Curtis, ja. Und ich ruf alle an. Cops ist hinter uns, ne? Ja. Ne. Doch, weißer Jugola ist bomb. Irgendwo, wir fahren mal hier rum. Die fahren die ganze Zeit rum mit dem, was du gemeint hast. Ja. Das ist der Scrof. Der hat grüne Bandanas. Hatten die Bandanas auf oder so, Max? Äh, schwarz. Die waren... Schwarz. War auch ein schwarzes Bandana. Schwarzes Bandana? Ja. Oh, da haben wir aber gestern welche gesehen. Komplett an der Cover-Fickbox. Wie gesagt, in dem einen Jugola waren zwei oder drei und in dem anderen waren zwei. Das waren nicht viele. Bruder, die sind weg. Aber die haben Safecore noch mit irgendjemandem telefoniert. Der ist bei dem Orangenen Ball. Die sind gerade an dem vorbeigefahren am Highway. Da war der gerade. Hat der oder Mel nicht eine Knarre dabei? Warte, ich kann noch wieder hinkommen. Mel hat bestimmt einen dabei. Ja, aber was willst du? Die sind eh weg. Die können wir da abhauen. Ja, trotzdem. Danke auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Junge, lass dich niemals abziehen. Rennen lieber. Ja, ja. Deshalb bin ich ja erstmal so weit. Aber ja, auf einmal hat der andere wohl irgendwie einen Call gekriegt oder sowas. Ja, wir sollen abziehen. Wir sollen abziehen. Keine Ahnung. Als wenn wir irgendwas geahnt haben. Ja. Du musst dir nächstes Mal unbedingt das Kennzeichen merken. Weil dann können wir das gucken, wie ihm das gehört. Und dann... Ja. Dann schulden die uns eine Million. Quats. Kann ich dir was abgezogen? Ne, ne, die haben nichts abgezogen. Die haben den auch nicht mitgenommen. Als hätten ihn gebrochen, dass irgendwas passiert. Ja, die wollten mich erst mitnehmen und dann auf einmal... Ja, wir sollen abziehen, wir sollen abziehen. Ja, das kommt davon, wenn du mit deiner Cringe-Perle rumfährst. Jetzt wie beim Schopen. Ne, Jörg, was soll ich denn sonst machen? Ja, alles klar. Dann komm mal zum Hafen oder so oder geh zu Codys, Alter. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Dann muss gleich. Ja, hast du. Ähm... Ja, ich muss auch Waffen laden. Ich brauch Dings-Munition. Erst wollen sie den einpacken und dann auf einmal doch nicht. Danke. Du dumm, Alter. Ja, ja. Auch nicht. Ja, ja, auch. Jetzt kauf keine Waffe, ne? Wird doch nicht schlecht. Ey, kann man hier ein bisschen Muni kaufen, Digga? Ja, ich kauf. Nein, nein, nein. Die sind eh weggefahren. Haben die ihn abgezogen? Nix. Nix haben die abgezogen. Weißt das, oder wie viel brauchst du? Ja, das reicht. Ich hab auch noch einmal gezogen. Ich hab auch noch einmal gezogen. Ist gerade ein schwarzer Jügeler losgefahren von uns. Ah, lass Geschäfte weitermachen. Ich findest du eh nicht, Alter. Komplett schwarzen Kleider. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken. Sind wir nicht fertig jetzt? Äh, hat der bezahlt? Hast du alles übergeben? Ja, ja. Bezahlt ist alles. Ihr habt ihm alles gegeben. Okay. Hier steht noch ein schwarzer Jügeler ganz rechts. Sind da Leute? Die haben aber lila Flex angehört. Ja, die haben alle Dings Hassler, glaube ich. Oder? Wer hat die Flex? Ja, ja, ja. Oder willst du hier? Ja, jetzt ist doch nur, oder? Ja, aber wem gehört der? Einer ist auf jeden Fall gerade losgefahren, Jügeler. Und irgendein Dings hinterher. Vielleicht kennen wir die sogar, Alter. Und die haben dann gecheckt. Jo, das hat der zu uns gehört, weißt du? Ja, natürlich. Der trägt ja auch diesen hässlichen Sombrero, Alter. Und alle denken, das wäre ein Mexi. Und der ist mit Mel unterwegs. Welche Mel? Die hätte abgeknallt werden können. Welche Mel? Ach, so eine Wolle. Die vom Krankenhaus oder was? Naja. Hättest du mir die auch geben können. Hat einer den O'Brien Bescheid gesagt? Alles gut? Ja, ich sag ihm Bescheid. Kürf, ich leg auf. Hast du, Kurt, kannst du mal Juri anrufen? Warum? Weil der mich gerade angerufen hat. Ja, dann kann ich den auch zurückrufen. Entwarnung. Ja, was heißt Entwarnung? Ja, 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 haben die gebrettert. Nein, Quatsch. Wir müssen, keine Ahnung. Wir wissen nicht, wer es war. Muffin war zu blöd. Das ist nur mal schön zu merken. Ja, aber ich schwarz gekleidet, schwarze Flags. Nee, war schwarz gekleidet. Nuller Jugula. Alles schwarz. Schwarzes Flags. Richtige Profi-Gangs, ja. Die wollten, keine Ahnung, die wollten den irgendwie erst einpacken. Rettet einfach fast so schnell wie wir. Und ja, dann haben sie auf einmal abgelassen. Vielleicht haben die gecheckt, wo der Zug gehört zu, ne? Besser ist für die. Sonst kommt Flaschenpost. Mann, ich wollte brettern. Nicht so schnell. Nein, das muss nicht Meta sein. Das kann auch sein, dass die uns dann gecheckt haben, okay, das ist Muffin. Und dass die den deshalb in Ruhe gelassen haben. Also, Chat, beruhigt euch. Mann, ey. Gehen wir jetzt zur Party? Ja. Die ist doch nicht. Nee, wir haben schon 20 vor. 23.30 Uhr ist die. 20.30 Uhr? 23.30 Uhr. Achso. Cody sagt ja alleine bis 23.30 Uhr. Ah, ne Quatsch. Doch, 23 Uhr offen. Vielleicht kicke ich noch ein Pückelchen. Nee, ich glaube ja nicht, aber ja. Ascher. Das war jetzt Massephase? Ist das Choco, Alter? Ja. Die wollten den Muffin einpacken und dann haben sie das doch nicht gemacht und sind abgehauen. Weiß man auch wer? Oder war alles schwarz? Schwarz-Jugula, komplett schwarz-gekleidet, schwarz-fleck. Gut. Also, geil, sie haben alles abgenommen? Wir haben dem gar nichts abgenommen. Wir haben den komplett in Ruhe gelassen. Oh. Als wir quasi auf dem Weg waren, haben sie in Ruhe gelassen. Ah. Ah. Satz. Äh. Seh so. Die fahren gerade wieder neben mir. Wo sind die denn? Fahr zu Cody. Ähm. Naja. Naja, die fahren eh Richtung Weinwirtpitty. Wir fahren gerade in die Stadt rein. Äh, komm, Codys. Ja. Wir sind gleich da. Du hast dir die Fresse gemerkt? Naja, was heißt die Fresse? Ich weiß, in was für Kluften die rumrennen, ne? Ja, komplett in schwarz, hast du gesagt. Ja, halt so ne komischen, diese Halbbandanas und diesen, ähm, ja, okay. Pulli. Ja, okay. Also, wenn ich die klufte, ich weiß nicht, damit rennt eh wahrscheinlich jeder zweite rum, aber... Perfekt. Gut, wir sind dann gleich da. Ja, was ist gleich. Wir sind gerade in die Stadt reingefahren, die waren eben neben dem. Sind aber für die reingefahren in die Stadt. Aber die wollten dem zuerst abziehen oder was? Ja, ich auch nicht, deswegen hab ich mir lieber alle Tickets geholt. Das ist halt... Ach, egal. Ich weiß, wer das war. Kennst du den? Ja, der hat uns vorhin, als wir auf dich gewartet haben, die ganze Zeit gesagt, oh ja, wär voll cool, wenn ich auch so ne Tasche oder so ne Jacke kriegen würde. Verstehen. Mann, ey, wir wissen, wer das war. Boah, ich auch. Wird gern wissen, wer das gestern war. Ja, auch. Giffi, erzähl du mal die Story, was gestern passiert. Ja, Giffi, was passiert? Wieso wir das erzählen? Wir waren unterwegs. Ja, erzähl einfach. Okay, okay. Erzähl einfach ehrlich, was passiert ist. Wir waren unterwegs und am Mirror Park langgefahren und dann hat uns einer von hinten gerammt. Und ist kurz stehen geblieben. Grüße. Dann wollten wir mit dem quatschen, dass er wieder weiter... Oh, Schoko. Okay. Ja, der Max hat vorhin schon die Geschichte erzählt. Dann ist er weggebrettert, sind wir dem hinterher, hat er wieder neben uns gehalten, hat nichts gesagt, ist weitergefahren. Was haben wir da wieder neben dem, ne? Die sind dann mal im PD rechts in die Stadt reingefahren. Wollen wir mal eine Runde drehen, Max? Ach, Quatsch. Wollen wir machen, ja. Mann, die fahren jetzt nach Hause und ziehen sich wieder um, wenn die komplett schwarz gekleidet waren. Die sind dann auf Raubzug. Auf Nachtschicht? Ja. Ja, Giffi, lass mich kurz rumfahren. Okay. Mahlzeit. Mahlzeit. Schoko, dass man dich nochmal sieht. Richtig? Warum? Denn Centorno ist hässliches Wack. Du hättest ihn mal vorher sehen müssen. Das ist so ein richtiger Boomer, Centorno. Stimmt da gar nicht, da wäre der schwarz mit weiß. Nein. Es wird da jemanden gehören, der zwei Kinder hat und so. Und 37 Jahre ist es, ey. Gut, dass es nicht so ist, ne? Max findet jetzt eh raus, wer die sind. Ja, safe. Wenn die so dumm sind und jetzt mal rumfahren. Wenn das ne Hobby-Nachtschicht ist, dann ist es BOM. Max kommt ja alles raus. Es war immer BOM, die letzten Male, wo die Leute hochgenommen haben. Ah, warte mal, Snoop hatte mich eh angerufen. Ich weiß nicht, ob Erdbeer fällt. Also mich hat einmal jemand oder eine Gruppe hochgenommen und die kamen dann hierher und haben sich entschuldigt und haben mir eine Waffe extra wiedergegeben. Hallo. Als BOM war. Wie die achte. Jungs. Hör mal, Jan. Was machst du dich da einfach am Muffin grad dran, ne? Beim Muffin? Weißt du, wer zur Zeit Überfälle macht am Erdbeer fällt und so? Nee. Junge, hat keiner mehr die Routen im Griff. Was ist da los? Ah, nee, der Griff war ja grad da. Hab geguckt. Da bist du. Der möchte nicht mit dir sprechen. Lass sie ihn in Ruhe. Ja, weißt du. Lass sie ihn in Ruhe. Der möchte nicht mit dir rennen. Ja. So gut wie hat, nee, so gut wie keiner hat die Routen im Griff der Zeit. Ja. Ja. Hallo. Ja. Ja, kommst du? Ja. 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 Du musst ja noch bezahlen. Wie, ich muss bezahlen? Ja, mein Essen. Grüßen Sie sich. Ich hab die letzte Figur bekommen. Ja, ich komm. Okay. Das kommt doch von mir, wenn man in der Ollen rumrennt. Ah. Mein Geburtstag einzuladen. Hallo. Du kriegst so einen Kaulquappen und einen Chikinagi-Eis. Oh, ich bin voll groß geworden, ne? Oh, danke. Cool. Dann hier mal der Rest der Bestellung. Ich bin grüß als du, ja. 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 Und läuft bei dir, ne? Du hast morgen Geburtstag, Cody? Mhm, morgen um 0 Uhr. Und die Actionfigur, bitte sehr. Alter, warum bist du so riesig? Ich hab Buffaloes an. Oh, läuft bei dir. Wir haben ein neues Sortiment. Gut, ne? Vielleicht mal Unicorn oder so. Da schick ich dich gleich hin. Ja, hau rein. Ja. Auf Wiedersehen, Nida. Schlaf gut im Laden. Glaub man sich zahlen? Äh, 1225 Dollar. Okay. Gebt kein Trinkgeld. Hast genug Geld. Ja, kann ich weniger bei euch ausgeben. Muss ich den Muffin nochmal überboxen. Je. Oh, Juri. Oh, Juri. Die wollten den Muffin gerade überfallen. Was? Malzat. Ja, ja, irgendwelche am Applefeld wollten den überfallen. Oh. Und ausrauben. Ja, wer? Keine Ahnung. Komplett schwarz gekleidet und schwarze Juggulas. Nula-Kennzeichen? Ja. Ja, die hatten auch Slava vor ein paar Tagen. Haben die komplett nackig gemacht, mit Essen, Trinken, alles weg. Ja, die Muffin haben sie in Ruhe gelassen. Dann auf einmal doch. Hm, okay. Na denn. Kommt ihr heute Abend zur Party? Ja. Party? Geburtstag. Ihr beide Geburtstag? Also Jiggy hatte und ich feiere rein. Ja, das klingt noch ein Plan. Was gibt's für saufen? Hm, Bier und Juri Spezial. Und Wodka Slashy. Ja, passt doch. Also das, was ihr hier im Laden auch bekommen würdet. Ich hab noch nie hier ein Juri Spezial bekommen. Echt nicht? Ne. Gönn dir ein. Hast du noch nie auf die Werbefläche da geguckt oder auf die Werbefläche vom Klo? Ich trinke kein Alkohol. Und ich kann nicht lesen. Ich trinke kein Alkohol. Klasse, das Alkohol ist doch bestimmt Wodka. Nein, nein. Wann ist denn die Party? 23 Uhr? 23.30 Uhr. Und dann halbe Stunde Party? Keine Ahnung, wann du ins Bett fällst, aber ich wollte nicht nur eine halbe Stunde feiern. Also ich geh auf jeden Fall, bevor die Lichter ausgehen draußen. Muffin, was ist jetzt mit dem Typen, der das Dings haben wollte? Das Rote. Ja, also. War der nicht hier? Nö. Ich tötte ihn. Wart mal, der will für seine Perle einen Topkauf von 100.000, aber kann keine Waffen heizt, wenn er kein Geld hat. Du hast noch ungefähr eine Minute, um herzukommen, sonst kill ich dich. Na, kann ich schon vergessen. Ach, du warst schon einmal hier? Ja, wann denn? Ach, gehört es, du willst für uns arbeiten? Als Security? Hat Beatty erzählt? Die stehen hier auch schon eine ganze Weile. Beatty war mal schon als Security. Aber du willst auch Security machen, klar. Komm jetzt her. Am klügsten ist das halt, wenn wir das einfach über die Boxhalle machen, ne? Weil, warum kriege ich das? Ich muss ja zum Gewerbeamt, warum sollen die mir ein Dings genehmigen Security für den Laden? Ja, weil du mitten im Ghetto wohnst. Meinst du? Ja, klar. Das ist klar. Natürlich. Ja, warum nicht? Ich versuch's mal. Soll ich dir das bautechnisch beschlechtigen, dass das hier Ghetto ist? Ja, wir haben ja nicht mal Spiegel auf der Toilette, weil das hier so Ghetto ist. Oh, keine Ahnung, aber hässlich. Guck uns an. Also, ich find, ich seh Knorke aus. Jetzt wissen wir, dass war, Alter. Kann er nochmal die gleiche Rote fahren. War das zufällig ein Weißer dabei? Ja, ja. Ja, okay, dann haben die grad Bombe gekriegt, alles gut. Von wem? Ja, von uns. Na, echt jetzt? Ja. Wie, habt ihr jetzt weggeschleppert? Ja, ich hab gesagt, er soll aussteigen. Weil er kriegt ne Bombe. Er meint, nö. Wie, war das ein Fahrzeug? Ja, das waren drei. Wie, und du und Giffi habt ihr jetzt weggemacht? Ja. Hast du dir das Nummer und Kennzeichen aufgeschrieben? Ja, das ist doch ein Nullerdreck. Hä, wo liegen die denn? X, X, äh, oben, da, an der Bäckerei. Audi? Ja? Magst du mir mal zehn Trinkpäckchen und zehn Burger machen? Nein, Spaß. Echt jetzt nicht? Warum? Ich hab nichts. Wie, dieses Ausverkauf. Ja, ich weiß, ich hab keinen Schlag. Ja, alles klar. Aber da oben lagen irgendwelche die Roten. Okay, tschüss. Tschüss. Ma, du Wichser, verarsch dich doch nicht, Alter. Das Ding ist halt, ich trau dich dazu. Hast du noch was anderes zu trinken, da? Ja, klar, alles andere. Der Cody. Ah, perfekt, alles andere. Dann nimm ich eine 10 E-Cola. 10 E-Cola? Mit welchem Fenster? Hast du gezeigt? Ja, hab ich. Ich wollte nur was geben. Hier, warte. Ja? Lass mal Jiggy bedienen. Wir müssen ins Büro. Wo ist der Juri hin? Aus dem Laden oben. Ah, danke. Wie, aus dem Laden oben? Achso. Dankeschön. Ich bin wegen. Aber es sind auf jeden Fall viele schwarze Jügler rumgefahren. Ja, heute ist noch Freitag. Ja, keine Ahnung. Warum geht Jugg eigentlich wie so ein Roboter? Bitte? Ja, Jugg geht wie so ein Roboter. Wie macht der Pitbull, Mila? Und wie heißt Spider-Man? Bitte, Papa. Hä, war der Juri nicht gerade mal hier? Ja, deswegen. Der kam gerade rausgelaufen. Jetzt höre ich dir aber nicht mehr. Dein Auto ist auch weg. Hä? Ist der Juri gerade jetzt vorbeigelaufen? Irgendwas mit 1,5, ne? Der? Ja, der ist da weggefahren. Der hat irgendwie telefoniert, gesagt, der kommt und ist kurz weggefahren. Ja. Hast du schon mal ein Bike gesehen, Curtis? Jo. Da hast du es getunt jetzt? Jo. Gibt es Schlüssel, Hermann Curtis? Äh, kannst du mir geben, wenn du einen Satzschlüssel hast. Ja. Ich kriege noch Kohle von dir, ne? Äh, jo. Ja. Jo. Ja. Ich bin die Größte. Ganz vergessen. Komm, kurz zur Seite, mit dem Schlüssel. Spielst du gerne mit Mülltonnen, Mila? Ja, ich spiele alles gerne. Ja? Ja. Auch mit den Gefühlen von Curtis? Ja. Ja, auch mit meinen Gefühlen. Nein. Ich schläge mich am Abend noch. Nein, du schickst mich. Vor allem, wenn du bei 4 Gewinn verliert. Ich schwöre, ich höre das, oder? Das ist nicht wahr. Ich bin eine gute Verliererin, außer in Spiel des Lebens. Und das war's. Hast du eine Actionfigur? Ich habe die letzte Actionfigur für heute. Ja? Also, hatte die jetzt doch nicht, oder was? Nein. Wir haben die nicht gefunden. Die allerletzte für heute, Habe. Die allerletzte Figur für heute. Wir müssen nochmal zum Hafen, Mila. Warum? Komm, wir fahren hin. Hatte die das jetzt auch noch nicht geholt, oder was? Nee, warte, ich hole, wir gehen das eben holen. Wir gehen das eben holen. Hey, die holen dir das durch. Boah, mit Chopper, komm. Boah. Da können wir nicht zweifeln. Echt nicht? Was ist das denn für ein Drecksding? Was ist das denn für eine Pisse? Pisse. Komm, fangen wir mal mit dicke Lowrider. Nein. Auf diesmal hast du keine Angst davor. Was? Auf diesmal hast du keine Angst davor. Doch, ich habe Angst. Wenn du ärgerst, dann sage ich das Mama. Mein zukünftiger, Neuer. Boah. 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 Ich möchte das nicht. Bitte. Bitte nicht. Das ist doch voll cool. Nein, das ist Hexenwerk. Du verfluchst uns. Du verfluchst uns. Nee, du. Mit deinen Kopfkünsten. Das ist nicht wahr. Klar, da war letztmal Kippenstimmel in der Bolognese. Ja, nee. Das ist nicht wahr. Das ist wohl wahr. Das ist so nicht wahr. Du bist so ein Lügenbeutel. Du glaubst wohnen. Boah. Oh mein Gott, was du für ein Lügenbeutel bist. War da kein Kippenstimmel drinne? Nein. Nee? Nein. Lüge. Nein. Oh. Kaufst du so ein rotes Bandernertopf? Rot. Rot. Rot, Mila. Rot. Das ist ganz hinten im Karton. Aragon, danke für die Wiese im zweiten Monat. Love of Unity. Und Sid Me, danke für die Wiese am 45. Und HiHop, danke für die Wiese am 9. Ich hab immer wieder gesagt, ich hab mich vergessen. Und Grimbert, danke für die Wiese am 12. Und Tristan, danke für die Wiese am 5. Los. Hast du? Ja. Hast du gefunden? Ja. Ich bin nicht mad. Ich bin Mila. Oh nein. Hör auf. Ich hau. Ich hol voll auf. Du bist dick geworden. Du bist gemein. War alles Spaß. Ja, Juri. Ja, du warst das schön. Ich hol dir. Was ist denn so lustig? Wie war ich gerade? Wer war ich? Kamila. Warum? Was hast du gemacht? Will ich wissen, was du machst? Die waren gerade kurz am Hafen. Sag mal, mich hat vorhin einer drauf angesprochen. Der hätte gerne einen Hoodie mit so einem fetten T-Shirt drunter. Was? Hoodie? Ja, so Hoodie mit T-Shirt drunter. Oh mein Gott. Haben wir nicht. Wer hat gefragt, ob es so weit gibt? Der wird 500.000 zahlen. Gebt mit Sicherheit, du Arsch. Aber haben wir nicht im Sortiment. Müsste man bestellen. Ja, dann bestell doch mal. Ja, okay. Mach ich nachher. Auch in pink? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Alles klar. Du bist ein Trigger-Arsch, ne? Ohne Witte. Du bist so ein Trigger-Arsch ohne Witte. Das war jetzt zu verlocken. Aber ich wurde wirklich gefragt. Ja, können wir reinbringen. Ja, können wir bestellen. Ja, dann bestellen wir. Ja, mach ich nachher. Ein paar Kartons davon. Wir sind bei Codys wieder, ne? Du bist ja gerade weggefahren. Wir sind bei Codys wieder, ne? Ja, ich bin gerade weggegangen. Ich bin wegen Kotschner hier. Ich bin gerade weggefahren. Danach komme ich wieder runter. Okay, alles gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hoin. Hoin. Ich bin wie du. Ja. Ah, Mann, hör auf, bitte. Nein. Bist du lieb? Bäh. Oh ja. Was soll dieses, where, where, where? Why now? Und dann sag ich das nämlich. Meine zukünftige Mama. Und die hat dich denn nicht mehr lieb? Ah. Wo ist denn der Jagd, Mann? Scheiße. Was kostet der Bums nochmal? Jagd ist hinten rein mit Codys. Was kostet der Bums nochmal? Welcher Bums? Wir haben vorhin die Preisenummer geguckt. Ja, das Oberteil. Ich bin doch 100 oder nicht? Ich geh mal voran. Alter. Was kostet das Bandana-Ding? Was? Das Bandana-Ding. Top? Ja. 100. Ja, dann kassier den Typen da mal ab vom Muffin. Mila, gib mal das Bandana-Ding bitte. Also du kannst Oma oder Mama sein. Uff. Wenn du möchtest. Ja? Gib mal das Bandana-Ding bitte. Ja. Sprichst du jetzt fremde Leute an, die sollen deine Mama sein? Ja. Okay. Das hat dann viel Spaß. Aber die muss auch bei uns schlafen dann, ne? Ja. Wer hat das denn? Ich hab das. Ja, dann gib ihm das. Kannst du ihm gleich? Ja, hier. Fang. Hey, danke. Ja, komm mit. Na, Lamia. Nokia Connecting People, Alter. Ja, danke. Ja, ja. Ich merk schon. Ja, wild auf jeden Fall. Ja, äh, Muffin, hast du mal auf die Seite geguckt? Äh, unsere? Jo. Hat sich da schon wieder was verändert aus? Die ist fertig. Die ist fertig, mach keinen Scheiß. Ich hab heute bezahlt, ich bin grad schon nebenbei am Artikel hochladen. Also die Artikel sind dann noch auf, die Artikel sind halt auch auf, äh, unsichtbar. Ja, ja, ja. Aber eins hab ich so aus Kick einfach mal freigegeben. Komm mal aus der Hälfte, Jessi. Jack, ich hab versucht, aber sie will sich nicht anspucken lassen und auch nicht schlagen lassen. Oh, Jack. Hier, 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 da. Kommen sie mal. Kommen sie her. Okay. Hey, Mais. Hey, du hast schon was hochgeladen? Wollt ihr jetzt deine Mama sein, Mila? Nee, weil die will sich nicht anspucken lassen und auch nicht schlagen lassen. Wie, du wolltest sie anspucken? Nee, Jack will das machen. Und er ist ja schon mein Papa jetzt. Ja, wie? Er ist nicht dein Vater. Ich bin dein Vater. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Wo ist denn deine Frau, Schurko? Äh, welche? Ja. Ja, wie? Schurko, nein. Das kannst du nicht machen, Schurko. Oh, du kannst doch nicht mehrere Frauen haben, Schurko. Das macht man. Oh, nee. Nein, ich weiß ja nicht, welchen Stand jetzt. Ja, ja, hast du einen Frau? Äh, ich sag... Sohn, Bruder. What I have to say, hallo, wenn du rufin, die tausend Millionen lieben danken und für zehn giftet. Dankeschön. Und Erdi, dankeschön für den Prime Stop und herzlich willkommen. Mein Mann. Dankeschön. Du musst eine Frau kennenlernen. Ist Jess noch zu erreichen? Versuch einfach mal. Jess. Wärst du erreichen? Nee. Nee, Jess ist nicht mehr zu erreichen. Das wär auch... Nee. Verdammt, ich muss doch irgendwo eine Mutter finden. Vielleicht heute bei Kuti Geburtstag. Warum musst du eine Mama finden? Weil ich das bauche, wenn meine richtige Mama nicht für mich da ist. Du bist doch schon erwachsen. Und weil Jack gesagt hat, dass er... Nein, ist er nicht. Nein. Du brauchst keinen Daddy, du bist erwachsen. Ja, ich weiß. Außer dann hast du übelst viele Kuscheltiere zu Hause. Daraus kannst du eine Familie basteln. Aber ich will nicht mehr mit den Familien. Dann kaufen wir dir Playmobil. Okay. Hm. Mit dem Pferdehof? Ja, das hast du schon bekommen. Aber es gibt einen neuen. Aber du hast den alten. Aber ich will vielleicht den neuen. Ich hab nächsten Monat Geburtstag. Habe ich ja wohl da. Habe ich wohl da. Habe ich wohl da. Habe ich nicht. Ach ja? Und wo ist es das hier? Okay, hast du doch. Wusste ich doch. Als ob ich das vergesse. Du hast das gefunden. Nein, hab ich nicht. Well. 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 Du machst genau den gleichen Tag wie mein Bruder Geburtstag. Lull. Lull. Koffel. Lull. Koffel. Kappa. Koffel. Ha. Lull. Pockcham. Le Mau. Ja, also kicke ich jetzt den neuen. Ja, ja, kriegst du. Auch die Pferde mit indischen Echthaft. Ja. Ich kicke den neuen Pferdhof. Mit die neuen Pferde. Jetzt seid ihr alle neidisch. Weil ihr dürft gar nicht spielen. Weil ihr seid nicht mein Freund. Freunde und ich bin aber mein Freund. Okay. Ja. Als du bist dein Freund. Ja, okay. Ich bin mein bester Freund. Neben der, äh, neben Enttäuschung bin ich mein bestester Freund. Eine Ahnung. Ich bin kein Kind, ich bin zwei und fünf. Achso sieben. Oh Gott, ich muss das gerade selber nachdenken. Scheiße, das ist klein. Achso sieben. Ah, wer ist jetzt kein? Ich bin fünfundzwansch. Fünfundzwansch? Ja. Aber irgendwas ist mit dir passiert, du benimmst dich sonst nie so. Ich dachte, du bist ein Superstar und du benimmst dich in klein. Könnt ihr mir die auch geben? Ich bin ein Superstar. Ach ja. Ach, du bist doch die vom Taxi gestern, ne? Ja. Ach, gestern. Erzähl mal, was hatten die gestern so gemacht? Ja, sie hat, sie hat gesagt, ich bist OG. Mein Gott, Mila. Baaah! 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 Oh Gott. Baaah! Das war ein Zäh. Ja. Ja, okay, ich muss los. Ich hab noch ganz viel zu suchen. Ja, warte. Woher? Ja, komm mit. Junge, was lässt du mich da stehen, Alter? Was denn? Mit irgendwelchen komischen Menschen. Ja, komm einfach rüber. Businessgespräche. Was sind denn die Schuhe her? Das sind meine. Aha. 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 Beteilt mit seinem Sohn. Wo sind denn meine? Hey, König. Wenn ihr nachher zu der Party kommen wollt, macht euch Ohrstöpsel rein. Ja, ja, ja. Ich hab keine Musik-Allergie mehr. Ich hab keine Musik-Allergie mehr. Ich hab keine Musik-Allergie mehr. 20 Minuten noch, ne, Cody? Ja. Ah, superfeier, superfeier. Da kommen bestimmt einige Leute. So drei. Ja, ich glaub, da wird's, glaub ich, voll. Das ist ja das Scheiß-Auto, ey. Muss der Giffy und der Max? Die sind zum Suchen. Ach, jetzt, ob die die finden, ne? Machen wir. Ah, Giffy und... Was war das denn, Alter? Hast du Druck abgelassen? Giffy wollte nicht laufen. Um Hype, weil der Cody in sein Geburtstag sein. Was meinst du? Dann gehen wir dahin. Ja, ja. Giffy und Finn waren was? Mila! Machen, Körbchen, Körbchen! Mila! Ja? Giffy und Finn waren gestern unterwegs. Wir wollten jetzt erst die Schuhe abziehen. Haben sie es zum Glück gelassen. Oh, tolle. Wer ist denn dein Soniak? Ist der von der Hustler? Von der Hustler, der Caesar. Caesars Palace oder was? Oh, tolle Schuhe. Woher hast du die denn, Jack? Nee, die Leuchteschuhe. Stangen war hoch, kostet 25.000. Ja. Ich bin Model. Hallo, ich bin Mila, ich bin Model. Ich bin Mila, ich bin Model und Wepper. Ich bin Model und Wepper, mein Name ist Mila Morgen. Nein, du bist mein zweites Opfer. Nein, nein, bin ich nicht. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Frank. Du musst dir eine Bray mal anrufen, bis der fragt, wer ist der, wer ist der und dann, ich bin Frank. Der weiß, wer da ist, weil der kennt meine Nummer. Ja, ach. Das musst du machen, wenn der Frank anruft. Dann sagst du Hallo und dann, ich bin Frank. Hast du das Ding jetzt verkauft, dein Oberteil? Nee. Wo ist der Muffet schon wieder? Ja, wieder bei Dings natürlich. Das sehe ich auf drei Ohren. Wir haben wir verloren. Nicht viel. Wieder Druck abgelassen. Recht ruhig geworden, ne? Ich bin Mila, ich bin Model. Hallo. Ich bin Mila, ich bin Model und Wepper. Model und Wepper. Mein Name ist Mila, man nennt mich auch Uchi Duski. Hallo. Moinchen. Ich bin's die Mila. Ist dir langweilig, Mila? Ich bin Model und Wepper. Ist dir langweilig? Ich überleg mir, wie ich mich die Leuten vorstelle. Äh, achso. Ich hab Codys bei uns als Partner eingetragen an die Webseite, ne? Ja. Du kannst mal in meinem Haus vorbei. Ich muss da ein bisschen... Dein Haus war so teuer wie zwei Paar Schuhe von uns, Bruder. Ich geb Pipi. Ja. Boah, irgendwas stimmt mit dir nicht, Alter. Die ist heute echt, äh, wild. Ich glaub, das hat was mit diesem Typen da zu tun. Niemand. Ne, Enttäuschung. Ja. Die war auch geschminkt, als ich aus der Bude kam. Die ist verrückt. Verlügt. Wir wissen, wer das war, Alter. Lisa. Ja? Wart ihr heute mit zwei schwarzen Dschungelhaus unterwegs? Nuh-uh. Habt ihr ein Nuller-Kennzeichen? Nuh-uh. Gut. Warum? Nuh, wir suchen zwei Dschungelherskis. Die Schuhe sind aber auch Dings, ne? Echt? Ja. Ah, ja, 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 ja. Ja. Äh, ja, Cisa kann sein, dass die Schuhe, äh, dass die Farbe sich bald löst. Dann kommst du einfach zu mir. Das ist eine schlechte Qualität. Ja, ja, ja. Kannst damit jetzt noch rumflexen, aber du wirst dich eh bald bei mir melden und sagen, Papa, Papa. Braune, neul. Ja. Abgelaufene Sohle. Ja, was geht denn bei ihr, Hastler? Auch nix, ne? Ja, nix, deswegen ist er hier. Wo ist der Arze? Arze eh. Mildebleiche ohne Klau. Der wollte eigentlich Grundstück kaufen. Grundstück kaufen? Ja, halt voreintragen lassen. Und ausbauen lassen. In der Haus. Will der raus aus der Booth? Nee, in der Haus. Ach so, ihr wollt was ausbauen lassen. Ja, und dann haben sie gesagt, das ist kein Gewerbe. Mila, hast du ne Knarre? Nee, Juri wird's ja machen, aber wir brauchen das Ding davor. Wie viel Magazin hast du für die Knarre? Zwölf. Wie viel Schuss hast du da? Zwölf. Wie viel Schuss hast du? 126. Okay. 126. WieRobin? Tá. Wie big Schuss? Ein Tinkerpättchen für alle, wenn ihr wollt. Huch. Was hast du gesagt zu der? Sie sagt so, ich bin OG Toasty. Ich bin Mortal. Ich bin das und das. Ich bin das und das. Und ein Puffelchen. Ja. Ja, jetzt ist es passiert. Was sollen wir jetzt machen? Mila. Frau Mila Morgen. Ja. Schämst du dich? Komm her, OGP. Lika. Ja, weil der Jack dumm ist. Ja. Ich hasse den. Aber ist doch voll eine coole Sauber. Nee, können wir den droppen? Ja, haben wir doch gerade gedroppt. Nein, ich meine, können wir Jack droppen? Können wir auch. Wir können den umbringen. Ja. Mann. Oh mein Gott. Presser den weg. Du bist das größte lebende Arschloch. Okay, Mila, weißt du was? Du bist nicht irgendein Arschloch. Du bist ein haariges Arschloch mit Kackfußen dran. Guck mal, wärst du jetzt nicht weggelaufen, hättest du das einfach mit Humor genommen und nichts gesagt, hättest du das nicht vor, könnte es nochmal einbekommen. Jetzt weiß jeder, jetzt weiß jeder, dass dich das triggert und alle werden nicht das so nennen. Jetzt weiß jeder deinen Namen. Danke für gar nichts, Arschloch. Hättest du das nicht in den Mund genommen, hätte das nie jemand gewusst. Ich nehme alles in den Mund, sorry. Wie viele Leute wissen das jetzt? Das stimmt, da war alles in den Mund. Wie viele Leute wissen das jetzt? Boah, bestimmt die halbe Stadt. Nur wir. Ja. Kannst du nicht posten sollen, oder? Fünf Leute wissen davon, Mila. Ja. Und Libi. Wenn mich hier jemals jemand so nennen, dann bringe ich um. Einen von euch fünf oder alle von euch fünften. Aber wir sind vier. Nein, wir sind fünf. Aber ich könnte es auch aus dem Sagen. Mila, wenn dich mal irgendetwas ärgert damit, dann kommst du zu mir nach Hause. Ich mach dir ein lecker Süppchen. Wir essen eine Runde. Genau. Und dann bringst du dich mal wieder vom Tisch. Aber nur meine Mama darf mich so nennen. Und ich. Ja. Aber nur zu Hause. Ja. Da hab ich auch einen Spitzname. Ja. Tata. Oh, Upsi. 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 Los, aufstehen. Ja. Ja. Jetzt stopf schon. Ja. Du sagst viel mehr. Ich hab nur Tata gesagt. Ich bin Curtis, a.k.a. Little Pips, a.k.a. Tata. Und jetzt schäme ich mich nicht dafür. Und du bist Puffelchen. Ja, okay. Nie aus dem Quark kommst. Puffelchen. Gut jetzt. Puffelchen. Stopp dies. Du kommst nie aus dem Quark. Du kommst nie aus dem Quark. Junge, ich töte dich. Ich breit dich, Junge, ich schwöre. Ich töte dich. Okay, dann haben wir das ja auch klargestellt. Ich glaub, ich design mir ein T-Shirt mit I love Puffelchen. Ich hab irgendwie Puffel drauf. Ich glaub, das hat vertreibenbar. Um mal ein Neigzeichen drauf. Ja, 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 ja. I love my Puffelchen, Junge. I love my Puffelchen. I love my Puffelchen. I want to peepee, Max. Ja, genau. Puffelinchen. Komm aus dem Quark, ist schon spät. Puffelerino. Woll ich jetzt? Ich geh dir jetzt ärgern, Alter. Puffel, warte. Gefällt der Mama aber nicht, wenn du dagegen trittst, ne? Wie bitte? Du darfst den Busch nicht hauen. Darf ich wohl. Nein, hat dir nichts getan. Ihr habt geärgert. Ich hab nicht geärgert. Du hast... Der hat meinen Namen gesagt. Ah, okay. Du... Der hat meinen Namen gesagt. Ja, und das ist doch voll der coole Name. Was schämst du dich? Du zeigst Leuten deinen ekelhaften schwarzen Zeh. Dafür solltest du dich schämen. Nein. Du hast vorhin vor Geschäftskunden deine Schuhe ausgezogen, Alter. Und da schämst du dich nicht, oder was? Uh-uh. Aber wenn man dich... Big Peanut. Boah. Big Puffetchen. Mit rotem T-Shirt. Habo. Da schämst du dich? Weißt du, wie du dir eine Jacke ärgern kannst? Sag einfach, der hat ein unfertiges Tribal-Tattoo auf dem Oberarm. Alles klar, Marcelo. Und lass dir Dankeschön für den Pranen-Sächsten. Du wirst dich ja schon immer mal was fragen. Ja. Wann wird eigentlich dein unfertiges Tribal-Tattoo fertig? Das sieht ja schon nicht scheiße aus. Ja, ich hatte da so eine Vorlage, aber die Vorlage ist nicht mehr... Das war so ein Kollege von mir, der hatte die Vorlage, aber der ist nicht mehr da. Ja, und wann wird das jetzt fertig? Dann bleibt das jetzt unfertig. Boah, das ist ja hässlich. Ja. Boah, würde ich mich schämen, damit rumzulaufen? Boah, ne. Hör wir bitte weg hier, komm gleich ein Besoffener. Wer? Wer kommt? Der fette ist. Hä? Das unfertige Tablet-Tattoo von Jack? Kommt das hier hin? Ist jetzt nicht gleich die Party? Ja. Ja, ja, sieben Minuten. Wohin? Mit uns? Da haben wir mal Gansbord, das ist schon Monate her, da haben wir eine Barbecue-Party gefaltet in der Straße. Da, wo die Halfpipe noch da war. Wir müssen die Ersten sein. Aber die coolen Kinder kommen zum Alsletztes. Ja, aber denen geht's auch am schlechtesten bestimmt. Warum? Weiß nicht. Guck uns mal an. Wir trippen. Ja. Und Giffy und Max sind die jetzt Suchner. Ja, mit BT. Und Muffin ist wieder in Perle-Pommes. Ja, 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 ja. Also Pommes essen. Perle. Wollte auch mal eine Perle finden. Ja, du findest anderen auch in Pennies, Mann. Ja, aber keine Perle. Ich hab'n gehört. Okay, okay, wollen wir los? Oder wollen wir Wutzen-Schaden? Wutzen. Ja, aber ich fahre mit dem Lolo. Mit dem Lolo. Komm, wir hüpfen ein bisschen. Komm jetzt, Puffelchen. Ja, voll der coole Name, Mann. Was hast du denn? War nicht cool. Klar ist der cool. Ich wöre alle sagen das. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Danke. Dankeschön. Hilfe, ich hab Angst. Hilfe, bitte. Warum hast du Angst? War dafür, dass wir verfucht werden. Und für mein Leben. Hallo, willst du mit? Okay, dann nicht. Wo soll hier ne Party sein? Wir haben hier schon mal ein Party gemacht. Guck mal, die Künchen. Ich rufe den Kuti an. Da, rechts. Yo, what up, Kurs? Ich rufe den Kuti an. Frag den mal. Ja. Kuti, 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 da. Ist nicht erreichbar. Weil bestimmt keiner findet das. Und alle rufen an und sagen, Kuti, wohin? Komm, wir machen Drivebar auf den Typ von Greifen. Echt? Echt jetzt? Nein. Nein. Wirklich? Oh. Wirklich nicht. Du hast ne Angst. Wir sind da zu Hause auch immer im Hochstuhl. Ja, aber wir werden verfuhrt. Hör auf, Kuti, telefonieren. Ich mach. Ah! Kuti, wohin? Gegenüber von Lager die Straßerei. Aha. Dann war da die falsche Straßendel. Beim Lick ist da, wenn wir von Lagen kommen, hinten rein in den Garten, rechts. Wir sind jetzt beim Lager. Falsche Richtung an der Seite. Wir sind mit Lulu unterwegs. Mit Lulu? Ja, wir fahren richtig. Da vorne ist die Kuti. Ah! Da vorne ist die Kuti. Ah! Da läuft Kuti. Hier reicht's ein, wohl, bei Kuti. Okay. Ist der noch am Handy? Okay. Okay. Tschüss, Newdie. Bye. Have a great time. Live zu gucken lohnt sich. Oh, hier geht jetzt schon Party ab. What's up, girls? Oh. Genau. Boah, fette Mucke, Alter. Ey! Was ist jetzt mit dem Geschenk? Hast du das dabei? Alles klar. Ja, wir sind hier. Wir sind hier so richtig turfmäßig im Hinterhof, Alter. Mit Mucke. Voll cool. Ja, wir sind hier so richtig. Jeder darf sich den Kepäckchen nehmen. Und ja, ich kann das muten, sagt VOD. Also die Musik. Ich frage mich die ganze Zeit, wer der Typ da ist, Alter. Ja, ich weiß nicht die... Ja, wir sind hier so richtig. Was denn? Was denn, Mila? Ja, aber die Musik wird ja über der Teamspeak abgespielt, Hauzi. Egal, wie ich das machen würde, dann wäre immer der Teamspeak trotzdem gemutet. Und dann hört man nie, was die anderen sagen, weil das halt gemutet ist. Keine Ahnung, wer der ist, Alter. Der passt dir nicht, Cody. Was denn? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Gib mal eine Kette, Giffy. Hey, du hast Tricks schon die ganze Zeit. Ja, aber ich hab da... Ja, komm her. Kannst du auch Dings anziehen? Und die Jacke. Hallo. Ja. Welche Tasche kann keiner klauen? Wer hat die geklaut? Er sagte mir, jagt das mal. Hä? Wer war denn noch am Kofferraum? Wer war denn noch am Kofferraum? War da was drin in der Tasche? War denn? Ja. Ja. Ja, selber schuld, Mila. Na, komm. Ich will jetzt einen neuen. Gib mir einen Autoschlüssel. Mann, die Mucke ist gut. Komm. War da wirklich kein anderer am Kofferraum? Ja, der Cody hat geguckt und dann hat der Watte gesagt. Ja, aber wenn kaputt ist, ist es kaputt. Ja, aber wenn kaputt ist, ist es kaputt. Ich untersuche den nachher mit Lupe. Oh mein Gott. Was steckst du wem nicht wohl in der Nase? Du bist krank. Ich habe getestet. Weil ich... Kann sein, dass er wegpackt. Das soll man testen. Teste ich jetzt auch. Die Kette ist fett, Alter. Ging, ging. Tu mal den links im Kofferraum. Tu mal... Ich will gucken, ob der kaputt geht, wenn ich den raushole. Ist auf. Hm. 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 Tschüss, Daynight. Das hätten wir gerade schon machen müssen, aber da war keiner im Auto dran. Und Cody Cloud nicht. Eben. Naja, ich lasse prüfen, ob einer die Tasche wirklich geklaut hat. Habe ich das? Er sagt das. Habe ich auch. Und du stinkst. Nach Essiggurten. Fällt dir ja bald ab, nicht mehr. Nicht ich. Stinks. Stinks. Bad ab, nicht mehr. Peter. D deck ihr nicht. Welche? Nö. Ach, mit dem Kämpfen. Ja, aber hat er verkauft oder geschenkt? Ja, aber hat er auch von dem, ne? Oder keine Ahnung, wer der Typ da ist, Alter. Beide, Junge. Nee. Was soll ich sagen, Bruder? 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 Aber könnt ihr euch jetzt euer eigenes Design auf ein ausgewähltes Kleidungsstück dunkeln lassen? Das stimmt nicht. Was soll ich sagen, Bruder? Das sind ja nur wir. Hier 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 sind ja nur wir. Aber Gartenparty bessere Mucke als jeder Club. Hier sind ja nur wir. Hier sind ja nur wir. Ehm, boah, mich nervt das jetzt, alter. Ja, der Muffin. Der nervt mich. Junge, diese Melle ist unterwegs mit dem Jack die ganze Zeit. Und der Jack durchsucht die immer, wenn die an Dings fahren, an unsere Kartons und so, ne? Und der Jack sagt zu der, du kriegst keine Tasche und so. Und dann ist die nächste mit dem Muffin unterwegs, auf einmal hat die eine Tasche. Weißt du, was ich meine? Dann geht er zu Cody und sagt, ja, wir kämpfen, wenn du gewinnst, kriegst du den Oberteil. Ja. Wer, die Melle? Hat die. Die hat was Wertvolles in ihrem Spind reingelegt. Also die hat schon geklaut. Ich will mal wissen, woher der das weiß. Der soll mir das mal sagen. Ja, okay, dann klemmt er was ganz anderes bei dir. Ja, warte mal ab. Darüber kümmere ich mich dann, aber. Calvin, danke schön für den Prime und herzlich willkommen. Es geht. Was denn? Ja. Wir drucken dein Gesicht auf so ne Big Mac Schachtel. Ja. Ja. CD ist ja, CD ist ja, CD ist eine richtig gute Idee. Und Autogrammkarten. Ah, boah, dass du CDs verkaufen kannst. Machen wir. Sonntag gehen wir da mit. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Ja, CDs wären gut. Und Autogrammkarten. Komme ich Sonntag mit? Mila, gute Idee. Tschüss. Tschüss, Resta Kusch. Die Penny eh alle schon. Tschüss. 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 Ich Ohne. Tschüss. Schnitz Bowie! Bowie! Wer ist das denn? Was macht der denn hier? Hast du den gerufen, Mila? Ja, da. Dein Kumpel. Was will der denn hier? Er kommt einfach in den Turf, Junge. Sag mal, was hat die in dir spinnt, gepackt? Das hat die dir gesagt. Gut. Gut. Er ist unterwegs. Ja. Keine Ahnung, mit was die rumfahren, Junge. Von wem ist die Karre von? Der oder von dem? Weil der hat eigentlich nur ein Moped und ein Pounder. Nein, scheiß drauf. Hm. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Was hat der gesagt, Giffy? Ja. Du. Hast du überhaupt eine Fratze, Alter? Wenn du lügst, wirst du jetzt verkloppt. Also lügt der, Giffy? Hat er das gesagt, Mila? Hör auf zu heulen, sonst kriegst du auch eine. Dann soll der nicht so frech sein. Ja. Guck mal, wie der aussieht. Was ist mit dir, Junge? Ja. Du hast dich gerade schon verraten, das heißt, du hast mich angelogen, ne? Ja. 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 Schick Max, Giffy und Beatty los. Die sollen die ranholen. Die soll das Zeug abgeben, sonst ficken wir die weg. Ja, sonst ficken wir die weg. Ganz einfach. Die wird ihr Leben nicht mehr glücklich. Ja, boah, das. Ich check das doch nicht mit dem Cody. Ich mein, die Dinger sind 10.000 Euro wert. Aber der sagt, yo, Cody, komm, wir kämpfen. Wenn du gewinnst, kriegst du drei Shirts, Alter. Ja. Rufst du den jetzt an, sagst, der soll mit dir da hinkommen. Ja. Das ist halt, nur mal für euch zur Klärung, Chad. Wir, wir mit den Klamotten, wir dürfen nicht einfach was verschenken. Ich kann nicht einfach Giffy irgendwas schenken oder so. Was Giffy trägt, das sind Klamotten von mir, die ich mir rausgebe. Und das ist verboten, dass wir irgendwas abgeben. Weil da nämlich erstens Vitamin B wäre und Fett an Wirtschaft. So, wir dürfen nicht unsere Freunde damit ausrüsten. Die müssen nichts bezahlen. Und alle anderen müssen irgendwie auscashen. Wisst ihr, was ich meine? Und das geht nicht. Jeder muss zahlen. Man darf Sachen untereinander tauschen und ausleihen. Das ist fein. Aber so ist nicht gut. So, und wenn die Stuff jetzt hat und gebunkert hat, wird die jetzt weggeknallt. Weil entweder so, oder ich kläre das über einen anderen Weg. Weil wie bescheuert kommt sich dann ein normaler Spieler vor, der da nicht in der Bubble drin steckt, der irgendwie 250.000 für ein T-Shirt zahlen muss, aber wenn du, in Anführungszeichen, cool mit uns bist, kriegst du was umsonst. Das geht nicht. Ja. Ja, guckt erstmal, dass keiner da aufdacht. Wenn die kommt, Alter, dann, ne? Halt die erstmal im Arm fest. Aber der Jack ruft den jetzt erstmal an. Ja, ja, erstmal, der Max, ach, der Max, sag ich schon. Der Jack ruft den jetzt an. Die sollen da hinkommen. Und dann gibt die da Zeug daraus. Ansonsten machen wir die weg. Ja, ja. Ja, das juckt nicht. Okay. Naja, die eine, die vorher mit ein bisschen gearbeitet hat. Diese Mel. Die hat wohl Sachen geklaut und die haben Schließfach reingepackt. Und die holen wir uns jetzt. Aha. Um mir jetzt meiner Perle dann bei, in jedes Auto reinzugucken. Ah, wartet mal eben kurz. Oh, Junge, hab ich eh. Das kannst du nicht machen. Ich muss mal kurz das abklären, weil das geht nicht. Das ist, das steht zwar nicht im Regelwerk drin, aber wir haben diese Auflagen und wir haben die Regeln für uns gemacht, dass wir das nicht machen. Okay. Stellt euch einfach vor, guck mal, Dings war ja gerade auch im Chat. Weil er letztes Mal eine Jacke kauft für 100.000. Jetzt stellt euch vor, ich würde einfach die Jacke, wofür Frank im RP 200k bezahlt hat, einfach so einem Güffi geben. Oder irgendjemandem schenken, der da nicht arbeitet quasi. Der da nichts für tut oder so. So, das geht nicht, Alter. Wie doof kommst du dir denn da vor, wenn du Geld dafür bezahlst? Wie doof kommst duhirst? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte kurz, Telefon. Ja, wo seid ihr jetzt? Und? Ja, und bei der? Ja, klar. Ah, Junge, müssen wir den jetzt abknallen, Alter? Was ist mit dem? Bruder, was willst du mit dem machen, Alter? Das Problem ist, wenn er Sachen so rausgibt, wie bei Cody mit Verschenken und so. Jetzt stellt ihr einfach mal vor, Frank kommt und sagt, warum habe ich 200.000 für die Jacke gezahlt? Aber Muffin gibt sein Kollege, weil er irgendwie gewonnen hat, gibt er die dann nicht raus. Weißt du? Ja, aber wir müssen den stoppen. Ja, aber wir müssen den stoppen, der fickt alles. Guck mal, wir nehmen Klamotten raus, ich nehme ein T-Shirt für mich raus, weil ich bin Mitinhaber. Und wenn ich mein T-Shirt den Giffy leihe und er gibt mir das wieder und er hat schon, ne? Wie viele T-Shirts hat er schon ausgeliehen bekommen und hat die wieder zurückgelegt? Ja, ja. Dann ist das fein, dann ist das fein so. Aber wenn er einfach Sachen rausgibt und was weiß ich, keine Ahnung, Aaron, egal wer, oder vom Fischer jetzt die Frau, ne? Das sind Geburtstagsgeschenke. Warum sollten die was dafür zahlen, wenn andere das Weiße geschenkt bekommen? Ja, ausziehen, alles hergeben, sonst fick ich die weg. Ganz einfach. Ich weiß nicht, was wir mit dem machen sollen. Keine Ahnung. Aber am Anfang war der nur nicht so. Ja, und dann hat er sich noch komisch benommen. Ja. Keine Ahnung. Muss ich überlegen, muss ich mit dem quatschen. Ja, auch, 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 auch. Wenn ihr jetzt zu dem hingeht, dann hat er das letzte Mal schon, als wir mit dem geredet haben. Geht jetzt zu dem hin, sagst du, mach dann nicht, ne, ne, mach ich nicht, da mach ich nicht, dann macht er doch wieder. Ja, 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 ja. Müssen wir, glaube ich, paar härtere Dings. Ja, 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 okay. Ja, alles klar. Ja, wir sind noch hier bei der Link. Ja, ich komme jetzt gleich wieder. Ach so, pass auf, wir machen gleich einen Trick. Die U-Live-App ist fertig, unser Post, aber noch nicht live geschaltet. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt gleich Cody das Geschenk übergeben. Ich habe gesagt, wir schalten den Artikel so um 10 nach 15 nach frei und legen uns mal auf dem Shop auf die Lauer, weil in dem Artikel steht drin, jetzt pass auf, für die komplette Ausfahrt an Mode schaut gerne in unserem Online-Shop oder vor Ort vorbei. Ich wette mit dir, wenn Leute das lesen, die fahren alle zu diesem Shop und denken, vor Ort gucken die in den Katalog und wollen das kaufen. Ja, können wir machen. Weißt du, was ich meine? Deswegen legen wir uns dann auf die Lauer, gucken, wie viele Leute U-Live. Ja, 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 ja. Oh, hey. Das gleiche. Und Cody hat Geburtstag, ne? Wo ist denn der? Schon zwei Lieder gesungen. Was ist denn hin? Damit richtig unangenehm ist. Warum? Ja, was jetzt mit... Ja, die hat angeblich nichts im Schließfach. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich nicht. Am liebsten würde ich den einfach abknallen. Wen? Den Muffin. Wir brauchen nur ein ernstes Gespich, wo der Angst hat schon vor seinem Leben. Ja, das bringt nichts. Der ist, äh, ja. Wir sagen, ich fress den Biss auf Knochen. Äh! Okay. Du musst Lieder singen, damit das so richtig unangenehm ist, damit der es schon so, äh, Oh, danke schön, so macht. Wenn man kicken gibt, gibt es da eine coole Brause. Sag Happy Happy. Ich habe übrigens die Figur. Ja, der hat übrigens die Figur von dir. Ja, gib her. Wollen wir jetzt nicht nur singen? Ich habe schon zwei Lieder. Okay, komm, auf drei singen wir alle ganz laut. Okay, auf drei, eins. Hallo, aber Cody ist gar nicht sicher. Eins, zwei, drei. Der Cody steht da. Ich bin so gut, ne? Ja. Denkst du jetzt nicht sagen, danke? Ja, eigentlich schon. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Cody, alles Gute zum Geburtstag. Ich will dich nicht umarmen, ich habe Rotznase. Unreached. Bruder, danke schön für den Prime Sub in 24 und danke schön für zehn Gift Sub. Sowohl ist Keiko Schloch oder Eule im Chat. Ich bin echt enttäuscht. Ich klatsche sogar für dich, guck. Chat, was ist mit euch? Bisschen Cake, bisschen Liebe geben. Come on. Hallo. Hallo, aufwachen. Ich darf schon mal cool tinken. Eule, bisschen Liebe. Dankeschön, Unreached. Vielen lieben Dank. Danke. Da gibt es noch mehr. Uiuiui. Da ist es Spezial und all sowas. Wollt ihr so ein Ding schicken? Wie es ein guter Gastgeber macht. Ja, komm mal einen Schritt hier rüber. Ich komm mal einen Schritt hier. Wo ist Musik? Sopski, Alter. Was ist denn, was ist denn? Hat jemand noch ein bisschen Fleisch? Guck mal auf den Tisch da drüben. Geh da mal da durch. Was mit Slash? Oder in der Kirche. Oder in der Kirche. Wie heißt eigentlich der Mann hier mit dem pinken Oberteil? Das sag ich dir nicht. Ah, okay. Ach der, das ist Schande oder so. Was Schande? Der Ronny. Enttäuschung. Wieso Enttäuschung? Der hier steht, die Fazit nicht, Alter. Warum? Schande. Hast du irgendwelche speziellen Fähigkeiten? Der hat bei mir schon einen Gangschirm getrieben. Danke für die Pramps. Ich habe den 6. Monat. Viele liebe Dank. Was? Er hat den fast gehauen. Ich kann auch nicht klauen. Wie, du kannst Autos knacken? Ja. Was, wie, jetzt knack mal das Auto von Giffy, komm. Da vorn. Ronny ist richtiger Verbrecher. Ja, knack mal mein Auto. Den Lolo. Komm, knack mal. Kann nicht. Sag mal, Nicke, Lodi, was machst du denn hier? Kann, kann nicht. Ja. Ich dachte, hier wird eine Party. Weil ich schon will. Ja, war doch schon. Ist doch schon Party da. Wer es will. Ja, 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 ja. Nee, keine Musik. Nein, nein, nein. Ja, WOD-Tourn ist wieder an. Aber ich glaube, der spielt wieder Mucke, Alter. Sollen wir jetzt? Geschenke oder was? Ja, ja. Ja, ja. Bitte? Cody. Mach mal Musik aus. Hey. Cody, alles gut zum Geburtstag. Danke schön. Wir haben dir was mitgebracht. Was denn? Hier. Geht natürlich nicht leer aus. Sie mahnen, ob das deine Brüste ist. Pack das aus. Halt doch die Fresse, der muss erst mal auspacken. Oh, ich hab verraten. Gefährle, das ist zu verartiger. Spaß ist ein Buch. Das ist eine Packung Socken. Das ist ein Fangwender für deine Bude. Boah, ein Goldener wäre cool. Aber was? Warte, musst du dich im Seitenspiegel angucken? Wie? Ich rede doch einfach. Ich kann mir auf die Brust machen. Was hast denn du da? Ich glaube, der freut sich nicht darüber. Denkt er sich gerade aus, was der sagt, damit wir ein bisschen. Teufel sind. Boah, was für ein hübscher Typ ich auch einfach bin. Es gefällt dir nicht, oder? Wieso? Nein, es gefällt mir. Ich bin einfach ein verdammt hübscher Typ, muss man aber auch sagen. Sicher, dass du nicht mich im Spiegel gesehen hast? Ja, danke schön. Pass auf, nicht, dass das reißt. Das war China. So, jetzt haben wir eine Überraschung vor. Ah, nein, wir müssen jetzt weg. Was? Was? Wir müssen... Wir haben jetzt ein Dings vor. Ja, was? Ein Heist. Ein Heist, ja, 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 ja. Wird es denn jemand, die überfallen gehen? Gibt dann, äh... Irgend solche Leute, die hier mit der pinke Kappe rumlaufen und Autos knacken. Auch, auch, ja. Nein, gib mal einen Namen, ich kenne nicht für mich viele Leute. Jack. Ja. Wie toll ist das? Den Ronny in Ruhe. Was? Hörst du? Ja, okay. Äh... Sip, warte. Ja, dann, äh... Warte einfach die ganze Zeit hier, wenn ihr gleich wiederkommt. 70. Ja, gib, mach mal eine Rechnung, ich zähle die Hälfte davon. Ja, ja. Ja, dann mach ich eine Rechnung, du eine Rechnung. Mach du jetzt eine bei mir. Ja, aber schiebt ihr da nicht einfach Geld von eurem... Das geht doch eigentlich aufs Firmenkonto, oder nicht? Ja, und Firmenkonto benutzen wir nicht. Ach so. Ach so. So, dann gucken wir mal bei YouLive. Oh, das regt mich so ab, Alter, ne? Ja, also eigentlich können wir jetzt los, können wir jetzt auf die Lauer legen, ne? Wie, was willst du machen? Pass auf, es gibt einen YouLive-Beitrag, wo jetzt steht, von wegen... Gamers, danke schön für die Weasel mit dem Neunzinn. ...steht da drin. Okay. Ihr seid super, 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 super Idee. Ja, super, 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 super Idee. Danke, dass du auf mich achtest. Super Idee. Dankeschön. Danke. Ja, ah, jetzt, ah. Hast du jetzt noch Augen für deinen komischen Freund da unten, aber für mich nicht mehr. Ah, okay. 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 Stanzi, danke schön für den, für die Weasel in zwei Monaten im Voraus Dingens Moments. Merci. Grüße. 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 Jo. Grete. Jo. Ja, ich komm gleich. Ich guck nur eben nach ihrem Auftritt, ob die mit mir hierbleiben will. Ich bin mit Lowrider hier. Ja, ihr könnt's uphauen. Ja, der Beitrag bei ULEF ist jetzt online wegen dem Laden. Wir wollen jetzt gucken, ob da welche da hinfahren. Ja, die verstecken sich da. Ist die am Rampen, weißt du das? Ich bin mit Lowrider hier. Ich bin mit Lowrider hier. Ich bin mit Lowrider hier. Willst du mitkommen oder bleibst du hier? Ja, wir haben was vor. Bye, have a good night time. Was ist denn passiert? Was ist mit Choco? Hä? Wie, was mit Choco? Nix großartiges, du kannst doch hierbleiben, ne? Wir werden ja immer saugleitern müssen. Wir gehen nur zum Laden und gucken, ob da Leute hinkommen, weil der Beitrag bei Dings ist. Wir laufen kurz zum Lager. Bei ULEF online. Wer? Wer? Fahr mal schon bei dem Auto. Hä? Wo ist denn dein? Centano? Den hat der Jack, glaube ich, mitgenommen. Willst du hierbleiben, Mila? Boah, jetzt mach nicht so. Nervt mich nicht. Bis gleich. Wie, nervt mich nicht? Nervt mich nicht. Pass auf, meine Kinder. Bist du stinky jetzt? Nein, du bist stinky. Nein, ich bin nicht stinky. Du bist stinky, oder? Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Aber ist ja auch gut, die ist Geburtstag, da darf ich auch so. Ja? Ja. Hast du das mit dem Manager geklärt? Nee. Aber mit mir selber und ich bin immer noch auch selber mein Chef. Ja? Ja. Ich bin der Boss. Ja? Ja, ohne mich gibt's Uchi Tusti gar nicht. Nein? Aber vielleicht wär ich dann Uchi Tusti. Du kennst das nicht. Klar kann ich rappen. Äh, äh. Doch. Ja, mach. Ich hab auch mal ein bisschen gerappt. Ach, ja, mach. Na, hab ich keine CD jetzt bei. Du rappst auch nicht live. Ich glaub dir nicht. Nein? Äh, äh. Ist aber so, ja? Ja. Seid ihr besoffen, oder was? Voll Idioten. Warte, ich dachte, wir fahren zu uns. Ach, hierhin. Ich weiß nur nicht, wo die Idioten nach da vorne sind. Glaub ich. Glaubst du. Ja. Hallo, Platz da. Hör auf. Hör auf, bitte. Du weißt doch, dass ich Rapper bin. Ich bin Lil Pips. Hä? Hör auf, bitte, bitte. Ich will nicht verhext werden. Wir werden nicht verhext. Wir sind da irgendwie hochgeklettert. Hochgeklettert. Ja. Oh? Ja. Wir müssen da gucken, komm. Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich. 14 Personen haben sich die Artikel schon angeschaut. Ja. Wow. Und warum machen wir das jetzt hier gerade? Einfach so, Social Media. Wir gucken, was sich für Social Media empfiehlt. John, wie sitzt du da, Alter? Äh, ihr biert wie krebs. Ich hab, äh, Schmerzen. Du meinst, wie viele Leute OG Toasty so beobachten. Der Beatty rinnt rüber. Gibt denen gleich eine Bombe, derjenige, der da einkaufen geht. Äh. Doch. Auf einmal sind alle wieder da. Richtig ausgeholt. Osmanische? Den Haschi? Osmanische. Das Erste. Oh. Andreschen. Komm, ist Müllschwein. Oh. Hä? Oh, da kommt welche. Wo? Aber warum sollten die denn zum Shop? Die kriegen nur eh alles kostenlos. Ne, ich bin keine Frau. Mila, klär mal ein bisschen für uns. Okay, was soll ich machen? Weiß nicht. Soll ich anrufen? Nein. Komm auf dich. Ja, Mila, renn mal stark. Aber vorsichtig, das ist gleich. Mila rennt Stadtpark und schreit rum. You live, you live, you live. Ah, okay. Oh, ah. Oh, hoffentlich. Ist doch, was ist ja nur der Hochzeit gleich drin. Ich glaube, die Seite ist noch gar nicht public. Oh, da hinten kommt der Auto. Oh, der kommt. Ne. Hä? Da ist doch keine Strafe. Da ist doch keine Strafe. Ach, doch, doch. Der hat sich die Treppen runtergeknallt. Eigentlich voll die Freaks, ne? Ja. Was machen wir hier, Alter? Anstatt bei Codys Geburtstag auf der Party zu sitzen. Irgendwie auf dem Dach, Junge. Ja, ja, ja. Mila läuft da jetzt hin, ne? Gleich geht's rechts rum. Happy Birthday, Cody. Aber wir haben was Wichtigeres zu tun jetzt. Fahr gleich wieder zum Cody. Mila, warum rennst du da hin? Fahr doch mit der Auto. Die rennt zum Stadtpark. Wie, du hast keinen Schlüssel. Ich habe mich sehr nah. Ja, wo geht die hin? Die rennt zum Stadtpark. Ich habe gesagt, renn zum Stadtpark. Warum? Ich habe gesagt, renn zum Stadtpark. Ruf, ULive, ULive. Kicker, Kicker. Und die sagt, er hat keinen Schlüssel, deswegen läuft die. Junge, ich gebe hin, Alter. Was haben wir hier, Alter? Machen die da. Als ob da jetzt 500 Leute da hinten rankommen, Alter. Wo ist die? Wie sind die Straße, Runa? Folge mir. Nein, nein, ich weiß nicht. Wo bist du, Mila? Ich laufe zum Stadtpark. Nein. Ja, wie, ich bin fast da. Warum willst du da hinlaufen? Ich soll das sagen, hallo, ULive. Ich bin gleich da. Wir stecken die Karre hier. Welche Karre? Hier, vorne. Hier vorne. Ich bin fast in der Gerand, ne? Ja. Ja. Ich glaube, da ist gar keiner mehr. Oh, dann wäre ich ja umsonst gelaufen. Ja. Ist nicht irgendwo ein Event? Nee, wir haben einfach eins. Da könntest du aus dem Fenster jetzt schreien. Bei die zwei Leute. Hallo, schaut in ULive-App. Schaut in ULive-App. Ja. 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 Ich glaube, ich möchte nach Hause jetzt. Okay. Ich habe mich... Ich bin... Ich habe viel gerannt. Ich bin fertig jetzt. Cody, gute Nacht sagen. Nochmal Happy Birthday. Äh... Äh... Nicht? Ich will nach Hause. Eigentlich ausschlafen jetzt. Ich bin nämlich genervt. Warum? Wegen Muffin. Ja, der ist kacke, ne? Dann mach mal... Ähm... Weißt du, was du musst? Du musst auf seine Vögel kacken. Weil dann fliegen die auch nicht mehr vor die Tür rum. Oder wir halten uns einfach aus dem Klamotten-Ding raus. Weil ich habe echt keinen Bock genervt zu werden. Oder so. Was soll ich mit dem machen? Soll ich den abknallen? Aber ich bin immer noch Model. Du warst vorher schon Model. Ja, ich rufe nur richtig. Äh, Loki, vielen lieben Dank für den Prime-Sabonanz gekommen. Ja, wir machen Schluss. Ich bin mega hart genervt, Alter, ehrlich. Nee. Nee. Wo bist du? Äh, ich gehe pennen. Pass auf die Tasche auf, ne? Und die kriegst du morgen wieder. Die kriegst du morgen wieder. Ja, ja. Morgen. Geht ihr jetzt noch zur Geburt... Okay. Alles klar. Jo. Seid ihr jetzt noch beim Geburtstag, oder was? Jo, ich bin wieder zu Cody gefahren. Und die anderen? Weiß ich nicht. Die stehen noch auf dem Dach. Was sind die dummen, Junge. Sie sind gerade am Stadtpark vorbeigefahren. Da stehen zwei Leute. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt ja einer noch. Ja, aber ich bleib hier. Ja, dann bis morgen. All right, bis morgen. All right, bis morgen. Chat, wir machen Schluss. Bruder, das Ding ist, du kannst ihn nicht kontrollieren. Was soll ich machen mit dem? Ich kann ihn nicht rausschmeißen. Ich kann nicht sagen, jo, du machst nicht mehr mit. Geht nicht. Verstehst du? Kannst du nicht sagen, dass der nicht mitmachen kann? Warum? Weil der daran mitarbeitet. Das ist sozusagen derjenige, der die Sachen drauf tut. Und ich gucke die an, kontrolliere und bla bla bla. Das ist so eine Kette. Da kannst du kein Glied draus entfernen, weil dann bricht er zusammen. Ach, Teil macht ein 24er, ne, 12er. Ich dachte 24er. Neuen Jack Cole. Welcher ist denn das? Ich weiß nicht, was der bei Yuri gemacht hat. Alter, kein, kann ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Aber ja, wenn kein Weg dran vorbeiführt, höre ich ein paar Augen auf damit, weil ich will mir den Stress nicht geben. Dann spiele ich halt weiter Big P und chill ab und zu mal mit Curtis ein bisschen. Ich rede auch erstmal mit dem. Komm, wir hören uns den J-Co-Song an. Dann röst sich teil. Der macht den 12er. Das wird sich schon regeln. Ja. Dankeschön, Andro. Was? Wie? Das wird sich auchwolken. Was? Ich bin auf das Album gespannt. Wann kommt das? Ist nicht schlecht, ist gut. Chat, ich weiß, alle pennen von euch. Dankeschön für den Support heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, am 14. Dankeschön für den Support, danke für Subs, danke für alles, bleibt gesund, wir sehen uns morgen 19 Uhr ab 19. Wahrscheinlich mit Peanut, mit aller großer Wahrscheinlichkeit. Wunderschöne gute Nacht und seid lieb beim Thai, okay? Tschüss, bye-bye, bye-bye. Tschüss, tschüss, tschüss. Gute Nacht, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bobby!